Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Heute mit dem Gast André Peschke von The Pod. Wir reden über die Sweet Baby Ink Verschwörung, den Verkauf von Gearbox und Relic sowie die Spiele Unicorn, Overlord Rise of the Ronin und Dragons Dogma 2. Das alles und mehr jetzt bei Folge 465 von Hooked FM. Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Hooked FM und Leute, ich bin unglaublich aufgeregt. Ich bin so glücklich, ich bin voller Blumen innerlich, denn wir haben einen hervorragenden Gast. Der Thomas ist diese Woche im wohlverdienten Urlaub und ich freue mich sehr, an seiner Stelle heute den André begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Hallo, hallo zusammen. Hallo Robin, hallo Welt. Ich mache das gerne, den so ganz, ganz, ganz viel, den jedem Gast so ganz, ganz viel Honig um den Mund zu schmieren, damit die in so einer leicht defensiven Verteidigungspose direkt von Anfang an sind, wo sie befürchten, jetzt sind die Erwartungen hoch und oh Gott, oh Gott, ich will hier einfach nur ein bisschen chillen. Nee, heute wird abgeliefert, André. Habe ich mir vorgenommen vom Podcast. Wir zwei, wir leisten heute richtig. Wir haben ja schon gesagt, so fünf Stunden ist unser Ziel für den Gast. Ja, genau, neuer Rekord, Guinness Buch ist informiert. Ich finde, aber ich fühle mich noch nicht so richtig auf den richtig hohen Sockel. Ich habe das Gefühl, die Fallhöhe ist ehrlich gesagt noch nicht hergestellt. Da könnte schon noch einiges an Honig um meinen Maul geschmiert werden, ist auch ein großes. Da bist du auch Besseres gewohnt eigentlich vom Jochen, ne? Da beginnt ja jede eure Folgen damit, dass der erst mal eine zweiminütige Lobeswimmel auf dich startet. Übrigens, grandioses Moderationstalent direkt bewiesen an von meiner Seite aus. Wer ist denn überhaupt Jochen und was ist ein André? Wisst ihr natürlich. Wir reden da über den hervorragenden Podcast The Pod. Das ist doch euer offizieller Government Name. Eure Mutter nennt euch The Pod, oder? So stellt ihr euch vor, wenn ihr beide Schwiegereltern seid. Genau, so ist das. Das stimmt. Das ist auch quasi in meinem Ausweis als Künstlername inzwischen schon eingetragen. The Pod 1 und The Pod 2. Ein ganz phänomenaler Podcast, beziehungsweise eine, ja, eine Kollektion, könnte man sagen, von verschiedensten Podcasts mit verschiedensten Prämissen, sage ich einfach mal. Es gibt Premium-Podcasts, es gibt Auf ein Bier, ist so der Klassiker. Wir waren auch schon ein paar Mal zu Gast. Ihr habt ganz tolle Formate mit unterschiedlichen Redakteurinnen. Der Dom ist ja bei euch auch regelmäßig unterwegs, genauso wie er auch bei uns regelmäßig Gast ist. Und eine große Empfehlung natürlich für alle Leute, die aus irgendeinem Grund tatsächlich noch nicht da waren. Schaut mal bei gamespodcast.de vorbei. Da findet ihr die Kollektion aller Podcasts, die ihr produziert. Gibt's gerade irgendwas, was du empfehlen würdest für Leute, die mal jetzt ganz frisch auf die Website bei euch, auf der Website bei euch vorbeigucken? Ach Gottchen. Einfach mal, man kann sich da ja was aus. Die Idee bei uns ist ja tatsächlich immer, dass es dann ein relativ breit gefächertes Programm gibt. Also zum Thema Computerspiele. Deswegen ist es ja unser Games-Podcast. Und ansonsten ist das, glaube ich, immer sehr stark davon abhängig, worauf man Lust hat. Also, dass die Besprechungen von großen Titeln sind oder ob das irgendwelche Themen sind, die jetzt eher so die Industrie oder auch vielleicht was gesellschaftspolitisches oder so treffen. Da ist alles dabei. Alles. Das mag ich ja bei euch sehr gerne, um mal zurück zu dem Honig ums Maul zu schmieren. Ihr seid ja ebenfalls, also ist jetzt schon wieder länger her, aber ihr kommt ja auch unter anderem von der GameStar früher. Aber ihr seid auch, und die GameStar ist für mich immer ein Magazin, gewesen früher, mittlerweile nicht mehr, aber früher als zu Printzeiten, als ich und Thomas so ganz aktiv gelesen haben, war die GameStar immer für mich so ein Magazin, das sich sehr, sehr, sehr kompetent auf der, in der Videospielindustrie halt bewegt hat und die Tests geschrieben hat. Aber gefühlt relativ zurückgezogen gelebt hat, wenn es halt um so richtig gesellschaftliche Themen geht. Jetzt nicht komplett, ich will jetzt nicht behaupten, dass da nicht Position bezogen wurde, aber wenn jetzt die Spiele getestet wurden, wurde jetzt nicht wahnsinnig häufig ein unglaublicher gesellschaftlicher Kontext dafür eröffnet, in meinem Gefühl. Bitte berichtige mich, wenn du das Gefühl hast, ich tue dem Magazin da unrecht. Es läuft auf ein Kompliment hinaus, nämlich, dass ich sehr, sehr das Gefühl habe, dass das bei euch immer ein sehr großer Fokus ist und das ist ein Grund, warum ich bei euch sehr gerne reinhöre. Und ist ja gerade, wenn ich mal eine Empfehlung aussprechen darf und ist ja auch etwas, auf das wir uns gleich noch beziehen werden, gerade wieder sehr, sehr schön spürbar bei eurer Besprechung zu der ganzen Sweet Baby Inc. Verschwörung, wie ihr es genannt habt. Ja, genau. Verschwörungstheorie. Ja, ich weiß es gar nicht so genau, wie ich das beantworten soll. Ich bin ja jetzt schon echt ziemlich lange auch bei der GameStar weg, ne? Ich bin da 2016 raus. Das heißt also, zu der aktuellen GameStar habe ich ein sehr fragmentives Bild. Ne, ist doch nicht auf die aktuelle bezogen, ne? Also da möchte ich auch sagen, die machen ja richtig viel coolen Shit in dem Bereich. Genau. Klassisch, also der ganze klassische Spielejournalismus und das betrifft jetzt nicht nur die GameStar oder sowas, der war ja sowieso sehr auf Produkttest gemünzt und auch damit sehr produktfokussiert und hat eigentlich einen sehr engen Rahmen immer abgesteckt. Da ging eigentlich so Grafik, Sound, Umfang und so weiter und so fort. Also ich mache das ja jetzt inzwischen auch schon 24 Jahre und ich habe da auch so angefangen, weil man das so gesehen hat bei denen, die groß und erfolgreich waren und man dachte, so wird's gemacht. Und dass dann das Ganze mehr zu einer richtigen, sag ich mal, Kritik eines Kulturobjekts geworden ist oder sowas hat sich ja über die Jahre entwickelt. Und das ist halt einfach was, wo ich das sage, das finde ich auch einfach viel interessanter. Natürlich ist also erstens so einen gesellschaftlichen Kontext oder auch manchmal, wenn es sich anbietet, gibt es auch vielleicht einen politischen Kontext oder einen zeitgeistlichen oder einen popkulturellen Kontext oder sonst was anzubieten. Auch mal kunstgeschichtlich, das ist ja durchaus interessant. Das andere Ding ist, dass aber selbst früher, finde ich, schon bei der Produktkritik das Ganze viel zu oberflächlich geblieben ist. Das heißt, also es wurde häufig einfach nur festgestellt, dieses oder jenes ist schlecht, ohne dass es tatsächlich einen großen Druck gab auf den Kritiker, sich zu erklären, wie er denn überhaupt genau zu diesem Urteil kommt. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das ist zumindest die Ambition, das zu beheben. Nicht einfach nur zu sagen, ja, die Steuerung ist schlecht, sondern zu erklären, was macht die Steuerung denn, was sie schlecht macht aus unserer Sicht. Und dazu ist halt auch notwendig, stärker zu durchdringen, wie Computerspiele überhaupt funktionieren. Und ich hoffe, dass das auch einen Mehrwert bietet. Hervorragend. Und falls euch das jetzt angefixt hat, dann empfehle ich euch sehr mal bei, wie gesagt, gamespodcast.de vorbeizugucken. Ich habe noch eine weitere Empfehlung für euch, bevor wir zu den Nachrichten kommen. Wir haben nämlich bei Hooked letzte Woche für alle SupporterInnen bei Patreon und bei Steady eine Umfrage mal gestartet, wo wir einfach mal, jetzt wie uns gibt es ja auch seit knapp zehn Jahren. Wir feiern uns dieses Jahr, Ende dieses Jahres, unser zehnten Geburtstag. Und wir haben in der Zeit, zumindest seit langer, langer Zeit, keine so richtige Umfrage mal getätigt und wollten mal mit Blick auf unsere UnterstützerInnen halt genau das machen, um zu sehen, die Leute, die Menschen, die uns eben, ja, ich sage es mal über Wasser halten, die uns einfach das Geld geben, das uns ermöglicht, das hier Vollzeit zu machen. Die, bei denen wollten wir gerne mal wissen, hey, was sind denn eigentlich die Formate, die euch am wichtigsten sind? Was sind auch die Formate, die euch am wenigsten wichtig sind? Wie regelmäßig möchtet ihr das haben? Einfach um einen Überblick zu bekommen. Falls ihr also uns bei Patreon oder Steady in irgendeiner Art und Weise finanziell unterstützt, dann schaut sehr gerne mal bei diesen Kampagnen vorbei und nehmt an dieser Umfrage teil. Ihr müsst auch keine Sorgen haben, dass wir jetzt unmittelbar sagen, aha, dieses Format hat so und so viele Punkte bekommen. Das heißt, das ist unter diesen Wert gerutscht. Das heißt, es wird jetzt so von abgesägt. Ich bin ganz ehrlich, wenn ihr alle sagt, dieses Format ist total blöd, es ist aber leider genau das Format, das mir am meisten Spaß macht. Ja, da habt ihr dann leider Pech gehabt. Dann werde ich es leider einfach trotzdem machen. Aber es ist halt sehr hilfreich, um einen Überblick zu bekommen, um halt einen weiteren Faktor in seiner Entscheidungsfindung zu haben, wenn man überlegt, was man denn machen möchte. Und falls es irgendwas gibt, wo wir vielleicht sowieso sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Spaß noch macht und dann ist es auch etwas, wo ihr sagt, ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, dann vereinfacht das definitiv die Entscheidung. Und umgekehrt, wenn wir irgendwas haben, wo wir sagen, oh, ich weiß nicht, ob das noch so funktioniert und dann sagt ihr, das ist supergeil, hilft uns das ebenfalls. Deswegen schaut sehr, sehr gerne mal vorbei. Viele Leute haben schon geantwortet und ich habe da schon einige schöne Erkenntnisse daraus erlangt. Wie gesagt, einfach mal bei Patreon und bei Steady den Crowdfunding-Kampagnen vorbeigucken. So, das war jetzt ein zehnminütiges Intro. Nun haben wir es aber geschafft, André, und wir kommen zu den... Sollen wir kurz darüber sprechen, wie gefährliche Umfragen sind? Oh ja, bitte hau raus. Was ist passiert? Nein, immer wenn ich Umfrage höre, denke ich mir so, weil es geht ja, also wenn es jetzt zum Beispiel, nimm mal an, es gäbe, käme im Mittel raus, dass ein Format unpopulär ist oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer die Gefahr, dass zum Beispiel, es gibt ja Formate, die sind für einen sehr kleinen Teil, aber dann sehr wichtig. Also wenn jetzt ein Format für eine kleine Gruppe von Leuten, aber genau das ist, was ihr Abo zum Beispiel rechtfertigt, dann kann es ja trotzdem wertvoll sein, so ein Format zu erhalten. Oder auch wenn ein Format schlecht abschneidet, dann heißt es ja nicht, dass die ganze Idee dahinter verkehrt ist, sondern manchmal geht es nur darum, dass man vielleicht was modifizieren muss, wenn es zu langatmig ist oder was auch immer. Umfragen ist immer so eine heikle Geschichte. Da muss man immer echt aufpassen, dass man daraus nicht hinterher die falschen Schlüsse zieht. Wir haben deswegen da auch echt uns, also lange Zeit mitgelassen, bis wir sowas mal gemacht haben, weil ich mir auch gedacht habe, ich, wenn ich, ich gehe dann in meine eigene Perspektive rein und wenn ich diese Umfrage halt beantworte, dann würde ich fast nirgendwo mit einer, also wir haben, sind meistens so von eins bis fünf, wie wichtig ist euch dieses Format, dann würde ich glaube ich fast nie eins wählen, weil ich daran gehen würde und sagen würde, naja gut, das gefällt mir jetzt nicht. Ich will aber nicht, dass das wegen mir abgesägt wird für die Leute, die es mögen. Deswegen sind wir sehr offen, versuchen wir mit der Intention dran zu gehen, das ist nicht unsere Intention. Wir wollen einfach nur mal wissen, weil wir ein, zwei einfach auch schon interne Gespräche darüber hatten und halt auch nicht immer einer Meinung waren in dem Gedanken, wie gut kommt das an, wie wichtig ist das, dass wir da mal einen Überblick bekommen. Speziell bei den Leuten, die uns tatsächlich supporten. Also deswegen gibt es da auch die, ähm, die Eingrenzung, ähm, weil es wir tatsächlich, äh, mit dem Hintergrund daran gehen wollen, okay, was sind denn, was ist denn die Meinung der Leute, äh, die uns, äh, tatsächlich ermöglichen, das hier zu machen. Du hast aber völlig recht mit der Eingrenzung zu sagen, ja gut, nur weil jemand irgendwas nicht guckt, heißt das ja nicht, dass er es in anderer Form, wenn es einfach das gleiche, ähm, die gleiche Prämisse anders umgesetzt ist, nicht trotzdem gucken würde, ne? Ja, genau. Ist eine, ist eine sehr, sehr gute Eingrenzung. Ich habe immer sehr viel Respekt vor Umfragen, ähm, wir machen das deswegen auch super wenig und immer dann, wenn wir es mal doch gemacht haben, stellt er sich später irgendwie dann raus, wir haben doch irgendwo Scheiße gebaut, weil da kann man so viele Fehler machen, ne? Also in der Formulierung der Frage, in der Anordnung der Antworten und so weiter und so fort. Es gibt ja einen, es gibt ja einen Grund, warum das halt etwas ist, was dann jetzt so gerade so zum Beispiel auch bei wissenschaftlichen Untersuchungen, wenn da so Umfragen sind, so das Umfragendesign ist halt echt immer so ein Knackpunkt, wo man sehr genau hinschauen muss, wo es dann manchmal ja auch nochmal Kontrollfragen gibt. Wenn eine Umfrage sehr lang ist zum Beispiel, dann verlieren die Leute nach hinten raus vielleicht die Geduld und fangen an, einfach immer so, klick, immer das oberste oder so anzuklicken und sowas rauszufiltern, ist halt schwierig. Es ist alles gefährlich. Gefährliches Terrain, Umfragen. Hast du schon mal an so einer richtig großen, also nicht eine Studie, aber eine Marktforschung teilgenommen irgendwie, wo dir das dann präsentiert wurde anschließend? Also jein, ich habe an wissenschaftlichen Untersuchungen teilgenommen, also die habe ich journalistisch begleitet und habe dann da so ein bisschen Einblick bekommen, auch wie eben die zugehörigen Fragebögen designt wurden und wie man versucht hat, das Ganze so zu gestalten oder auch eben Leute auszusortieren, die jetzt den Fragebogen einfach nur so runterklicken. Und das ist alles, wie gesagt, das ist eine kleine Wissenschaft für sich. Jetzt muss man das sicherlich, wenn man bei einem Podcast einfach nur mal so ein bisschen in die Community reinhorchen will, auch nicht komplett überdenken und übertreiben. Aber ich finde es immer extrem schwierig. Ich habe auch in meinem Leben als Journalist, habe ich immer wieder erlebt, wie Unternehmen versucht haben, über Umfragen irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen und daraus Entscheidungen abzuleiten. Und es stellt sich meistens raus, dass es dann doch viel schwieriger ist bzw. das Ergebnis einer Umfrage viel weniger eindeutig ist, als man sich das wünschen würde. Es ist ja meistens nicht so, dass man da sitzt und sagt so, siehst du mal, 92 Prozent der User haben dem Format eine Eins gegeben von Eins von Zehn und die Eins ist schlecht. Relativ eindeutig. Keiner mag das, keiner will das. Sondern das ist eigentlich nicht das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis rauskommt, sollte man sich vielleicht vor allem die Frage stellen, wie konnte das passieren? Wie sind wir auf die Idee gekommen, etwas zu machen, was wirklich keine Sau interessiert. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass man sehr häufig dann vor den Umfrageergebnissen sitzt und sich denkt so, naja, ja. Okay. Also ich bin ganz ehrlich, für mich war die Umfrage eigentlich nur die Intention, halt die Frage stellen zu können, wer gefällt euch besser, Thomas oder Robin? Das habe ich da nicht reinbekommen, die Frage in die Umfrage. Deswegen ist sie da auch inkonklusiv gerade. Und tatsächlich ist sie jetzt einfach eine schöne Ausrede für mich. Wir hatten ein Feld, in dem Leute einfach was Freies einfügen können, wo sie halt sagen können, okay, gibt es irgendwas, was ihr nicht toll findet, was ihr besser gerne sehen wollt. Und die Leute haben dieses Feld einfach zu 90 Prozent genutzt, um uns so richtig nette Komplimente zu machen. Und von daher war es für da jetzt schon Erfolg. Allein für mich persönlich, ich habe jetzt so 150 oder mehr eigentlich, also ich habe jetzt die hunderte Textboxen, die ich mir angucken kann, einfach nur, damit ich persönlich ein bisschen Endorphine ausgeschüttet bekomme. Und da war es ja eigentlich das schon wert, ne? Das ist tatsächlich die beste Anwendung einer Umfrage, von der ich seit langem gehört habe. Und was das andere Thema angeht, wirst du halt weiter heimlich eure Fotos bei sowas wie Hot or Not oder so hochladen müssen. Exakt, ja. Und dass jetzt alle Formate mehr, also größtenteils alle mit 1 bewertet wurden, ist egal. Clearly, alle mögen das. Das war auch ein Spaß. Der Teil wird eh gleich weggeschmissen. Das ist übrigens die letzte Ausgabe von Hooked FM. Kommentarboxen ausgedruckt, fertig, an die Wand gehängt, hervorragend. Exakt, großer Erfolg. So, da haben wir das auch dann geschafft und kommen jetzt tatsächlich zu den News, derer wir heute nicht wahnsinnig viele haben. Und es sind erneut hauptsächlich eigentlich nur Industrienachrichten. Das heißt, wir reden da über Geschehnisse hinter den Kulissen. Und wir müssen, wie so oft in den letzten ein, ja, zwölf Monaten im Grunde, erneut damit beginnen, über Entlassungen zu sprechen. In diesem Falle sind wir erneut, muss man sagen, bei Sega und erneut bei Sega Europa. Die haben nämlich 240 MitarbeiterInnen verlassen. Ich sage, ich habe es gerade schon im Gespräch mit dir gesagt. Entlassen, nicht verlassen. Ähm, hauptsächlich bei Creative Assembly tatsächlich erneut. Bei Creative Assembly wurde Ende letzten Jahres bereits Leute entlassen, ohne dass ich eine genaue Zahl gefunden hätte. Diese 240 Mitarbeiter sind nun hauptsächlich bei Creative Assembly und beim Publishing-Arm von Sega Europe. Zusätzlich haben sie aber ebenfalls das Studio Relic verkauft. Relic hat ebenfalls bereits große Layoffs gehabt letztes Jahr, 121 Leute. Ähm, wurden da entlassen im letzten Jahr. Und nun wurde dieses Studio verkauft. Ähm, nicht an ein, an, 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 an ein anderes Unternehmen, sondern an einen anonymen, privaten Investor, der dort, äh, die Firma freigekauft hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht einfach, äh, aus dem Executive Team von Relic selbst kommt, dieser Investor. Das ist jetzt ja bei dem einen oder anderen Studio auch schon so gewesen in der Vergangenheit. Das weiß ich aber nicht. Da müssen wir mal schauen, ob wir in den nächsten Wochen dazu mehr hören. Die sind jetzt also wieder unabhängig, auch wenn sie deutlich weniger MitarbeiterInnen haben, als sie das noch letztes Jahr hatten. Und der Kahlschlag bei Creative Assembly geht weiter, nachdem da im letzten Jahr, ähm, das Online-Multiplayer-Service-Game Hyenas schon gekündigt, äh, gekündigt, ähm, gecancelt wurde. Ähm, ist dieser Total War-Entwickler. Also, sieht grad nicht so richtig gut aus, ähm, wenn man auch mal sich anguckt, wie da die Meinung der Fans aktuell zu diesem großen Franchise Total War aussieht. Äh, lieber André, hast du irgendeine Verbindung zu Creative Assembly, zu Relic oder zu, äh, Sega Europe allgemein? Relativ wenig. Das ist ja alles so diese Echtzeit-Strategie-Ecke und da bin ich überhaupt nicht zu Hause. Ähm, aber, ja, ich meine, ich sag mal, Entlassungen ist ja, ist ja quasi seit Monaten ein regelmäßig wiederkehrendes Thema. Also, von daher, inzwischen sitzt man ja eher so da und denkt sich so, okay, da auch. Ist ja eher so eine Strichliste, wo man sich fragt, wer fehlt noch? Wer müsste eigentlich als nächstes noch jemanden irgendwo vor die Tür setzen? Und wir sind halt wieder oben in der Liste angekommen. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei den gleichen Studios, die bereits letztes Jahr sehr, ähm, krass davon betroffen waren. Bei denen ist jetzt erneut das der Fall. Ich find das bei Relic ganz spannend, ähm, weil Relic immer ein spannendes Studio war, wie ich fand, einfach aus einer Geschäftsperspektive. Es ist nämlich halt ein Studio gewesen, das zu Sega gehörte, das Sega aufgekauft hat, aber gleichzeitig waren die ziemlich aktiv zum Beispiel mit Microsoft, ne? Also, die haben jetzt nicht nur für Sega-Spiele entwickelt, sondern sie haben für Microsoft zum Beispiel Age of Empires 4, äh, entwickelt. Sie haben in der Vergangenheit für Microsoft Halo Wars mitentwickelt. Ähm, und das fand ich immer ganz spannend, dass, äh, die für die, die so viel für eine First Party aktiv waren. Frage mich, ob da dann vielleicht in zukünftig auch eine weitere Zusammenarbeit geschieht. Sicherlich nicht, also ich glaube nicht, dass die aufgekauft werden. Microsoft hat gerade selbst erst 2000 Leute entlassen, ähm, und sich ja von Toys for Bob, den, äh, Entwicklern von Spyro und Crash Bandicoot, äh, getrennt. Das heißt, ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, wenn, ah, guck mal, hier ein Studio, was Company of Heroes 3 entwickelt hat, das super gefloppt hat, äh, ist, dann stampen wir uns das sofort. Ähm, aber ich glaube, da könnte es relevant werden, wenn wir über, weiß ich nicht, Age of Empires 5, wenn wir über die kommenden weiteren Add-ons zu Age of Empires 4 sprechen. Ich glaube, da könnte, ähm, Relic durchaus versuchen, eine intensivere Geschäftsbeziehung anzustreben, ähm, und bei Creative Assembly bin ich einfach zukünftig echt gespannt, ob wir das merken. Weil die haben ja richtig rausgehauen, wenn du dir anguckst, wie viele Total War Spiele die veröffentlicht haben in den letzten Jahren, ähm, dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob das in der Form noch zukünftig möglich sein wird. Ob das überhaupt gewollt ist, äh, dass sie halt, äh, so parallel sowas wie Warhammer 3 und Pharao auch in Zukunft entwickeln sollen. Oder ob die so ein bisschen runterkommen können und vielleicht in den nächsten Jahren einfach sagen, ja, weiß ich nicht, alle zwei Jahre reicht ein Total War Spiel, ja, vielleicht auch. Ich muss, ich hab da, ich hab leider von der Reihe wenig Ahnung. Ich hab immer das Gefühl gehabt, was ich mitbekommen habe, also einfach nur, wenn ich Aussagen von Fans oder auch von Presse dazu gesehen habe, hatte ich das Gefühl, das tritt vielleicht auch so ein bisschen auf der Stelle. Aber, ne, das ist halt jetzt wirklich so, äh, Second Hand Knowledge und, ich sag mal, in dem Bereich ist ja eh schon immer so ein, es gibt ja nicht mehr wahnsinnig viele Echtzeitstrategiestudios, die überhaupt noch von irgendeinem großen Publisher unterhalten werden. Und mit Spieleentwicklung, ne, es wird ja immer aufwendiger, die Erwartung ist da, dass sicherlich auch diese Reihen sich irgendwo grafisch zum Beispiel weiterentwickeln, dann wird die Produktion wieder teurer. Und es kann natürlich dann auch irgendwann der Punkt kommen, wo das dann einfach für einen Publisher wie Sega etwas ist, wo sie den Posten sehen, wo sie immer wieder Geld reinstecken und die Rendite schrumpft ihnen zusammen. Und dann ist es vielleicht, irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es vielleicht für solche Studios auch besser ist. Sie sind einfach vielleicht unabhängig, weil sie dann nicht mehr unbedingt in so einem börsennotierter Publisher-Umfeld agieren müssen, wo ständig jemand sagt, wieso investieren wir, keine Ahnung, was die Produktion da kostet, 20 Millionen oder sonst irgendwas, an dieser Stelle und kriegen dafür eine Rendite von 15 Prozent, wenn wir die ja eigentlich auch in was anderes investieren könnten, wo wir uns eine höhere Rendite versprechen. Das ist ja bei sowas dann häufig einfach immer so ein Knackpunkt und wenn du deines eigenen Glückes Schmied bist, dann kannst du da vielleicht freier agieren. Also sollten sie sich da, wenn das so ein Management-Buyout ist und die dann einfach independent werden. Kann auch sein, dass die sich einen Venture-Capital-Investor dazugeholt haben, der da sitzt und sagt, okay, jetzt exit in vier Jahren, ich muss euch an Microsoft verkaufen, kriegen straight euch an. Ja, exakt, dann landen sie irgendwie, ja, ich gucke dazu, die vielen diversen Medienfirmen, gerade beziehungsweise Websites, die ja auch ganz, ganz viel bei so Venture-Capitalists und Investment-Fonds gelandet sind im US-amerikanischen Bereich und da ja eine nach dem anderen auseinanderfallen dadurch. Das ist in der Videospiel, im Videospiel-Bereich habe ich das Gefühl, klappt das ab und dann doch ein bisschen besser, weil da ein bisschen mehr Hands-Off rangegangen wird. Aber da erfahren wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen mehr zu, wem jetzt genau eigentlich Relic gehört und was sie in Zukunft machen. Ob sie wieder zurück zu Dawn of War gehen, ob sie das nochmal versuchen mit Company of Heroes, waren ja beides Spiele, die einfach ein bisschen gefloppt sind, Dawn of War 3 vor vielen Jahren und Company of Heroes 3 jetzt, hat glaube ich beides nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Oder ob sie jetzt einfach zu einer Age of Empires-Schmiede werden, das schauen wir in den nächsten Monaten uns mal näher an. Und eine weitere Tradition in jeder News-Sektion, André, ist bei uns natürlich auch die Erwähnung von Embracer. Man muss in jeder Woche in irgendeiner Art und Weise Embracer unterbringen, sonst kommt der Videospiel-Gott und entzieht euch den Podcast. Deswegen auch diese Woche eine News zu Embracer. Dieses Mal nicht hunderte Leute, die ihren Job verlieren ausnahmsweise, sondern hunderte Leute, die Embracer entkommen, sage ich jetzt einfach mal so. Embracer hat jetzt nämlich erfolgreich das geschafft, was sie schon seit einigen Monaten versucht haben, nämlich Gearbox verkauft. Sie haben das, ja, es ist nicht nur ein Studio, es ist eine Gruppe von Studios, Gearbox, die die Entwickler von Borderlands sind und Tiny Tina's Wonderland? Wonder World? Wonderlands ist es. Genau, die wurden verkauft an Take-Two, was ja sehr viel Sinn ergibt auf den ersten Blick, wenn man sich anguckt, wer hinter Borderlands steht, nämlich genau Take-Two. Ja, also jetzt natürlich bei Embracer wirklich das Tafelsilber, das da rausgeholt wird und verscheuert. Also man hat bisher gesehen, dass da sehr viel natürlich auch an Entlassungen und auch Studioschließungen oder sonst irgendwas passiert ist und so. Mit Sabre und Gearbox würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich so zwei von den drei wertvollsten Unternehmensbestandteilen, von denen sie sich da verabschieden. Auf jeden Fall. Also man sieht im Grunde genommen, ja, also es bestätigt weiterhin, als wäre das noch notwendig, das, was die ganze Zeit schon gesagt wurde, dass Embracer halt so dermaßen aggressiv gewachsen ist, dass in der Sekunde, in der der Zufluss von neuem Investorengeld von außen abgerissen ist, in dem da ihr Zwei-Milliarden-Deal durchgefallen ist, das ganze Kartenhaus größtenteils auseinandergefallen ist. Ich habe sogar witzigerweise, bevor das öffentlich wurde, hatte ich Leuten gehört, dass das bei Embracer, dass da nochmal ganz erheblicher Stellenabbau in irgendeiner Form passieren sollte und hatte sogar auch mal angefangen, dem nachzurecherchieren. Und Embracer ist, so wie es mir begegnet, ein recht kurioses Unternehmen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch so weit verzweigt ist, dass der Kenntnisstand und die Einschätzung der Situation in den unterschiedlichen Strängen von Embracer teilweise sehr unterschiedlich ist. Was dann dazu führt, wenn du sowas recherchierst und du kommst ja meistens nicht dann direkt an die alleroberste Führungsriege ran. Es ist nicht so, dass der Lars Wingfoor sich irgendwann als Quelle anbietet und sagt, komm, ich stecke dir mal, was wirklich passiert ist, sondern du musst dich dem ja annähern über Mitarbeiter auf den meistens unteren Rängen, um dir dann ein Bild zusammenzupusteln aus den Informationen, die du da bekommen kannst. Und die waren so uneinheitlich, dass ich nie an den Punkt der Berichterstattung gekommen bin, weil ich immer das Gefühl hatte, so, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer zuverlässigere Informationen hatte. Aber auf jeden Fall, schlussendlich war es so, dass also im Grunde genommen so diese, die Grundinformation war richtig, dass dann nochmal ganz erheblich Stellen abgebaut werden, nur eben nicht in der maximal destruktiven Form, dass da einfach Sachen komplett geschlossen wurden, sondern eben jetzt durch diesen Abverkauf. Und der ist halt schon krass, ne? Also dann, man, jetzt hat Embracer noch so dieses, diesen Kern, das, was so früher Kochmedia gewesen ist, ne? Wo dann halt sicherlich auch noch einige Sachen sind, die attraktiv sind, aber es ist Wahnsinn, was die abgestoßen haben. Ja, also die, du hast es ja gesagt, die größten dieser Firmen und Franchise, die wurden mittlerweile wieder abverkauft oder direkt eingestellt. Also ich glaube, das begann für mich sehr halt mit Volition, als quasi Volition geschlossen wurde und da mit Saints Row ja auch abgesägt wurde. Also können sie natürlich in Zukunft mit anderen Entwicklern weitermachen und werden sie ja auch. Das ist ja eine sehr wertvolle Franchise, auch wenn der letzte Teil da floppte. Aber als Volition abgesägt wurde, da dachte ich mir so, oha, okay. Also ich ging davon aus, dass einige Studios safe sind, weil die einfach diesen Wiedererkennungswert haben. Aber da wurde mir dann direkt gezeigt, ne, dem ist nicht so. Und dann haben wir ja auch gesehen, wie der Kahlschlag ja auch vor Spielen wie Deus Ex keinen Halt gemacht hat. Ich würde da mal ganz interessiert sein, da muss man ja auch nochmal euch konkret empfehlen, denn ihr habt ja einen eigenen Podcast, damals eigentlich so einen Breaking-News-Podcast über die Situation bei Piranha Bytes produziert, als eben die Gerüchte aufkamen, dass das Studio wahlweise schon geschlossen sei oder im Begriff sei zu schließen und da so ausführlich Stellung bezogen habt, beziehungsweise anhand eurer Quellen halt Informationen weitergeben konntet, wie da der aktuelle Stand war. Und bitte berichtige mich, wenn ich es falsch wiedergebe, aber ich verstand das so, dass der aktuelle Stand dann damals eben war, dass es versucht wird, Piranha Bytes eben weiter zu verkaufen, sodass diese Firma weiter entstehen kann. Das aber natürlich im Hinblick, dass das eben nicht sicher ist, zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits dabei waren, sich halt woanders umzugucken und ein bisschen fraglich war, wie erfolgreich das dann noch sein kann. Das ist jetzt ja schon so ein paar Wochen und Monate her, das ist aber immer noch der aktuelle Stand, oder? Das ist immer noch der aktuelle Stand. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch selber jetzt nicht versucht, das nochmal zu updaten. Ich habe das damals begleitet bis zu der Berichterstattung und dann habe ich mir gedacht, jetzt lässt man die Leute auch erstmal in Ruhe und lässt sie da machen und dann sehen wir schon, was dabei rauskommt. Und wir sind nicht unbedingt ein News-Podcast. Also wenn wir jetzt eine News-Seite wären oder sowas, würde man sowas dann intensiver begleiten. Aber wir sind, wenn wir über solche Sachen berichten, ja eher immer so die Big-Picture-Menschen und sagen lieber drei Wochen später und dafür umfassen mit einem Blick auf das große Ganze. Von daher habe ich da jetzt auch nicht irgendwie große Insider-Infos, einfach nur, weil ich das nicht weiterverfolgt habe. Dann kommen wir noch einmal kurz zu Gearbox zurück. Da gibt es nämlich noch ein paar weitere Details zu und vielleicht noch einen Eindruck, der da entstehen kann, den ich da berichtigen kann. Denn es wurde damals berichtet, als Gearbox verkauft wurde, so haben wir es damals auch berichtet, dass Gearbox von Embracer gekauft wurde für 1,4 oder 1,5 Milliarden Dollar. Was damals schon extrem schien für Gearbox, meines Eindrucks nach. Ich habe da aber auch noch mal ein bisschen recherchiert und deswegen deutlich mehr Details da zutage gefördert, denn es erschien mir sehr seltsam, dass das Studio jetzt, beziehungsweise die Studios jetzt für 460 Millionen Dollar an Take-Two verkauft wurden, weil das ja schon ein deutlicher Verlust gewesen wäre. Das ist aber im Grunde nicht so. Also wie gesagt, 460 Millionen Dollar ist jetzt der Preis, den Take-Two bezahlt hat an Gearbox. Wenn man sich mal aber anguckt, 2021 als Embracer Gearbox gekauft hat, haben sie 363 Millionen Dollar bezahlt. Die Hälfte davon in Embracer-Aktien, was rückblickend ein guter Deal war, weil Embracer-Aktien waren 2021 deutlich mehr wert als heutzutage. Und die weiteren Zahlungen im Umfang von etwas mehr als 1 Milliarde Dollar, die waren dann an halt finanzielle Ziele über die nächsten 6 Jahre geknüpft und fanden dann auch deutlich zum damaligen Zeitpunkt eben, waren an die Aktien gebunden. Das heißt, eine Milliarde Dollar an Aktien, beziehungsweise an die Hälfte 500 Millionen Dollar an Aktien für Embracer sind ein sehr anderer Betrag 2021 als 2023, weil da wurde halt die Menge der Aktien genannt und die waren halt was anderes wert damals, als sie es heute sind. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass Embracer das irgendwie mit einer knappen Milliarde Verlust weiterverkauft hätte oder sonst irgendwas, sondern sie gehen da wohl tatsächlich am Ende noch mit Geld am Ende raus. Das fand ich ganz interessant. Ja, aber, 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 muss man schon dazu sagen, also das ist schon eine Pleite für Embracer, weil das hat ja, also man muss, auch wenn man jetzt so drauf schaut und sagt, aha, die Hälfte haben sie mit Embracer-Aktien bezahlt und die sind heute nichts mehr wert, aber das ist ja trotzdem, damals waren sie das wert und sie hätten ja mit den Aktien auch alle möglichen anderen Dinge kaufen können. Und offensichtlich hat jetzt Gearbox nicht so viel Geld in die Kassen gespült, dass man es behalten konnte. Es hat also nicht irgendwie ausgereicht, diese Investitionen, um sich dann selbst zu amortisieren. Sie haben die ganze Zeit das Studio weiterfinanziert, eine Studie, von dem wir jetzt gelesen haben, dass es irgendwie tausend Leute beschäftigt, das heißt, sie haben enorme Burnrate, also was sie monatlich für dieses Studio, für den Unterhalt bezahlen müssen. Und das alles für letztlich nichts, weil sie es jetzt komplett abgeben. Also das heißt also, als Investment ist es ein kompletter Fehlschlag für Embracer. Das ist natürlich völlig fraglos, dass das, also allein, man sieht man ja bereits daran, weniger als drei Jahre hat es gedauert und wenn du ein solches finanzielles Commitment dann irgendwie gibst, dann machst du das natürlich nicht in der Erwartung, dass du weniger als drei Jahre später das dann schon wieder weitergibst. Sie haben immerhin für sich wohl ein paar der anderen Studios behalten können. Das heißt, das ist auch eine der komplexen Sachen, dass Embracer dann zahlreiche dieser Entwicklungsfirmen umgebaut hat zu Publishern und dann wurde Gearbox selbst zu einer Mutterfirma, denen wiederum zahlreiche Tochterfirmen untergestellt wurden. Und das war bei Gearbox so, zum Beispiel mit Perfect World. Das ist ein Publisher, der aufgekauft wurde von Embracer, der wurde dann Gearbox untergestellt und dann unbenannt in Gearbox Publishing. Das ist tatsächlich ein Studio, was bei Embracer bleibt. Genauso wie die Cryptic Studios, die ebenfalls Gearbox unterstellt waren. Das sind die MMO-Entwickler von Neverwinter Online und Star Trek Online. Und zwei Support-Studios, nämlich Lost Boys Interactive, ist einfach ein Entwicklerstudio, das halt anderen Entwicklerstudios hilft, beziehungsweise unterstützt. Und dann gibt es noch ein weiteres Studio namens Captured Dimensions, die sind für 3D Capture und Scanning verantwortlich. Also ebenfalls bei Supporten dann bei der Spieleentwicklung. Diese unterstützenden Studios, beziehungsweise diese Studios, die in Form dieser MMOs für sicherlich recht niedrige Kosten halt diese Services unterhalten, die bleiben tatsächlich bei Embracer. Take-Two nimmt aber neben den drei Gearbox Studios die Borderlands IP mit, die Tiny Tina's Wonderlands IP mit, Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem und Homeworld. Also im Grunde alle Heavy-Hitters, die man haben möchte, die bekommt hier Take-Two mit. Gut, dass du das nochmal weiter kontextualisiert hast, weil ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass hier Embracer einen Wahnsinns-Deal rausgeschlagen hat und jetzt mit den Fuffis im Club um sich werfen. Es ist immer noch der Prozess halt panisch irgendwie an Geld zu kommen, um sich aus einem unglaublichen Loch rauszubuddeln. Was sie jetzt so langsam, aber zumindest kommunizieren, dass sie es so langsam geschafft haben, Lars Winge, war es Wingeför, ist das richtig? Wingeför auch, ja. Also Wingeför. Wingeför geschrieben, keine Ahnung, wie man den prononciert, ehrlich gesagt. Ja, wir behaupten einfach mal, es ist Lars Wingeför, der hört hier eh nicht zu, keiner kann uns berichtigen. Lars Wingeför hat im Zuge dessen eben genau diese Behauptung zumindest aufgestellt, dass dieser große Prozess der Umstrukturierung damit sein vorläufiges Ende gefunden hat. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht weitere News da noch gibt. Wir haben gerade ja Piranha Bytes genannt, die ebenfalls wo immer noch mehrere Fragezeichen hinterstehen. Das wird viele andere Studios ebenfalls betreffen. Aber diese gigantischen Abverkäufe, wie das eben bei Saber war, wie das jetzt bei Gearbox war, die scheinen jetzt größtenteils abgeschlossen sein und sie scheinen jetzt so ein bisschen die Firmenstruktur zu haben, die sie jetzt erreichen wollten. Was mich ehrlich gesagt überrascht hat, weil so eine Tochterfirma wie Playon, da habe ich ganz schön nervös drauf geguckt, die letzten ein, zwei Jahre. Dass es die dann doch größtenteils noch so gibt, wie es die vor ein, zwei Jahren gab, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Das sind halt, also Playon ist ja Ex-Koch und Koch Media hat ja schon über lange Zeit als der, war ja lange Zeit so der letzte überlebende größere deutsche Publisher. Ich denke mal, die haben bewiesen, dass sie gut wirtschaften können. Vermute mal, da ist dann einfach der Druck, sich davon zu trennen, einfach kleiner. Versus bei Gearbox, meinem Verständnis nach war es bei Gearbox ja auch so, dass man gedacht hat, man könnte Gearbox zu so einem eigenen Publishing-Arm aufbauen. Und deswegen hatten die, glaube ich, auch diese enorme große Mitarbeiterzahl. Dann war ja auch noch, glaube ich, Borderlands 3, also der letzte richtig große Gearbox-Titel. Der war aber noch unter Vertrag bei Take-Two, genauso wie die ganze Borderlands-Franchise, wo ich nicht genau weiß, wie dann tatsächlich jetzt, also wäre jetzt ein Borderlands 4 frei gewesen oder hätte man das auch noch wieder co-publishen müssen mit Take-Two und sich mit denen irgendwelche Einnahmen teilen. Und das ist natürlich dann immer schwierig. Mal abgesehen davon, dass jetzt Embracer ja wahrscheinlich das Problem hatte einfach, sie hatten erstens ein Liquiditätsproblem und ein Burn-Rate-Problem. Das heißt also, sie mussten einfach Leute loswerden, weil sie einfach unglaubliche Kosten haben, wenn sie so viele Leute jeden Monat bezahlen müssen. Und dann auch noch gleichzeitig dem nicht allzu viele Releases gegenüberstehen. Sowas wie das Tiny Tina's Wonderland war ja wahrscheinlich auch schon der Versuch, einfach da nochmal irgendwas zu produzieren, wo man Geld rausschlagen kann. Vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob das war das unabhängig von Take-Two, konnte Embracer das machen und so ein bisschen so, ja, das ist so ein bisschen Borderlands-Universum, aber nicht ganz und keine Ahnung, wie das da funktioniert hat. Und das ist halt schwierig und dann ist es natürlich naheliegender. Das gleiche Ding ist ja auch zum Beispiel mit Saber. Saber, so wie ich das erzählt bekommen habe, hat eine sehr starke Inhouse-Technologie, die insbesondere sehr wertvoll ist, wenn es um Portierungen geht. Da sind die wohl sehr, sehr stark, also mit einer eigenen Engine. Und das ist eigentlich ein großer Wert, gerade wenn du eigentlich so ein Ding bist wie Embracer, das sich vollgesogen hat mit IPs, teilweise so historisch relevanten IPs. Und man hat immer darauf gewartet, dass sie jetzt dieses Papiergeld sozusagen irgendwie mal tatsächlich in Realgeld umwandeln. Die saßen da und die haben sowas wie eine Duke Nukem IP und die Metro-Reihe und sonst irgendwas. Und zu dem Punkt sind sie offensichtlich nie gekommen, weil ihnen zwischendrin ja der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Und jetzt haben sie das ja auch alles abgetreten. Sogar 4A-Games, was ja ursprünglich, glaube ich, bei Koch angesiedelt war, das geht jetzt mit Saber Interactive weg. Und 4A sind ja die, die die Metro-Dinger gemacht haben. Also das, so das eine Ding fast, wo man sagen würde, das war mal eine internationale Erfolgsmarke, die unter Koch dann gelaufen ist. Und das ist jetzt alles weg. Exakt, das ist alles weg. Da bin ich halt sehr, sehr gespannt, weil natürlich die, also es ist so ein bisschen alternativlos aus der eigenen Misswirtschaft heraus gewachsen. Wir haben es ja bereits erwähnt, für alle, die es nicht wissen, die letzten Wochen, Monate zur Berichterstattung, da vielleicht nicht tagesaktuell waren, durch Berichterstattung hat man erfahren, dass es da um eine Zahlung von, ich glaube, es war ein Saudi-Arabischer Fond, der über das Königshaus ging, die ja sehr versuchen, sich in der Videospielindustrie, beziehungsweise in so ziemlich allen Unterhaltungsindustrien, Fuß zu fassen. Und das war auch hier der Fall. Und diese Zahlung, die ist dann halt nicht entstanden. Und wohl wirklich ganz, ganz kurz bevor da die Unterschrift erwartet wurde, gab es dann den Rückzug. Und scheinbar hat man halt ganz fest damit gerechnet, und zwar so fest, dass man auf Pump halt gekauft hat, mit Geld, das man dann vielleicht nicht so sicher in der Tasche hatte. Und dann, als das eben passiert ist, ja, musste offensichtlich die gesamte Firma und Firmenstruktur grundsätzlich, ich würde sagen, ausgehöhlt werden. Soweit sind wir ja wirklich. Also das Embracer 2024 ist was völlig anderes, als es 2022 war. Ja, ja. Also mindestens einen Arm und ein Bein amputiert, ne? Ja, exakt. Das ist schon krass. Also das ist halt, also ehrlich gesagt, also nach allem, was man sieht und weiß und von außen nachvollziehen kann, wurde halt einfach enorm auf Risiko gespielt, ne? Also da wurde alles anscheinend auf diese eine Karte gesetzt. Ich habe das, ich habe ja mit verschiedenen Mitarbeitern von Embracer gesprochen und ich habe immer gefragt, wie konnte das denn überhaupt passieren? Weil wenn man andere große Deals sich anschaut, jetzt zum Beispiel die Übernahme von Activision durch Microsoft, dann gab es dort erhebliche Vertragsstrafen, falls jemand sich aus diesem Deal zurückziehen will. Also hätte Microsoft irgendwann gesagt, ja, tut mir leid, Activision leider doch nicht. Dann hätten sie den ja am Schluss quasi in der maximalen Ausbaustufe eine Milliarde Dollar überweisen müssen. Und genau so sichert man sich dann ab, dass sowas nicht passiert, ne? Also auch Activision ist ja in ein Risiko eingegangen, zu sagen, wir lassen uns hier von Microsoft übernehmen, das hat Auswirkungen auf den Börsenkurs von Activision, ne? Und vor allem, wenn Microsoft sie dann fallen gelassen hätte. Und dagegen hat man sich vertraglich abgesichert. Das ist hier nicht passiert, ne? Und das konnte mir auch kein Mensch erklären. Also warum alles auf diese eine Karte gesetzt wurde, ohne dabei auch noch irgendwo ein Netz und doppelten Boden oder sonst irgendwas, ne? Sondern es wurde nur geschrieben, dass man sich so sicher gewesen sei. Und der Deal sah auch unglaublich sicher aus. Und man hatte am Anfang angeblich sogar noch einen Plan B, den man dann nicht weiterverfolgt hat, weil die Sache so sicher schien. Keine Ahnung, ich bin jetzt sicherlich nicht irgendwo ein Experte, was High-Level-Merger und Acquisitions angeht. Von außen betrachtet wirkt es fahrlässig risikobehaftet. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich unsere Sponsoring- und Werbedeals besser absichere als Embracer ihre 2-Milliarden-Investitionen mit Saudi-Arabien, da ist da irgendwas falsch gelaufen. Also ich sag jedem, wir bei Holy, wir haben auch eine 1-Milliarde-Dollar-Vertragsstrafe auf beiden Seiten. Wenn man da zurücktritt, das muss dann gezahlt werden. Ist ja ganz klar. Ist nur fair, ist nur fair. Ist ja auch ein Dienstausfall, der da eintritt. Weißt du, was wir eine Kohle machen bei Jungs? Also alles andere wird sich ja gar nicht lohnen. Ja, wie gesagt, es ist echt, es ist verrückt, weil wenn man sich das jetzt anschaut, was dann noch übrig bleibt von Embracer, ist schon, da ist schon ein ganz schöner Kreisschlag. Was mich da sehr dann beschäftigt, ist tatsächlich die ganzen Franchises, die jetzt bei denen sitzen. Also sowas wie Deus Ex, sowas wie Metro tatsächlich auch, gehört halt Embracer. Und die sehr, sehr viele wirkliche Kultreihen, die richtig viele Bedeutung in der Kultur haben und auch durchaus kulturbildend waren in der Vergangenheit, die sitzen jetzt halt bei dieser Firma, die aber keine Studios in dieser Form mehr hat, um diese Franchises in der Form zu unterstützen und denen vielleicht auch die Produktionswerte zuzustehen, die sie verdient hätten. Herr-der-Ringe-Lizenz liegt bei denen. Das finde ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ja, wir sind ja gestartet und hatten ganz viele IPs und keine Studios. Dann haben sie angefangen, all dieses Zeug einzukaufen. Man hat sich gedacht, so, ja, okay, geil, jetzt haben sie tatsächlich auch einige Studios, die wirklich was umsetzen können. Und jetzt gibt's wieder die Rolle rückwärts. Und sie haben ja noch was, ne? Das ist ja immer noch hier Eidos Montreal und Crystal Dynamics, glaube ich auch, ne? Ja. Also das sind schon immer noch wirklich Studios mit einem Renommee, wo man sagt, ja, alles klar. Also die haben schon noch Sachen, wo sie Titel hingeben können. Aber es ist schon echt frappierend. Und ich hab so die ganze Zeit immer mal drauf gewartet, dass diese Embracer-Maschinerie tatsächlich anläuft und auch Sachen ausspuckt. Und irgendwie ist denen jetzt der ganze Laden um die Ohren geflogen, bevor das je passieren konnte, ne? Also man hat ja auch gesehen, da gab's ja sogar noch auch ganz komische Sachen, wie das Embracer dabei war, das deutsche Studio Phish Labs auch noch mal zu so einem Kompetenzzentrum aufzubauen. Die haben da ganz viele Leute eingestellt aus aller Welt, also Leute auch mit einer gewissen Seniorität, die ja sogar auch Geld gekostet haben. Und dort war ja ein neues Red Faction in Arbeit, bevor bei Phish Labs dann auch so viele Leute entlassen wurden. Wo man sich aber auch fragt, so, okay, aber wieso baust du das an der Stelle neu auf? Wieso passiert das nicht bei den ganzen schon etablierten, nominell funktionierenden Studios, die du hast? Was machen die alle in der gleichen Zeit? Also das sind so Entscheidungen, wo man das Gefühl hatte, Embracer hatte also solch überzogene Ambitionen, dass sie sich gedacht haben, so, nein, wir haben immer noch nicht genug, sondern wir bauen sogar hier an der Stelle jetzt auch noch für so eine Marke wie Red Faction noch mal ein komplett neues, großes Studio auf, weil wir an den anderen Stellen auch noch mal was anderes machen. Also das ist so eine Gigantomanie, wo man sich echt fragt, weil, keine Ahnung, hätte das jemals funktionieren können? Es wäre fast interessant gewesen, wenn sie diese zwei Milliarden gekriegt hätten, was dann passiert wäre. Hätten sie die auch nur wieder rausgefeuert und einfach noch weiter eingekauft? Oder wäre dann wirklich mal was erschienen? Krass, das habe ich gar nicht gewusst, dass da tatsächlich auch eine solche große Franchise dann bei Fischlabs gelandet ist. Ist natürlich auch etwas durchaus definierendes für den deutschsprachigen Videospielmarkt, wenn wir mal Österreich da auch mitzählen, wo ja viele Studios sitzen über Playon und THQ Nordic. Da wurde natürlich eine Entwicklung über diese eine Firma schon ordentlich in die Kniescheibe geschossen. Wenn ich halt sehe, dass dann wirklich ein deutsches Studio so eine große Franchise wie Red Faction bekommen hätte, das passiert ja auch nicht aller Tage. Das wäre ja durchaus definierend gewesen in meinen Augen, so ein bisschen für die Industrie. Oder möglicherweise kommt es mich ganz auf das Spiel an, am Ende. Ja, also Embracer war, oder nein, hätte super wertvoll sein können für den deutschen Standort und war jetzt umso verheerender für den deutschen Standort. Das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Und mit der kommen wir dann auch zum letzten News-Item für diese Woche. Und da freue ich mich besonders drauf. Denn da habt ihr gerade vor kurzem eine sehr ausführliche Podcast-Folge zu produziert, die ich mir auch angehört habe. Wir reden hier von Sweet Baby Inc. und einer Gamergate-artigen Verschwörung drumherum, die so den Kulturkampf jetzt mal wieder in die Videospielindustrie gebracht hatte. Ein sehr auf die Vereinigten Staaten, auf den ersten Blick fokussierter Kulturkampf, der aber natürlich rausblutet in den Rest der Welt. In meiner Wahrnehmung nach dauert es dann hier immer so drei, vier Jahre, bis es dann so richtig im Mainstream ankommt in Deutschland. Aber wir haben jetzt bereits einen ersten Blick darauf auch bekommen, was dort uns in den nächsten Jahren noch blühen wird. Wir haben hier nämlich eine Geschichte, die bei euch sehr richtigerweise angekündigt wurde als verdummend für alle ZuhörerInnen. Da kann ich unsere ZuhörerInnen beruhigen, denn die hören standardmäßig bereits Hooked.fm und mich reden. Das heißt, die Verdummungsgefahr ist bei uns deutlich geringer, als sie bei euch ist. Die ganze Geschichte dahinter ist nämlich so verrückt, dass sie eigentlich nicht glaubwürdig erscheint, wenn man denn nicht weiß, was damals bereits bei Gamergate abging. Und wir haben bei Hooked da bisher noch gar nicht so groß drüber gesprochen. Und auch da könnte ich gleich gerne mal mit dir mich drüber unterhalten, wenn man da über die Berichterstattung spricht. Es war jetzt kein bewusstes, darüber dürfen wir nicht reden, da muss man aufpassen oder sonst. Es ist weniger aus dem entwachsen, als aus ein, zwei anderen Gedanken bei mir zumindest. Aber ich habe die Chance sehr gerne wahrgenommen, mit dir dann ein bisschen darüber zu reden, André. Okay, könntest du vielleicht allen Leuten, die jetzt gar nicht wissen, worüber zum Teufel ich rede, so einen kurzen Überblick geben, was denn die Prämisse hier ist? Was ist das Problem? Warum sind Leute wütend? Und, also wenn ich vielleicht das vorwegnehmen darf, wieso ist diese Wut vielleicht jetzt nicht unbedingt im Thema selbst nur begründet? Okay, also ich versuche mich an der Kurzfassung. Der Sachverhalt ist eigentlich so, es gibt auf Steam einen Kurator, wer nicht weiß, was das ist, man kann auf Steam quasi, kann jeder ein Kurator werden und dann kannst du halt sagen, ich empfehle Spiele oder ich warne vor bestimmten Spielen aus Grund XY. Also ich weiß nicht, ob ihr das macht, viele Magazine haben so einen eigenen Kurator angelegt und sagen einfach so, hier, da sind nochmal unsere Spielebesprechungen auch noch in Form dieses Kurators. Und da gab es jetzt einen, der nennt sich Sweet Baby Inc. Detected und der warnte vor Spielen, an denen eine Firma namens Sweet Baby Inc. beteiligt war. Und jetzt fragt man sich, was ist das? Und stellt fest, das ist ein Narrative Consulting Studio aus Kanada, so eine 15-Mann-Firma, die Firmen berät bei der Entwicklung von Spieleerzählungen, bei Stories sozusagen. Und die haben einmal die Funktion von so einem ganz normalen Narrative Consultant. Das heißt, du kannst die anheuern und sagst so, hier, ich brauche 95 Item-Beschreibungen, mach mir die. Die machen aber auch etwas, das nennt sich Sensitivity Reading und Sensitivity Reading ist etwas, das gibt es schon ewig. Und das in der Kurzfassung, das sind Leute, die dich beraten, wenn du soziopolitisch heikle Themen oder möglicherweise heikle Inhalte in deinem Spiel hast, die können die für dich begutachten und dann für dich eine größere Sicherheit schaffen, dass du nicht in irgendwelche Fettnäpfchen trittst. Das allersimpelste Beispiel ist, du hast dich entschlossen, dass deine Hauptfigur in deinem Computerspiel ist halt eine, weiß ich nicht, eine schwarze Frau zum Beispiel und du sagst so, hey, könnt ihr euch das bitte mal anschauen? Ich möchte nicht, dass ich hinterher an irgendeiner Stelle etwas habe, wo die Leute sagen, da hast du jetzt einen rassistischen Stereotyp reproduziert oder du bist irgendwie kulturell unsensibel gewesen. Und dafür heuert man Sensitivity Reader an. Und die Story, die sich dann daraus entsponnen hat, ist im Kern die, dass gesagt oder geglaubt wurde, Sweet Baby Inc., weil sie diesen Service anbieten und weil sie auch, sagen wir mal, im Außenauftritt so ein bisschen aktivistisch unterwegs sind, die sind dafür zuständig und verantwortlich, dass so viele Spiele jetzt, Anführungsstriche, Vogue geworden sind. Und das war der Kern. Deswegen warnte dieser Kurator vor Spielen, an denen Sweet Baby Inc. in irgendeiner Form beteiligt war. Und der Punkt, wo es jetzt schon von Anfang an idiotisch wird, ist, der Mensch hinter diesem Kurator ist ein Brasilianer, der unter dem Namen Caputus auftritt. Und der hat sich interviewen lassen an einigen Stellen und hat dort schon selbst sogar erklärt, dass diese Titel, mit denen das losging, Titel sind, die er selber nie gespielt hat. Also er hat quasi, also seine Entrüstung über das Wirken von Sweet Baby Inc. basiert auf Erzählungen anderer Leute über diese Spiele. Er kann das auch selber gar nicht häufig wirklich artikulieren, was an diesen Spielen tatsächlich jetzt überhaupt so schlimm und vogue sein soll. Also ein Beispiel davon ist so was wie God of War Ragnarok oder so was, wo dann die Kontroverse ist, dass Kratos jetzt kein harter Krieger mehr sein soll, sondern er ist jetzt Vater und wird irgendwie verweichlich. Fellas, is it woke to be nice? Also, wie gesagt, also ich weiß nicht, an welcher Stelle hier das Vaterschaft auf einmal woke geworden ist, ehrlich gesagt. Also ich habe immer gedacht, dass ein Mann, der seinen Sohn dazu auch erzieht und ausbilden möchte, in einer harten Welt zu überleben, dass das quasi ein maskulines Urbild ist, ein Archetyp sozusagen. Aber offensichtlich ist das etwas, wo viele Leute schon irgendeine Art von Vogue Agenda vermuten oder die Darstellung von Thor, weil der halt eher jetzt nicht aussah wie Chris Hemsworth mit Apps, auf denen du Wäsche waschen kannst, sondern er ist halt pummelig und sonst irgendwas und er ist halt versoffen und ein schlechter Vater und da sieht man dann eine Vogue Agenda, wo eigentlich ganz klassische Storytelling-Mechanismen am Werk sind. Also auch zum Beispiel das Kratos, dass da ein Autor sitzt und sagt, was ist denn das quasi das beherrschende Merkmal von Kratos? Das ist diese unbändige Wut und es ist doch ein interessanter Character-Arc, also die Weiterentwicklung einer Figur, die ihre eigenen, auch inneren Dämonen überwinden muss. Das ist ein absolutes Standardwerkzeug jedes Autoren und dort bei Kratos zu sagen, die innere Aufgabe, die Challenge, die dieser Held bewältigen muss, ist diese Wut nicht an sein Kind weiterzugeben, weil diese Wut so destruktiv ist, dass auch Kratos darunter nur gelitten hat. Also Kratos hat ja quasi im Blutrausch seine erste Familie selbst umgebracht. Das ist die Backstory von Kratos, also er wurde da von den Göttern quasi hinters Licht geführt sozusagen, aber das ist seine Origin-Story und daher ist es total folgerichtig eigentlich in der Erzählung, aber wie gesagt, das heißt also jemand, der diese Spiele nicht gespielt hat und der auch nicht definieren kann, was tatsächlich Sweet Baby Inc. in diesen Spielen gemacht hat, das weiß er nicht, das weiß diese gesamte Community nicht, die sich unter diesem Kurator versammelt hat. Es gibt Spiele wie Assassin's Creed Valhalla, wo sie wissen, dass Sweet Baby Inc. mitgearbeitet hat und wo sie selber bis heute rätseln, was denn daran überhaupt Vogue sein soll. Also das, es gibt einen Discord-Server, der sich darum gebildet hat und ich habe eine Zeit lang dort die Diskussionen mitverfolgt und da kann man halt eben genau solche Dinge beobachten, dass dort dann darum gerungen wird, dass die Frage im Raum steht, was ist denn, was haben sie denn da eigentlich kaputt gemacht und es gibt eben Titel wie das Valhalla, wo einfach auch niemand eine wirklich plausible Antwort präsentieren kann, weil man dort wirklich nichts entdecken kann. Und das ist also jetzt hier dieses Feindbild und dann blutet das noch ein bisschen aus, dann werden möglicherweise kontroverse Tweets von Mitarbeitern oder GDC-Vorträge von den führenden Köpfen von Sweet Baby Inc. irgendwie ausgegraben, um wenigstens dort dann fündig zu werden und auf irgendwas deuten zu können, wo man sagt so, ja, aber das ist doch, da sieht man es doch. Ich würde auch noch den Kontext vielleicht sogar noch ein bisschen weiterspannen, weil ich habe den Eindruck, dass das auch sehr im Zuge dieser aktuellen Dog Whistle der extremen Rechten in den USA geschieht, wo es sich ja gerade komplett um DEY dreht. DEY, falls ihr das nicht wisst, das ist die Abkürzung für Diversity, Equity and Inclusion und da geht es halt um Politik beziehungsweise generell um Maßnahmen, um eben ein inklusives in irgendeiner Art ein inklusives Ziel zu erreichen. Affirmative Action in den USA zählt dazu, da zählen halt viele, viele Dinge zu, die einfach, also einfach Dinge, die sich da drum bereden, diese drei Punkte, Diversität, wie würdest du Equity vernünftig übersetzen? Teilhabe. Ich hätte vorher überlegen sollen. Dankeschön. Und halt Inklusion, um diese drei Sachen zu fördern und das ist so, ich würde es als Dog Whistle bezeichnen aktuell, was vorher Critical Race Theory war in den USA, ist jetzt gerade DEY, das sind einzelne Begriffe, die sich geschnappt werden, um quasi Wege zu finden, um zu sagen, ich mag es nicht, wenn halt nicht weiße Menschen oder Kulturen repräsentiert werden, will das aber so nicht sagen, also muss ich was anderes kritisieren, dann war es mal Critical Race Theory, jetzt ist es DEY und ich habe den Eindruck, dass das gerade rund um Sweet Baby Inc. sehr im Zuge dessen geschieht, ich weiß jetzt nicht und will auch nicht behaupten, dass es von Anfang an, also als wir über die Steam-Gruppe geredet haben, diese Curator Group, dass es von Anfang an im Zuge dessen geschehen ist oder es eine Verbindung gab, ich glaube aber, dass es diese extreme Größe erreicht hat, weil es da eben sehr in den Zeitgeist gepasst hat und weil du sehr, sehr einfach, indem du dir Stichpunkte durchliest, diesen Eindruck gewinnen kannst, falls du sowieso schon dieser Meinung bist, ja, falls du irgendwie morgens aufwachst und dir denkst, ach, ich fühle mich, ich als weißer Mann fühle mich gerade irgendwie unterrepräsentiert und irgendwas ist da, was mir das Gefühl gibt, dass andere Geschichten, Kulturen, Figuren immer mehr Fokus gewinnen, dann kannst du sehr einfach dir auf Reddit einen Thread durchlesen und einen Post durchlesen, der dir erklärt, guck mal, hier gibt es diese Woke-Firma und die Sony-Studios, ja, Spider-Man-Entwickler gehen zu denen hin und sagen, guck mal, wir haben hier eine tolle Spider-Man-Geschichte, kannst du mal ein paar schwarze Menschen hinzufügen, die bitte aber auch in irgendeiner Art und Weise weiter noch divers sein sollen und dann fügen sie die da hinzu und machen das Spiel kaputt. Ich sehe total, wie dieses Narrativ sehr einfach aufgebaut werden kann und dann sehr, sehr einfach Millionen von Menschen erreichen kann, die dann ebenso einfach sich das packen und sagen, jawohl, so ist das. Aus den Gründen, die du bereits genannt hast, ist das natürlich Quatsch. Also du musst ja, also eigentlich reicht als Recherche mittlerweile schon einen Wikipedia-Artikel aufzumachen, was selten das Ende einer Recherche sein soll. Aber hier würde es tatsächlich reichen, um zu merken, also irgendwas stimmt da nicht. Weil eines der weiteren Spiele, du hast gerade God of War als Beispiel, beziehungsweise God of War Ragnarok, was ein tolles Beispiel ist, weil aus all den Gründen, die du genannt hast, finde ich es wahnsinnig amüsant, da eine woke Agenda hineinlesen zu wollen. Ein Spiel, was aber ebenfalls dafür kritisiert wurde vor kurzem, war Suicide Squad. Und zwar, das hat sich so ein bisschen darum gedreht, dass immer wenn du deine Hub-Gegend betrittst oder verlässt, dann ist da oben so ein Banner, wo irgendwie, ich weiß nicht, was das genaue Zitat war, aber es ist im Grunde all heroes are welcome, ja alle Helden sind hier willkommen und da war so eine Rainbow Flag neben. Und da müssen die armen Leute immer dran vorbei rennen, jedes Mal, wenn sie halt zurück in dieses Hub-Level laufen, was Leute natürlich sehr, sehr wütend gemacht hat. Und dann haben sie gesehen, aha, guck mal, Sweet Baby Ink hat auch bei Suicide Squad mitgearbeitet, das heißt, die Offenbarung ist natürlich eine offensichtliche, nämlich Sweet Baby Ink hat dieses Banner persönlich aus Paint in das Spiel reinkopiert, langgezogen und das war es fertig abgegeben. Es reicht dann aber ein Blick eben auf die Website von Sweet Baby Ink oder eben auf die Wikipedia, wenn man sich anguckt, was habt ihr denn an Suicide Squad gemacht? Und da ist eben das, was du gerade auch zu Anfang erwähnt hast, sie haben halt unterstützend beim Writing geholfen mit, ich nenne das jetzt mal so, also das ist nicht negativ gemeint, aber es ist im Kern Füllmaterial, es sind Audio-Logs, es sind die Quips von NPC-Charakteren, wenn du an denen vorbeirennst oder wenn sie darauf reagieren, dass du sie anschießt oder sonst irgendwas. Das haben sie für Suicide Squad gemacht, aber wenn du mir auf den ersten Blick sagst, hey, guck mal, die haben da mitgearbeitet und es gibt dieses Banner da, da ist die Outrage so ein bisschen vorprogrammiert, habe ich das Gefühl. Ja, das ist alles relativ albern, also ich meine, man muss dazu sagen, da wurde auch Cutscenes, das steht auch auf ihrer Liste von Dingen, an denen sie mitgearbeitet haben und dann wurde daraus ja auch wieder direkt gesponnen, also ein großer Stein des Anstoßes war ja auch der Umgang mit den klassischen DC-Helden, weil man ja hier die Justice League umbringt und dann wird ja auch noch der Batman aus den Arkham spielen und so weiter und dann das wurde dann quasi auch direkt dann auf die auf den Dettel von Sweet Baby in gesetzt, was halt lächerlich ist, also eine Beratungsfirma hat erstmal nur so weit Einfluss, dass sie überhaupt nur Dinge vorschlagen kann, also das Schicksal von Consultants ist größtenteils, dass sie ignoriert werden, ich kann das sogar aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mal als Story Consultant gearbeitet habe vor inzwischen 20 Jahren fast oder sowas und sogar bei ein, zwei größeren Titeln und was dir am häufigsten passiert, ist, dass du sagst, ja pass mal auf, ich würde das und das und das machen und dann sitzt da ein Team und sagt, danke schön, ja cool, wir werden das so einfach mal berücksichtigen und wir werden nochmal drüber reden und am Schluss machen sie gar nichts, wirklich, die machen dann halt einfach trotzdem ihr Ding. Die Idee, dass ein Studio auch noch mit dem Standing von Rocksteady sich von einem kleinen Studio, das sie anheuern auch noch, genau zu einem bestimmten Zweck dort so irgendwas pushen lässt, ist lächerlich. Also es ist wirklich vollkommen lächerlich, weil da sind so viele Stakeholder alleine schon in diesem Studio, Leute, die halt auch alle wissen, welches, welches Renommee sie haben, die dann selber Ansprüche und Ideen haben, die lassen sich da nicht reinreden und dann sitzt da oben drüber noch das gesamte Studio Management inklusive Marketing und dann sitzt da auch noch ein Lizenzgeber und das wird halt so abstrus, das kann man nur glauben, wenn man entweder wirklich gar keine Ahnung hat, wie sowas abläuft in der Realität, was sein kann oder wenn man das halt willfährig zur Seite schiebt, um dieses Narrativ zu bedienen und ich habe meine Interpretation oder meine Lesung des Ganzen ist tatsächlich, dass es so eine Auflösung von kognitiver Dissonanz ist. Ich finde, man sieht das auch, man hat den gleichen, diesen gleichen, diese irrige Fantasiewelt, in der sich ja auch viele, zum Beispiel AfD-Anhänger wähnen, die ja dachten, vielleicht bis heute denken, sie vertreten irgendeine Form von schweigender Mehrheit im Lande und für die es ja dann auch deswegen so wichtig war, als diese ganzen großen Demos gegen Rechts und die AfD insbesondere in Deutschland abgehalten wurden, dass irgendwie zu Computermanipulationen umzudeuten. Das ist ja dann alles KI-Bilder gewesen, alles gefaked oder sonst irgendwas und schau mal da, der Baum ist doch zweimal da, weil das natürlich völlig gegen ihre Weltsicht verstößt, weil sie ja dachten, es denken ja alle heimlich so wie sie und sie sind nur die Mutigen, die sich trauen, das auszusprechen und hier sieht man, finde ich, das Gleiche, wo Leute tatsächlich anscheinend dachten oder denken, in den Entwicklungsstudios sind eigentlich heimlich alle ihre Ansicht und die sind irgendwie durch äußere Umstände oder sonst irgendwas gezwungen, da jetzt so eine Regenbogenfahne einzubauen und das ist halt falsch, das ist halt völliger Unsinn, wenn man sich so lange in der Industrie bewegt, wie ich das tue oder wie wir das tun, weiß man das auch, also die Computerspielindustrie, vielleicht sogar die gesamte Tech-Branche ist eigentlich schwerpunktmäßig eher progressiv. Das sind Leute, die sind erstens Künstler und die sind zweitens haben den relativ hohen Bildungsstand und die sind auch noch, weil sie ja logischerweise sind halt Tech-Positive, also quasi so aktuellem zugewandt, die sind halt tendenziell nicht konservativ. Klar gibt es die auch. Es gibt auch konservative Entwickler, aber die absolute Mehrheit ist es nicht. Es gibt außerdem schon jetzt langjährige Inklusionsbestrebungen. Das heißt also, man hat gemerkt irgendwann, wir machen Spiele die ganze Zeit nur für eine männliche Zielgruppe und Spiele werden immer teurer, aber diese Zielgruppe wächst nicht im gleichen Maße mit und damit wir weiter Computerspiele noch teurer machen können, muss die Zielgruppe wachsen und das erste, das naheliegendste war natürlich auch mehr eine weibliche Zielgruppe einzuschließen und hat deswegen extreme Bemühungen unternommen, erstens die Spiele besser auch an Frauen zu vermarkten und zweitens in der Industrieanstrengung unternommen, um viel mehr Frauen in die Industrie zu holen, weil logischerweise es manchmal ganz hilfreich ist, wenn Frauen an den Spielen mitarbeiten, wenn sie hinterher auch Frauen interessieren sollen. Und das hat Auswirkungen, logischerweise. Und das ist aber eine Mischung aus erstens der Weltanschauung der Industrie, so in Summe, und zweitens einfach reinem Kapitalismus. also man sitzt da und sagt halt einfach, wir müssen das an viel mehr Menschen verkaufen können und das ist es und das anzuerkennen oder einzusehen, dass diese Macher der Spiele da nicht sitzen und heimlich die gleiche Meinung haben wie man selber, das ist offensichtlich etwas, was einfach, es gibt ja diesen Begriff der kognitiven Dissonanz, das ist also, wenn das Anerkennen einer bestimmten Tatsache, wenn das für dein Selbstbild quasi sehr schädlich wäre, dann wehrt sich dein Gehirn ein bisschen dagegen, weil es ist Arbeit und es ist schmerzhaft einzusehen, dass du die Welt bislang irgendwie falsch beurteilt hast und deswegen ist uns allen sozusagen mit in die Wiege gelegt, dass unser Gehirn lieber gerne einfache Sachen macht und es arbeitet gerne mit Schubladen und es möchte nicht gerne den Aufwand betreiben, jetzt irgendwie alle Schubladen neu zu sortieren und neu zu etikettieren und deswegen versuchen wir das alles irgendwie da so reinzupressen und deswegen sitzt man halt dann da und sagt so, nein, das kann nicht sein, die werden gezwungen, es gibt da irgendeine, irgendwelche düsteren Strippenzieher oder sonst irgendwas, aber eigentlich, eigentlich wollen die es so machen, wie ich will und das ist halt einfach falsch. Aber deswegen biegt man sich die Wahrheit irgendwie so zurecht, dass es dann doch wieder passt. Da bin ich auch ganz froh, dass es zumindest vereinzelt, nicht so umfänglich, wie ich mir das gewünscht hätte, aber vereinzelt auch durchaus von Entwicklerseite ja da einen Kommentar zugab, der das halt berichtigt hat. Also vor allen Dingen bei Ellen Wake 2 war das ja, weil dort eben die Theorie, ich würde sagen, die Verschwörungstheorie halt war, dass der Hauptcharakter Saga Anderson halt nur eine schwarze Frau ist, weil quasi Sweet Baby Ink dazukam und gesagt hat, warte mal, könnt ihr die Frau mal schwarz machen? Liebe Grüße, ciao. Was natürlich Schwachsinn ist, was vielleicht so einen extra noch Glaubwürdigkeit gewinnt, weil es mal einen Teaser gab für Ellen Wake 2 in Quantum Break, wo es den Charakter Saga Anderson auch gab, die damals noch all von einer weißen Frau dargestellt wurde. Das war aber auch bevor die Story von Ellen Wake 2 in der heutigen Form überhaupt entstanden ist. Das war noch ein früherer Bereich und da hat tatsächlich Game Director Kyle Rowley auf Twitter öffentlich gesagt, nein, das ist Blödsinn. Also, dass Saga Anderson der Charakter ist und die Figur ist, die sie heute ist, liegt nicht an einer separaten externen Firma wie Sweet Baby Ink, sondern das war unsere Entscheidung. Das war auch etwas, was du gerade erwähnt hast und etwas, was ich auch noch mal betonen möchte, ganz besonders. Das ist eine Umkehrung in der Arbeitsweise und in der Reihenfolge der Arbeit, weil eben nicht die Entwickler zu Sweet Baby Ink hingehen und sagen, so, wir haben hier eine Geschichte gebaut, die Geschichte ist toll, wir wollen sie so veröffentlichen, wir haben aber zu wenig schwarze Frauen hier drin. Kannst du mal sagen, welchen Charakter wir in eine schwarze Frau verwandeln sollen oder kannst du ein paar Charaktere hinzufügen, die in irgendeiner Art und Weise unsere Diversitätsforderungen erfüllen. Sondern es ist stattdessen so, dass es diese Figuren bereits gibt und sie geschrieben werden von den Studios und von den Writern und sie integriert sind in die Geschichte und dann eben an Sweet Baby Ink oder verschiedensten Filmen dieser Art, es ist ja gerade einfach random, dass es diese Firma ist, die da die Aufmerksamkeit bekommt, die negative, da hingehen und sagen, hey, wir haben hier diese und diese und diese Charakter, könnt ihr da uns in irgendeiner Weise halt beraten, zur Seite stehen, Sensitivity Training gehört dazu, könnt ihr uns irgendwelche kulturellen Touchstones weitergeben, könnt ihr für diesen Charakter das schreiben, könnt ihr drüber gucken, verschiedenste Formen halt und verschiedenste Intensitäten, aber es ist eben nicht so, dass eben gesagt wird, so, wir haben das hier, jetzt fügt mal das da ein, wo ihr wollt und wir schreiben dann, I guess, die Geschichte darum neu. Das ist ja Quatsch, also, das sollte eigentlich offensichtlich sein, dass man so keine Geschichten schreiben kann. Man muss sich das auch überlegen, also auch zum Beispiel, das Beispiel Remedy ist ja auch so ein Schlagendes eigentlich, Sam Lake ist einer der wenigen Star-Autoren der Branche, also wie viele Videospiel-Autoren kann man aus dem Kopf namentlich benennen als normaler Gamer auf der Straße, das sind nicht viele, dass Sam Lake sich irgendwo die jetzt in die Feder diktieren lässt, dass er bitteschön, also es geht ja vor allem dabei nicht nur darum, dass erstens Saga Anderson eine schwarze Frau ist, sondern es geht ja auch darum, dass Alan Wake in seinem eigenen Spiel die zweite Geige spielt und die Frau da jetzt so viel Raum bekommt, das ist ja auch noch ein weiterer Punkt, der dort angesprochen wird und zu glauben, dass das jetzt irgendwo, das ist ja völliger Unsinn. Also die Idee, dass jemand in der Position, in dem Unternehmen, mit dem Standing, sich derartig quasi da in irgendeine Richtung schieben lässt, ist halt albern. Ich habe ja für den Podcast, habe ich im Vorfeld als Recherche mit verschiedenen Leuten gesprochen, die tatsächlich direkt mit Sweet Baby Inc. zusammengearbeitet haben. Kann ich sogar, habe ich bei uns, glaube ich, gar nicht erzählt, so quasi exklusiv hier bei dem Remedy-Ding, was ich gehört habe, ist Sam Lake war befreundet mit Lance Reddick, also dem Schauspieler, der jetzt ja unlängst verstorben ist und der sollte ja die Rolle von, wie hieß der, Mr. Hand oder so, dieser Showmaster, jedenfalls in Alan Wake 2 spielen und der war schwarz und dementsprechend, weil diese Figur, Achtung, Spoiler, wie sich hinterher im Spiel dann rausstellt, die Tochter dieser Figur ist, musste die halt auch schwarz sein und das, so kam das und diese Trivialitäten tun sich überall auf. Immer wenn du nachfragst, was war denn jetzt der Gegenstand eurer Zusammenarbeit, war das so ein Ding so, ja, also man, man muss ganz ehrlich sagen, es ist häufig einfach so ein Arsch absichern von Studios, die halt da sitzen und sagen, okay, wir wissen gerade in den USA, es ist eine sehr polarisierte Stimmung und man kann sich da sehr leicht in die Nesseln setzen, also bezahlen wir lieber jemanden, der da nochmal drüber schaut und sagt, wo sind möglicherweise Problemfelder und ganz häufig stellt sich dann raus, es passt schon und dann gibt es vielleicht nochmal Input in Richtung dieses oder jenes, dieses könnte man noch machen und das wäre vielleicht schön oder da könnte man nochmal dieses und aber ob das die Studios hinterher machen oder nicht, das ist deren Entscheidung und entweder die sagen, ah ja, das ist eine ganz coole Idee oder nicht und die konkreten Änderungen, die mir dann berichtet wurden, also weil mir ging es vor allem darum, jetzt einfach mal das zu machen, was dieser Steam-Kurator ja eben nicht tut, nämlich mal ganz konkret zu fragen, was war denn das, was war denn die handfeste Auswirkung von dieser Zusammenarbeit mit Sweet Baby Inc. auf euer Produkt, was war letztendlich etwas, das wäre so nicht im Spiel gewesen, wenn nicht Sweet Baby Inc. in irgendeiner Form Input geliefert hätte und das waren Petitessen, das war, ja, wir haben die Darstellung von Rasterlocken in unserem Spiel verändert und das wirklich Gewichtigste war etwas, wo jemand gesagt hat, wir haben den Namen eines Protagonisten, also deiner Hauptfigur im Spiel, verändert, weil die uns gesagt haben, in dieser geografischen Region passt euer Name nicht, so heißen Figuren dort nicht, wenn die von dort stammt, dann könnte die so oder so heißen und ich meine, also, ja, also wahnsinnig spannend, also vielen Dank für diese Einblicke, der Charakter, den du meintest, das ist Mr. Doar, der basiert halt auf der Figur, die auch von Lance Reddick in Quantum Break gespielt wurde, Martin Hatch, hieß er da und jetzt heißt er Wall in Door und ist so, ist das der gleiche Charakter? Ja, nein, ja, ist es, sage ich euch einfach mal und den meintest du da in dem Kontext von Alan Wake und das ergibt ja auch total Sinn, ne, also, das ist ja das, das Bescheuerte bei Saga Anderson und nicht das Bescheuerte bei Figur, sondern das Bescheuerte rund um die, die so herbeibeschworene Outrage da drumherum, dass es so völlig logisch ist, dass sie der Charakter ist, der sie ist, weil du sagst es ja, sie spielt die Tochter einer Figur, die ebenfalls schwarz ist, so, it makes sense, ne, allein aus der Logikperspektive ergibt es Sinn, es muss nicht so sein, aber es ergibt Sinn, aber eine Verschwörungstheorie ist dann halt irgendwie spannender, wenn sie dann die eigene, wie du sagst, kognitive Dissonanz so ein bisschen befüttert, ne? Ja, wie gesagt, also es ist halt alles so ein, also, wie gesagt, das ist so meine Erklärung für etwas, weil es zutiefst irrationales, unlogisches Verhalten ist, ne? Und, das ist einfach meine Interpretation, wie kommt sowas zustande, weil viele Dinge sind schlagend offensichtlich und man müsste meinen, dass sobald die Menschen darauf hingewiesen werden, wie abstrus das alles ist, ne? Also die Vermutung, welchen Einfluss so ein Mikro-Support-Team hat, die größtenteils auch für vergleichsweise banale Aufgaben herangezogen werden, dass das absurd sein muss, müsste den Leuten sofort einleuchten. Dann eben auch, wenn man sagt so, ja, wir haben jetzt mit den Leuten konkret gesprochen und es ergibt sich überhaupt keine Hinweise, dass dort jemals irgendwo, ich habe jetzt natürlich nicht mit jedem einzelnen Studio gesprochen, wo die jemals irgendwo mitgewirkt haben, aber es gibt keinerlei Indizien, dass die jemals einen auch nur ansatzweise relevanten Einfluss auf ein Endprodukt hatten. Aber das wird alles komplett ja ignoriert und weggewischt. Und wie gesagt, also da vermute ich, dass wenn einfach so die Bereitschaft, simple, rationalen Argumenten überhaupt nicht mehr zugänglich zu sein, also wenn das komplett wegfällt oder sowas, dann muss es dafür halt irgendeine Art von psychologischen Grund geben. Das war ja letztlich, Entschuldigung, wollte ich nicht gut zerbrechen, ich dachte, du warst fertig. Achso, nee, ich wollte nur sagen, also das war halt hinterher letztlich auch so ein Ding, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, du warst kurz davor, das anzusprechen, diese Frage, war halt auch so einer der Beweggründe hinterher, als wir darüber diskutiert haben, ist das etwas, worüber wir überhaupt berichten, oder ist das was, wo es besser ist, einfach das sozusagen liegen zu lassen und dem nicht noch zusätzliche Aufmerksamkeit zu schenken? Ja, ganz genau darauf wollte ich gerade noch mal hinauskommen, weil das wollte ich halt jetzt betonen, dass ich da diese Herangehensweise sehr, sehr toll finde, denn ihr seid hier in der Position, dass ihr Kontakte habt, die nicht selbstverständlich sind, die ja auch für jetzt, also die kann ich jetzt für mich nicht so behaupten, ich habe jetzt nicht gerade, ich hätte jetzt nicht die Idee sofort, wie ich etwa eine solche, einen solchen Eindruck über die Arbeitsweisen von Remedy gewinnen würde, ich glaube, ich würde da jetzt erstmal nicht die Kontakte haben, um die Information zu bekommen, sodass wenn wir bei Hook darüber reden würden, was wir im Grunde schlicht und ergreifbar machen würden, was jetzt auch nicht, dem bin ich jetzt nicht grundsätzlich negativ gegenüber eingestellt, aber der, es wäre jetzt auch nicht wahnsinnig hilfreich oder sinnvoll, glaube ich, was wir machen würden ist, wir würden halt zu unserer Bubble quasi unsere Eindrücke, ihr unsere Eindrücke wiedergeben, die sich komplett überschneiden würden mit den Eindrücken, die alle unsere ZuhörerInnen bereits haben, ohne dem jetzt große neue Informationen geben zu können, sondern wir könnten mit den gleichen Infos, die jeder andere hat, sagen, das erscheint uns dann doch ziemlich blödsinnig. Das ist aber ja bei euch nicht geschehen und das geschieht ja bei euch nicht, sondern was ihr wirklich macht und was du da gemacht hast, ist ja wirklich mal diese konkreten Informationen ranzuholen und konkrete Beispiele nennen zu können. Und das ist ja etwas, was fast gar nicht passiert. Also alles bleibt ungefähr, alles bleibt eine Theorie, die dann mit anderen Theorien beantwortet werden. Und ja, die eine Theorie ist offensichtlicher Blödsinn und die andere Theorie erscheint sehr offensichtlich sinnvoller. Aber es ist dann noch mal was anderes, als konkrete Beispiele nennen zu können und aus konkreten Informationen zugreifen zu können, die eben von diesen Entwicklern und EntwicklerInnen selbst kommen. Deswegen da ein großes Kompliment zu und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Arbeit tatsächlich. Das ist nett, dass du das sagst. Es ist halt schon so ein Ding. Also ich bin, es war schon viel Diskussion auch im Hintergrund, ob wir das jetzt machen oder nicht. Ich bin grundsätzlich eh ein Fan davon abzuwägen, ob überhaupt berichtet wird, wenn es erkennbar um Unsinn geht. Das war den Grund, dass Berichterstattung in den Medien dem Ganzen ja erstmal eine Relevanz zuspricht. Also zumindest sollten Medien nicht über Irrelevantes berichten, auch wenn sie das immer öfter tun. Und man kann in vielen Fällen dann auch einfach sagen, sorry, das ist jetzt intellektuell gar nicht satisfaktionsfähig. Das adle ich nicht mit einem Kommentar oder dergleichen. Der Nachteil dann ist natürlich bei sowas, dass diese Dinge dann unwidersprochen im Raum stehen bleiben und sich dann durch so die endlose Wiederholung so ein steter Tropfen höhlt den Stein-Effekt einstellen kann. Gerade die verschwörungstheoretischen Aspekte bemühen dann auch immer dieses Klischee, dass die Mainstream-Medien irgendwelche Dinge aufgrund einer Agenda unter den Teppich kehren wollen. Und das heißt also erstmal, sobald sowas, es muss eine gewisse Sichtbarkeitsschwelle überschreiten, bevor meiner Meinung nach dann halt einfach so ein gewisser Berichterstattungsdruck entsteht, um seinen Usern eine Einordnung anzubieten, bevor sie damit nur über Kanäle von Bad-Faith-Actors in Kontakt kommen können. Also Leute, die die Wirklichkeit absichtlich verfremden. Und ein Grund, warum auch zum Beispiel vernünftige und verständige Menschen bei uns nachgefragt haben, was da denn jetzt los sei und was denn damit los ist und warum wir darüber nicht berichten oder sowas, ist halt, dass sie diese Erzählung nur unvollständig und teilweise mutwillig verfremdet erreicht hat, oft über Social Media. Und wenn man den Leuten den kompletten Kontext darlegt, dann sagen die auch relativ schnell, ja gut, okay, das ist natürlich Quatsch. Und das ist so ein Beweggrund, wo ich sage, okay, eine Einordnung ist sinnvoll. Auch weil ich gemerkt habe, ich überschätze häufig, wie informiert User wirklich sind. Wir stehen ja ständig in Kontakt mit Leuten, die in einzelnen Spielen und auch vielleicht auf der Ebene von ganz konkretem Game Design bei ihrem Spiel eine Expertise mitbringen, die die des durchschnittlichen Spielejournalisten sogar weit übersteigt. Und dadurch entsteht dann häufig mal so ein bisschen der falsche Eindruck, dass das der durchschnittliche Spieler ist, ist es nicht. Und dass auch diese Leute sonst den gleichen Überblick und den Einblick in die Industrie haben wie wir. Und das haben sie auch nicht. Also zumindest nicht häufig nicht. Und der Fall von Sweet Baby Ingers hat so ein schönes Anschauungsbeispiel. Denn dieses Narrativ kann nur verfangen, weil zu viele Menschen kein klares Bild davon haben, wie große Entwicklungsstudios arbeiten, welchen Einfluss so eine Consulting-Firma dort entfalten kann, was die eigentlich machen, was tatsächlich dann auch das komplette, der Inhalt von so einem Sensitivity-Reading ist und so was. Und da ist es dann sinnvoll, Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Menschen in Zukunft vielleicht auch dem Ganzen gleich mit einer größeren Skepsis begegnen können, wenn sie mit solch fragwürdigen Hypothesen konfrontiert werden. Und dann das nächste Ding ist halt noch dieser größere gesellschaftliche Rahmen, den wir jetzt hier auch schon mal wieder gestriffen haben. Also zum einen auch der gleiche Effekt wie die Demos gegen rechts. Es kann manchmal sinnvoll sein, eine Rückversicherung zu geben, dass die Masse der Gesellschaft sich im Kern, was so Werte angeht, eben doch durchaus einig ist und dass es einzelne kleine Minderheiten sind, die hier relativ lautstark krakehlen und versuchen, das Ganze möglichst breit zu treten. Es gibt ja in unglücklicher Weise da inzwischen so ein gesamtes Ökosystem auf Twitter, auf YouTube und so weiter, die auch als Multiplikatoren fungieren und sowas ausschlachten. Also deren Geschäftsmodell im Grunde genommen Ragebait ist für einen konservativen User-Stamm, der eigentlich nur hören will, dass dieser Vogue-Mind-Virus schrecklich ist und dass alle das so sehen und dass das nur von so irgendwelchen kleinen Interessengruppen durchgedrückt wird und sonst irgendwas. Und es ist durchaus nötig oder zumindest wertvoll, dann manchmal den Leuten auch die Rückversicherung zu geben. Nein, du bist nicht irgendwie Teil einer Minderheit, wenn du sagst, ich finde Inklusion gut, ich habe nichts dagegen, wenn wir das Hobby auch in Richtung zum Beispiel von Frauen öffnen oder sonst irgendwas, sondern das sind eigentlich relativ banale Grundwerte, in denen sich wir uns also in der absolut überwiegenden Mehrheit einig sind. Und die Minderheit sind diejenigen, die dort querschießen und irgendwie den Inhalt von Computerspielen aus den 90er Jahren irgendwie bewahren wollen, als ob das jetzt auch in Summe so erhaltenswert gewesen wäre und als ob es dann auch sowas überhaupt nicht mehr gäbe und so weiter und so fort. Und das sind so die Hauptbeweggründe da gewesen. Vor allem auch, weil ich gesehen habe, dass in diesem Sweet Baby-Ink-Ding sich sogar schon tatsächlich sogar so richtig rechtsextreme und antisemitische Verschwörungstheorien eingenistet haben. Also es gibt Bestandteile, das ist sicherlich etwas, dass da wird wieder nur eine kleine Teilmenge derer, die jetzt hier gegen Sweet Baby wettern, bei denen, also da wird es noch von diesen, ohnehin hoffentlich, also von dieser Minderheit, wird nur ein kleiner Teil auf diesen Quatsch reinfallen, aber da sind sogar noch mal insgesamt gesellschaftlich gefährlichere Verschwörungsnarrative eingewoben inzwischen. Ich würde aber schon sagen, dass es im Kern dieser Bewegung drinsteckt, das ist ja immer so ein bisschen das Prinzip, dass sich halt, also dass die extreme Rechte es ja sehr erfolgreich in den letzten Jahrzehnten geschafft hat, sich popkulturelle Nischenthemen zu schnappen, dort zu gucken, da kann man halt reingehen und unsere Ideologie hinter drei, vier Dog Whistles versteckt, weitergeben. Und wenn ich mir halt angucke, dass man dieses ganze Ding so ein bisschen zurückverfolgen kann zu Kiwi Farms, was so eine, ja, sehr berühmt, berüchtigtes Forum ist, das, boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt, um das zu beschreiben, das hat so allen Shit mitgemacht, den man sich vorstellen kann, da geht es um Vorwürfe, also des übelsten Antisemitismus, Rechtsextremismus, alles, was du dir im Grunde vorstellen kannst, ist dort, das ist so ein bisschen das Kernprinzip dieser Seite. Ist vor allem halt so eine, so eine Ur-Harassment-Community, wo Leute komplett quasi als Ziel von Trolling, Stalking, Doxing oder sonst irgendwas entblößt wurden. Also dafür ist Kiwi Farms insbesondere bekannt, ich wusste das übrigens gar nicht, ich habe in unserem Podcast noch anhand einfach von Indikatoren gemutmaßt, dass der, dass der ganze Kram, also auch, also dass der Anstoß für den Menschen, der diesen Kurator eröffnet hat, dass das aus dieser Image-Board-Ecke kommen muss, ne, ich habe hätte, also so 4chan, 8chan und sowas, das sind so die Standardbeispiele, Kiwi Farms gehört quasi in so diesen gleichen Sumpf, einfach wegen der, der Sprache, ne, dass hier diese ganze, dieses, sagen wir mal, sehr, dieses, der komplette rechtlose Teil des Internets, ja, wo halt so auch ein ziemlich finsterer, teils wirklich extrem rechter Sumpf existiert, das hat so seine ganz eigene Sprache, seinen eigenen Slang und man kann daran manchmal schon erkennen, aus welcher Ecke Sachen kommen. Von daher überrascht es mich nicht, das habe ich da erst im Nachgang gesehen, dass jetzt die Mutmaßung, weiß nicht, wie substanziell das ist, existiert, dass es aus dieser Kiwi Farms Ecke kommt, das wundert mich überhaupt nicht. Ne, das ergibt Sinn, also das konkret, ähm, kommt von einem ausführlichen Artikel, den es bei Kotaku gab, vor jetzt schon knapp einem Monat, ist der alt, wo eben auch mit Sweet Baby Inc. gesprochen wurde, ähm, und dort wird gesagt, dass der, dass sie das Gerücht, dass eben Saga Anderson, äh, verändert wurde, ähm, von Sweet Baby Inc. zurückverfolgt haben und zum ersten Mal, zumindest laut ihrer Recherche, in einem Oktober-Post, also auch vom Oktober 2023 auf Kiwi Farms, wo das halt als, ähm, riesiger Skandal, äh, tituliert wurde, äh, und dort wurde das dann ein paar Monate lang diskutiert, bis dann Anfang diesen Jahres diese Curator Group entstand, ähm, und da erscheint es dann, das ist jetzt eine, eine These, die ich aufstelle, ähm, aber da erscheint es mir recht, ähm, einleuchtend, dass halt der Nutzer, der diese Curatorengruppe eröffnet hat, eben aus diesem Diskurs, ähm, dann entstanden ist, ne, dass er das da erfahren hat und dann dachte, so, dann bringe ich das mal ein bisschen mehr in den, in den Mainstream rein. Ja, oder ist es darüber geschwappt? Ich meine, der, der Kurator macht ja keinen Hehl daraus, dass er das im Grunde genommen gemacht hat, weil er sich erhofft hat, dass er damit erfolgreich quasi sein kann, er hat ja gesagt, er hat vorher Kuratoren gesehen, die vor Spielen, äh, warnen, die den DeNovo-Kopierschutz einsetzen und das war sein Vorbild hierfür, weil er sich selber überlegt hat, wie, was könnte ich denn als Kurator machen, das dann eben auch vielleicht einfach viele Leute anspricht, weil man sieht ja schon, also man kann über diese Art von, ich nenne das jetzt mal so, Hate-Bait, kann man ja wirklich Karriere machen, ne, man sieht auch schon, der hat jetzt den Discord aufgemacht, der hat die inzwischen über 300.000 starke Kuratorengruppe und hat dann direkt versucht, darüber auch einen YouTube-Channel, glaube ich, zu etablieren, ne, und das sind so, er muss dann halt jetzt in einen Bereich kommen, wo er das monetarisieren kann. Und das sieht man auch immer, also auch auf Twitter ist es ja zum Beispiel, all dieser Quatsch noch mal schlimmer geworden, seitdem es die Möglichkeit gibt, auf Twitter die eigene Twitter-Community direkt zu monetarisieren. Und es gibt dieses gesamte YouTube-Ökosystem, wo in einer Tour nur im Grunde genommen diese Weltanschauung bedient und gestreichelt wird. Und da sind Millionen Subscription-Channels entstanden, die immer nur in diese gleiche Kerbe schlagen, um denen ihren Nektar und Ambrosia zu liefern, dass, ja, sie jetzt quasi hier gewinnen gegen Disney, weil bla, bla, bla und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, halt eine Frage der Zeit dann, bis das auch bei uns passiert, hier konkret, weil wir haben in Deutschland natürlich eine kleinere Gruppe von Leuten, einfach auch schon deshalb, weil halt nicht einfach in der Regel so ein random Brasilianer ankommt und dann ja auch in die deutsche Debatte reinstößt, einfach aufgrund der Sprachbarriere, die halt im Englischen sehr viel weniger besteht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir so einen der üblichen Verdächtigen in ein paar Monaten haben, es gibt ja so ein paar übliche Verdächtige, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da ein Video dazu kommt, dass dann eben diese Reddit-Threads bei Kotaku und Action und Co. sich als Informationsquelle schnappt und halt nur Fragen stellt. Und dann passiert es halt sehr, sehr schnell, dass diese Fragen halt einseitig gestellt werden und ein Narrativ aufgebaut wird. Und genau deshalb finde ich es dann halt super, dass man auf einen Podcast wie dem von euch verweisen kann, wo meines Eindrungs nach extrem einleuchtend, auch sehr deutlich, ihr geht jetzt ja nicht da dran, ihr geht ja jetzt nicht akademisch da dran, völlig neutral und sagt, so, hier sind die Fakten, sondern ihr macht da ja auch deutlich, was eure Meinung zu der Sache ist. Das finde ich aber auch völlig valide und gut, dass man halt darauf verweisen kann, um zu sagen, okay, guckt euch mal hier an, hier wurden tatsächlich, hier wurden Gespräche geführt, hier wurden tatsächlich Fakten geschafft, nicht gesagt Fakten geschafft, sondern Fakten besorgt. Und das finde ich da sehr, sehr wichtig. Und so kommt man dem vielleicht ein bisschen zuvor, bevor das dann auch in der deutschsprachigen Community so richtig groß Fuß fasst. Vielleicht ist es aber auch schon passiert und ich habe da nur den Überblick nicht. Das will ich auch offen zugeben. Ich bin da in wenigen Diskussionsforen oder Reddit-Threads selbst unterwegs. Es kann sein, dass es schon längst rüber geschwappt ist. Das weiß ich einfach nicht. Ist es. Ich glaube, das war auch schon bei Gamergate so, dass das in Deutschland nicht so stark verfängt wie in den USA, weil das einfach bei uns, wir haben da eine andere Situation in der Gesellschaft einmal. Die USA sind ja auch deswegen extrem stark polarisiert, weil sie dieses quasi Zwei-Parteien-System haben. Da gibt es halt Republikaner und Demokraten und das ist so Team Rot, Team Blau und das hat sich halt immer weiter zugespitzt. Und dadurch, dass wir da, was das alleine zum Beispiel die Parteienlandschaft angeht und sowas, wir sind da erheblich pluralistischer, die Hoffnung wäre, dass das dann auch so bleibt, dass das vielleicht bei uns nicht im gleichen Maße ausartet, auch wenn es bei uns natürlich solche Sachen wie Beschwerden über dieses oder jenes ist zu vogue und sowas, das gibt es bei uns auch. Das ist halt auch immer ein typisches Zeichen. Es gibt immer gesellschaftliche Umbrüche, wo eine Gesellschaft so ein bisschen ihre Wertvorstellungen und aber auch ihr Zusammenleben einfach ein bisschen neu organisiert und das sind einfach Phasen, in denen natürlich dann auch hitzige Debatten passieren. Das ist relativ normal. Ich bin auch gar nicht mal per se dagegen, wenn Leute sagen, die Art und Weise, wie versucht wird, dieses Inklusionsthema oder so umzusetzen, das gefällt mir teilweise nicht. Ich bin immer nur ein Fan, ich bin ein großer Freund von Differenziertheit und davon vernünftige, rationale Diskussionen zu führen. Also wenn ich zum Beispiel mir anschaue, was hat denn jetzt Disney produziert, jetzt für insbesondere seinen Streaming-Kanal, würde ich auch sagen, ganz vieles davon ist Quatsch. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, sowas wie She-Hulk habe ich leider gar nicht gesehen, weil ich vorher dort schon ausgestiegen bin, aber ich fand halt, da wurde halt einfach ganz viel von der Stange runter Schrott produziert. Oh ja. Und wenn man dann sagt, und wenn Disney dann versucht, das Ganze auch noch einfach eben im Sinne von sowas wie einer Zielgruppenerweiterung, wenn die dann auf ihre Spreadsheets schauen und sagen, hier bei, weiß ich nicht, Star Wars oder Marvel oder sonst irgendwo, da können wir noch ein bisschen mehr Boden gut machen bei einer weiblichen Zielgruppe und wir können uns vielleicht auch noch irgendwie kostenloses Öffentlichkeitsarbeit besorgen, indem wir so tokenmäßig mit Inklusion arbeiten und dabei kommt dann Quatsch raus oder so. Okay. Darüber kann man wirklich reden. Das Problem, was ich immer habe, ist, wenn so völlig absurde, falsche Ableitungen dann daraus gemacht werden und das ist das Problem. Diese ganzen, dieses, dieses ganze Ragebait-Universum, das reduziert das ja dann darunter, dass das, das sind, ja, die sind halt auch hier so komplett Vogue und sonst was und das ist alles heimliche Aktionisten und die wollen uns irgendwie alle umerziehen und bla bla bla. Es ist ein, es sind Wirtschaftsunternehmen. Die sitzen da und sie denken halt, damit kriegen sie irgendein Produkt besser verkauft, deswegen machen sie das, deswegen werden sie auch die, die Stoßrichtung hinterher wieder ändern. Es wird in den Unternehmen durchaus Leute geben, die vielleicht überzeugt sind davon und die wollen einfach vielleicht sagen, hey, ich bin der Meinung, es ist eine gute Sache, es ist eine gute Message und ich möchte die irgendwie in die Welt sein. Ich bin ja, es wird ja am Ende von Leuten, die Kreativen, die dahinter sind, das sind auch manchmal Künstler, die wollen auch manchmal tatsächlich einen Ausdruck schaffen, der aber jetzt eigentlich erstmal ja begrüßenswert ist. Also ehrlich gesagt, wer jetzt da sitzt und sagt so, ich habe ein Problem damit, dass jemand da sitzt und sagt, ich möchte irgendeine Gruppe in der Gesellschaft, die vielleicht bislang nicht wahnsinnig viel Repräsentation auf dem Bildschirm erfahren hat, die möchte ich hier mal unterbringen, die freuen sich alle, wer damit jetzt ein tiefgreifendes Problem hat oder sowas, weiß ich nicht, dann muss man sich schon fragen, ob das die richtige Haltung ist. Alles klar, das war doch eine schöne Diskussion, ein schönes Gespräch. Vielen Dank für die zahlreichen Details da. Falls ihr tatsächlich noch ausführlicher werden wollt, ihr da draußen noch mehr Details, noch mehr Infos dazu haben möchtet, dann könnt ihr die tatsächlich bekommen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, da möchte ich dann den Cast von André und Jochen dazu empfehlen. Das war eben bei The Pod Runde 470 am Abgrund der Dummeid aka Sweet Baby Inc. Verschwörung. Da habt ihr über zwei Stunden lang euch darüber unterhalten und es auch in einen großen und noch mal größeren Kontext gebracht, als wir das gerade gemacht haben, beziehungsweise noch ausführlicher euch mit diesem Kontext dann beschäftigt. Das war ein super Gespräch. Da kann ich eine große Empfehlung für aussprechen. André, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einmal kurz in die Werbung gehen und wir uns dann den Videospielen zuwenden, weil tatsächlich, davon haben wir auch noch ein paar. Wir werden diese Woche von unseren Berliner Freunden bei Holy mal wieder gesponsert. Und was im vergangenen Jahr noch ein April-Scherz war, das ist nun Wirklichkeit. Die extra große Tab mit 100 statt 50 Portionen und der dazu passende neue Geschmack, Grapefruit Giraffe. Die Giraffe ist ein Energy Drink, aber wie bei Holy gewohnt, komplett ohne Zucker. Und wenn euch nach zuckerlosen Drinks, aber nicht nach Koffein ist, dann gibt es noch weitere Alternativen, Holy Iced Tea und Holy Hydration, welche für euch jeweils Eistee und Softdrinks ersetzen können. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, hat zwar keinen Zucker, schmeckt aber genauso, wie ich es mir wünschen würde. Insbesondere die verschiedenen Eisteesorten haben es mir da angetan. Falls ihr bisher noch nie bei Holy bestellt habt, könnt ihr beim Bestellvorgang den Code Hooked5 für 5 Euro Neukundenrabatt eingeben. In dem Falle würde ich euch besonders eines der Neueinsteiger-Probiersets empfehlen, mit dem ihr viele Sorten zum kleinen Preis antesten könnt. Und ab eurer zweiten Bestellung könnt ihr dann den Code Hooked benutzen, um 10% Rabatts auf eure gesamte Bestellung zu erhalten. Auf www.weareholy.com werdet ihr fündig. So, da sind wir wieder mit den Spielen auf dem besten Weg, unser Versprechen, einen 5-Stunden-Cast aufzunehmen, einzulösen. Was mich sehr freut. Wir haben nämlich auch drei Spiele im Gepäck. Die sind jetzt nicht unbedingt klein. Eines davon, beziehungsweise zwei davon, haben wir aber auch nur angespielt. Unsere intensive Diskussion bleibt da. Dragons Dogma vorbehalten, wo ja Tom und ich letzte Woche unseren Ersteindruck abgeben konnten. Da hast du mehr schon reingespielt, André. Ich hab da auch schon mehr reingespielt. Vorher gab's aber zwei andere Titel, die auch viel Spielzeit erfordern, wenn man sie denn durchspielen möchte. Wo wir aber einen kurzen Blick reingeworfen haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit Rise of the Ronin beginnen, wenn du da nichts gegen hast, André. Das hast du gespielt, angespielt, hast du gesagt? Ja, genau. Ich bin gerade, wie ja unsere ZuhörerInnen wissen, in der Heimat zu Gast, zu Besuch noch für ein paar Wochen und habe deswegen keinen Zugriff auf die PS5, die Series S. Konnte ich noch in den Koffer packen. Bei der PS5 hätte ich dann irgendwie einen Cargo-Container mieten müssen und da hatte ich keine Lust drauf. Deswegen hab ich nur eine Series S dabei. Konnte also Rise of the Ronin selbst noch nicht ausprobieren. Falls ihr es gar nicht kennt, das ist das neue Spiel von Team Ninja, die Macher der Nioh-Spiele, ganz aktuell, oder auch Wolong. Und ich hatte immer den Eindruck, André, dass Rise of the Ronin so ein bisschen Nioh gemixt mit Assassin's Creed ist. Liege ich damit so ungefähr richtig? Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Beschreibung. Ich hab in Nioh selber auch nur relativ kurz mal reingespielt, vor inzwischen vielen Monaten. Deswegen, ich hab zwischendrin immer gedacht bei dem Rise of the Ronin so, oh, was sind jetzt wirklich die beherrschenden Einflüsse? Zum Beispiel, ich hab auch immer mich so ein bisschen gefragt, steckt da auch ein bisschen Sekiro mit drin, aber ich hab auch Sekiro nicht wahnsinnig viel gespielt. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Der Assassin's Creed-Vergleich stimmt auf jeden Fall. Das heißt, es hat eine historische Basis, wenn man so möchte. Und da ist dann halt nochmal schön mit so ein bisschen Action-Fantasy drüber gepinselt worden sozusagen. Es hat sogar einen Sound-Effekt. Es gibt so Banner im Spiel, die man erreichen kann, die dann auch, glaube ich, als Rücksetzpunkte funktionieren und die so ein bisschen wie bei den Souls-Spielen, kannst du da deine gesammelte XP quasi einlösen. Und da gibt's so ein Sound-Effekt, der klingt halt genau wie dieser Adler-Strei aus Assassin's Creed, wenn du da diese Aussichtspunkte hast. Ja, das ist natürlich immer der Punkt, an dem man's direkt festmachen kann, wo man da denkt, aha, ich sehe, wo die Inspiration herkommt. Das ist, ich glaube, sowohl ein Positiv- als auch ein Negativpunkt, je nachdem, mit wem du sprichst. Ich bin so ein bisschen bekannt bei uns in der Community dafür, dass ich immer Assassin's Creed so ein bisschen nicht verteidige, sondern ganz subjektiv für mich wertschätzen kann, während ich alle Probleme erkenne. Sodass immer, wenn ich irgendein anderes AAA-Spiel dann als langweilig bezeichne, als sehr einfache Antwort kommt, aber Assassin's Creed magst du. Und ich glaube, Rise of the Ronin bietet sich dafür sehr an. Ich fand das nämlich, ich bin da eher auf der negativen Seite ausgekommen, dass ich mir das Gameplay angeguckt habe und es für mich zutiefst uninspiriert wirkte. Während ich bei Assassin's Creed dann irgendwie das Gefühl bekomme, durch das Setting, durch den historischen Kontext, der genutzt wird, bekomme ich da etwas geboten, was ich woanders nicht bekomme. Habe ich bei Rise of the Ronin von Anfang an das Gefühl gehabt, die Geschichte ist da, ja, Staffage eigentlich, so wie das auch bei Nioh war. Baut das in irgendeiner Art und Weise am Anfang ein Interesse bei dir auf in seiner Erzählung? Das wäre, glaube ich, das erste Mal bei Team Ninja. Ja, ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Eigentlich hat mein Kollege, der Jochen, hat angefangen, das Ding zu spielen. Dann hat er irgendwann gesagt, wir könnten da alleine schon über den Anfang des Spiels sprechen, weil er gesagt hat, ich glaube, er fand dieses Tutorial besonders scheiße. Und dann habe ich gedacht, okay, den Anfang kann ich mir auf jeden Fall mal anschauen, habe da angefangen, reinzuspielen. Und der Anfang des Spiels ist nicht gut gemacht. Ich fand ihn dann aber nicht so absonderlich scheiße. Also ich habe gedacht, das ist ein Normalscheiße eher. Und habe dann halt einfach noch ein bisschen weitergespielt. Das ist, ich fand es, es hat so ein paar Sachen, die für mich interessant sind, aber wahrscheinlich nicht für viele andere. Also das hat ja so eine leicht historische Basis. Das spielt in einer Zeit. Ich muss das mal, im Moment, ich muss noch ein Disclaimer vorweg schicken. Ich bin kein Experte für japanische Geschichte. Ich habe nur eine Zeit lang sehr, sehr viele Filme aus Asien geschaut und dort eben vorwiegend entweder, also alle Formen von Martial-Arts-Filmen. Und dazu gehören halt auch eben diese ganzen Chanbara-Filme aus Japan, diese Samurai-Schwertkampffilme. So, und ein populäres Narrativ ist, wenn es um historische Vorlagen geht, genau die Zeit, in der dieses Spiel auch unterwegs ist. So, und jetzt versuche ich, das wiederzugeben und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie allen Historikern neue graue Haare verschaffe. Also das spielte in einer Zeit, als das Tokugawa-Schokolade lange Zeit Japan eine Isolation verordnet hatte. Die haben nämlich gesehen, dass diese ganzen Missionare aus Portugal und so weiter, dass die in Asien eigentlich ein Einfallstor für Kolonisierung waren. Und dann haben die irgendwann gesagt so, ja, das ist scheiße, das wollen wir nicht, dass das auch bei uns passiert, wir schmeißen die alle raus. Das heißt also, da wurde eine Zeit lang eine Isolationspolitik betrieben, wo man gesagt hat, okay, die ganzen Ausländer schmeißen wir alle raus. Es gibt noch ein bisschen Handel mit dem Westen sozusagen, aber unter ganz strengen Auflagen, nur noch ganz bestimmte Händler dürfen hier überhaupt anlegen und alle anderen wollen wir hier nicht haben. Und die ganzen westlichen Nationen, die Engländer und dann auch hinterher später die Amerikaner und sowas, die haben dann halt angefangen, ihren Handel mit Asien und insbesondere mit China weiter auszubauen. Und irgendwann haben sie gesagt, wir wollen jetzt aber auch mit Japan vernünftig handeln können. Und wie man das halt sozusagen damals schon gemacht hat, ist, dass man gesagt hat so, wenn sie nicht wollen, müssen wir sie wohl ein bisschen motivieren. Und das heißt, dann sind die Amis da mit einer Flotte unter dem Commodore Perry angekommen und haben im Grunde genommen die Japaner unter vorgehaltener Schiffskanone dazu genötigt, ihre Wirtschaft wieder dem Handel zu öffnen. Und was dann passiert ist, ist, dass die japanische Wirtschaft dadurch durchaus angekurbelt wurde. Also das war für die japanische Wirtschaft insgesamt ziemlich gut. Für die klassische Ordnung in Japan war es aber ein bisschen scheiße, weil damals dann die ganzen örtlichen Funktionäre, die lebten vor allem von einer Beteiligung an dem, was die Landwirtschaft hervorgebracht hat. Das war eine sehr, wie sagt man, eine Agrargesellschaft damals noch. Und die wandelte sich jetzt mehr zu einer Exportnation. Ich vereinfache hier bestimmt Dinge. Und das heißt also, denen ging dadurch ziemlich viel flöten, weil die Landwirtschaft nicht im gleichen Maße anzieht und dadurch verarmt dann sozusagen der bisherige, ich nenne das jetzt mal so Adelsstand. Und das führt dann später eben zu dieser sogenannten Meiji-Restauration, wo dann der Kaiser aus dieser Meiji-Dinastie wieder eingesetzt wird. Also der war bislang, der Kaiser wurde entmachtet zwischenzeitlich, deswegen waren dann eben diese Schokolade da an der Macht und dann wurde der quasi, der seine Macht wurde restauriert, ne, bei dieser Restauration. Der letzte von diesem Tokugawa-Schokolade dankt dann ab und das ist damit eine neue Ära in der japanischen Geschichte, die damit beginnt. Und in der Zeit spielt das alles und das wird eben in ganz vielen Filmen thematisiert und daher kannte ich das schon. Und jetzt, wie das Spiel das darstellt, das war etwas, was fand ich erst mal interessant. Das Ganze ist aber, und das ist für mich typisch für das, was so Team Ninja macht, ist halt alles sehr überbordend und auch, die haben, die sind so, die sind so, solche, solchen, ähm, in der Präsentation sind sie so Anime-Stilistiken zugeneigt. Also wenn alleine schon wie die Figuren laufen, ne. Die laufen halt so, als würden sie bei Orkanen, Stärke 8 oder so, dem Wind entgegenneigen. So schräg nach vorne gebeugt, als würden sie da so, wie mit einem Surfboard auf einem unsichtbaren Wasser laufen. Und ich kann Anime eigentlich nicht ausstehen. Ich bin kein großer Fan von Anime-Ästhetik. Bestimmte Entnahmen, also Sachen, die dem entliehen sind, kann ich ganz gut leiden. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach nicht ganz meins. Und dementsprechend fremdele ich damit. Ich fremdele mit Team Ninja insgesamt. Insbesondere, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch da ist. Ist Itagaki überhaupt noch bei Team Ninja? Ist das nicht er, der dann vor, auch wieder vor knapp einem Jahrzehnt Devil's Third gemacht hat? Ja, genau. Mit seinem Valhalla Game Studio, genau. Ne, der ist schon seit langer Zeit nicht mehr da. Also, wenn ich mich nicht ganz irre, war der seine aktuellste News bei dem auch, wie das jeder ehemalige Kultentwickler aus den 90ern und 2000ern machen musste, hatte der ein NFT-Spiel 2022 angekündigt, das ganz überraschenderweise nicht erschienen ist. Okay, ja, genau. Also, auf jeden Fall, ich verbinde den halt immer noch mit dem Team Ninja. Ich habe den tatsächlich vor Urzeiten in Interviews kennengelernt. Und der hatte immer diese, hat so ein Rockstar-Image gepflegt. Also, wortwörtlich, so mit Lederjacke. Und sogar, ich habe den einmal interviewt bei dem X01-Event, dem allerersten Xbox-Event damals in Cannes, in so einer Nobelvilla in Cannes. Und das war nachts, ne? Und dann saß ich also nachts mit ihm in irgendeiner Hütte und er hatte trotzdem die Sonnenbrille auf. Und ich fand ihn immer ein bisschen freundlich. Ich stelle mir gerade vor, wie du nachts dich in Cannes mit Ithagaki triffst. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also, kulturell könnte man ja nicht in unterschiedlicheren Ecken kommen und trifft sich dann ausgerechnet in Cannes. Es war ja auf jeden Fall super weird. Also, per se hätte ich sowas auch charmant gefunden, ne? Also, es fehlte ja nur noch, dass du so ein bisschen die Füße auf den Tisch legst oder sowas. Und so, ihr habt nichts gegen sowas Subversives, Counterculture-mäßiges. Nur, Ithagaki hat das ja immer so auf so eine aggressive Art gepflegt. Von ihm war ja auch immer so dieses Ding da, so mit dem Schwierigkeitsgrad, der Ninja-Dog heißt, um die Leute noch zu degradieren, die es überhaupt wagen, so einen beschissen, niedrigen Schwierigkeitsgrad auszuwählen und sowas. Und das war sehr in dieser klassischen Gatekeeper-Pappe und so. Keine Ahnung, ich mochte den nicht gerne. Der hatte für mich einen unangenehmen Vibe, so. Und das haftet Team Ninja immer noch ein bisschen an. Und außerdem sahen die Spiele, die sie machen, sind halt so, und hier ist ein Zeitfenster von 0,5 Sekunden, um den richtigen Knopf zu drücken, ne? Und, also, ihr werdet ja auch nicht jünger, ne? Also, aus der Zielgruppe falle ich sowieso irgendwann raus. Und das war noch nie etwas, was ich total geil fand, ehrlich gesagt. Und das sind alles Gründe, die eigentlich dagegen sprechen, dass ich mich, also normalerweise denke ich mir, so Team Ninja-Game ist wahrscheinlich nicht für mich gemacht, ne? Einfach von der ganzen Art, von der Ästhetik, von der Präsentation und so weiter. Aber jetzt bin ich halt einfach in das Rise of the Ronin reingeschlittert. Und dann war es auch nicht so schlimm. Auch als ich das Nioh damals angespielt habe, das hatte schon seine interessanten Seiten. Ähm, so ist es nicht. Aber, ähm, jetzt dann kam das Dragon's Dogma dazwischen. Und, ähm, da hab ich dann, bin ich dann ganz schnell, da fuhr quasi dieses andere Schiff ganz nah an diesem vorbei, auf dem ich mich gerade befand. Und dann bin ich ganz schnell auf dieses andere Schiff gesprungen. Ja, schön. Also ich, ich persönlich hab da auch nur, also meine Information zu dieser ganzen Zeitepoche kommt tatsächlich von Videospielen hauptsächlich. Äh, die Samurai Warriors-Reihe, ähm, beschäftigt sich da ja auch ausführlichst mit. Äh, und gerade gibt's durch die Serie Shogun bei Disney Plus, äh, ja, die Vorgeschichte, ähm, zu sehen, äh, die sehr, sehr gut ist, glaub ich, die man sehr empfehlen kann. Wirst du ja sicherlich auch grad gucken, oder? Wenn du sowieso interessiert bist an dem, an der Zeit. Ich warte, ich warte immer. Dachte, du wartest. Ja, ich, ich, ich hasse es, äh, Serien im wöchentlichen Turnus zu schauen, weil dann kommt die nächste Folge und ich hab häufig schon wieder vergessen, was in der vorigen Folge überhaupt passiert ist. Und dann muss ich hoffen, dass es so ein Previously-On-Zusammenfassungsding gibt. Und das wird ja bei Streaming-Services inzwischen gerne mal auch geskippt. So ein Recap der vorigen Folge. Und deswegen warte ich immer, bis alle Folgen oder beinahe alle Folgen erschienen sind, damit ich das hinterher am Stück schauen kann und nicht irgendwie da sitze. Ich hasse auch dieses Ding mit, oh, das ist so spannend, ich will weiterschauen. Okay, jetzt muss ich eine Woche warten. Das finde ich extrem unbefriedigend. Ich meine, Entschuldigung, wir haben uns doch nicht dem linearen, klassischen Fernsehen entledigt, um jetzt in genau diese schlechten Angewohnheiten wieder zurückzufallen. Irgendwann demnächst starte ich auch eine Petition und ergründe eine Partei für das Netflix-Modell. Das wird mein Versprechen an die Bevölkerung sein. Wenn ich erst mal Bundeskanzler bin, dann wird immer nur die komplette Staffel veröffentlicht. Wow. Ja, mein Vote hast du auf jeden Fall. Weil, falls du auch mal, falls du in das Board von Disney irgendwann mal möchtest, wenn du mehr als ein Vote brauchst, haben wir ein Problem, aber meinen hast du auf jeden Fall. Ist eine gute Serie, kann ich sehr empfehlen. Dann sag mir doch mal, was, ob denn Nioh, also ich wollte schon sagen Nioh, ob denn Rise of the Ronin über die Prämisse hinaus, beziehungsweise die Erzählung hinaus, die dann bei Team Ninja ja selten der definierende Faktor ihrer Spiele ist, konntest du dich das denn in irgendeiner Art und Weise packen? Wie viel hast du gespielt und hast du vor, nochmal weiterzuspielen? Also ich bin da, ich schätze jetzt mal irgendwas zwischen fünf und zehn Stunden drin. Ja, guck. Keine Ahnung. Gar nicht so wenig. Nee, das ist auch, also ich sag mal so, also Erzählung, Narrativ ist nicht die Stärke des Spiels. Auf Aufgabenstellungen in dem Spiel sind es einfach nur kategorisch doof. Also du kommst irgendwo hin, da ist so eine Art Informantin in einem Bordell in, wo spielt das? Yokohama, glaube ich, oder Okinawa? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich kann nur nicken die ganze Zeit. Ich nicke einfach. Die sagt dir dann halt sowas als Mission, als Quest ist das dann so, das wäre voll nett, wenn du Fotos machen könntest. Ich würde total gerne Fotos von ihr haben. Und denkst dir so, was? Das ist jetzt die Aufgabe, dass wir hier irgendwo, und dann ist das, das ist noch nicht mal, ich hab gedacht, okay, das ist bestimmt so eine Tutorial Quest, die mir eine Kamerafunktion in dem Spiel einfach nur zeigen soll. Aber dann ist die auch noch mehrstufig. Dann muss ich die Kamera irgendwo abholen und dann kommst du da hin und dann ist die Kamera kaputt und dann musst du ein Bauteil besorgen, damit der Typ die Kamera reparieren kann, damit du dann hier irgendwie für die Truller ihr Bordell fotografieren kannst. Und das war so, also das ist halt einfach so eine völlig bescheuerte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen-Quest und sowas ist halt einfach, finde ich, total uninteressant. Da bin ich dann erst mal nicht motiviert, sowas durchzuführen. Kampfsystem ist erstaunlich gut gewesen, fand ich. Also fühlte sich irgendwie ganz gut an. Hatte auch so ein, finde ich, was Eigenes. Ist auch jetzt, es ist nicht so hart, soweit ich es gespielt habe, im Anspruch, wie ich so ein Team Ninja erwartet hätte. Es war echt okay, ich bin da ganz gut durchgeflowt, soweit. Es ließ sich auch ganz gut so in diesen Groove kommen. Es ist relativ konterlastig, so vom Ersteindruck her. Und das ging eigentlich ganz gut von der Hand. Also das hat mir ganz gut gefallen. Dann halt überhaupt Japan als Schauplatz. Es ist nicht so malerisch schön wie in einem Ghost of Tsushima, aber trotzdem ist es immer noch für ein vergleichsweise unverbrauchter Schauplatz, der halt einfach ganz schön ist. Du hast halt auch diese wogenden, weiten Grasfelder wieder. Und es hat einige Sachen, es ist halt sehr auf schnelle Action getrimmt, aber das macht es auch in manchen Bereichen sehr komfortabel. So dass du halt so dein, du pfeifst dein Pferd herbei, wie bei Red Dead Redemption, aber das kommt dann und du springst automatisch auf und zappt jetzt weiter. Und sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Dieses sehr Getragene von Red Dead Redemption 2, das ging mir eher auf den Keks, wo ich dann dachte, können wir ja mal ein bisschen mehr das Ding anschieben? Geht's irgendwann auch mal bergab? Das ist so wie Langlauf und du willst doch ab und zu auch mal Abfahrt fahren. Also der ganze Teil hat mir ganz gut gefallen. Und dann wie gesagt, es hat halt all diese Versatzstücke, wo man so denkt, ach guck mal, das ist so ein bisschen, hier Souls-mäßig, ne? Man kann auch jetzt irgendwie sagen, ja, das ist so ein bisschen wie bei Nioh wahrscheinlich, ne? Und dann hier, das ist so ein bisschen Assassin's Creed, eben auch hier das alte Yokohama, das da so nachgebildet ist, wo man zumindest wie immer halt, du hast halt nur erst mal diesen Eindruck, es hat diese Aura von einer gewissen historischen Akkuratesse. Und man hat natürlich historisch überhaupt keine Ahnung, also das ist ich nicht zumindest, ne? Man weiß nicht, wie ist das realistisch, aber es sieht irgendwie, es hat so eine Glaubwürdigkeit, ist eigentlich immer das Stichwort. Du musst nur glauben können, dass es irgendwie so aussieht, wie es damals ausgesehen hat. Und das fühlt sich ganz gut an. Und da dann so rumzulaufen, sich das anzuschauen und so, ist auch ganz cool. Es erscheint mir in der Erzählung von dir so ein bisschen wie ein Spiel, dem womöglich ein bisschen die Reibung fehlt. Also ich bin da sogar so ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich finde es einerseits sehr schön zu hören, dass ein Spieler wie du, der jetzt keine große Freude an extremen strengen Pariersystemen hat, wozu ja Nioh auch gehört, also Nioh war jetzt nicht allgemein ein Spiel, wo man nur parieren musste, aber Nioh war eine Reihe, die sehr, sehr viel Reibung hatte. In der du sehr, sehr konzentriert spielen musstest und in deren die Zeiten, die du immer übrig hattest, um zu reagieren, extrem eng und klein und ... Eng waren? Du weißt, was ich sagen möchte. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Team-Ninja-Ding halt gewesen, dass sie Spiele mit dieser Reibung entwickeln. Natürlich früher, die Ninja-Guiden-Spiele zählen da ja ebenso hin. Ich würde auch Stranger of Paradise nicht ganz so doll, aber immer noch dazu zählen. Und dann war Wolong so ein bisschen für mich letztes Jahr das Spiel, was halt gesagt hat, okay, hier ist doch mal Nioh mit jetzt deutlich weniger Reibung. Das soll alles ein bisschen zugänglicher sein und das soll alles ein bisschen besser spielbar sein, was es für mich aber auch ein bisschen vergessenswerter hat werden lassen. Und das ist die negative Seite, die für mich da auch so ein bisschen rauskommt, wenn du es halt so beschreibst mit dem so, und joa, dann machst du das halt, dass es halt deutlich zugänglicher erscheint. Aber dir auch so vor allen Dingen ... Das ist auch ein Ubisoft-Ding. Es will weniger, dass du das Spiel wirklich liebst. Es will hauptsächlich, dass du es nicht hast. Ja, es will dir möglichst wenige Hindernisse in den Weg legen. Das ist immer das, was so definierend ist für Ubisoft-Spiele für mich. Und es wirkt auf mich ein bisschen so. Und ob das vielleicht auch bei Rise of the Ronin der Fall sein könnte? Doch, es wirkt nicht so glatt geschliffen. Also ich weiß schon, was du meinst. Also so diese Spiele, die vor allem den Abbruch des Spiels vermeiden und nicht unbedingt sagen, ich will den nicht motivieren, weiterzuspielen. Ja, die dich so ein bisschen hypnotisieren wollen, dass du gar nicht daran denkst, aufzuhören, und das eher aus so einer Gewohnheit heraus weiterspielst. Genau, genau, genau. Also das hasse ich auch. Das finde ich inzwischen auch extrem langweilig, wenn alles einfach nur so, es läuft und es läuft und es läuft und es läuft. Das ist ein Problem, das vielleicht eher Dragons Dogma hat, was sehr unkompliziert ist. Oh, spannend. Also sich da durchzukloppen, aber egal. Aber das Rise of the Ronin wirkt nicht so. Also es ist eher so, es gab so Sachen, die in das Spiel eingeführt wurden, die bislang noch nicht große Wirkung entfaltet haben, wo ich aber so die Befürchtung hätte, dass das vielleicht noch kommt. Es gibt ja so verschiedene Kampfstile, die mir das Spiel sagt, so ein Steinschere-Papiersystem hinterher abbilden. So hey, wenn der dich mit der Waffe und dem Stil angreift, dann ist es besonders effektiv, wenn du mit dem und dem konterst. Und wenn du dann die falsche Paarung sozusagen hast, dann ist das ein Nachteil für dich. Und so was hasse ich immer. Wenn dann, ich liebe Kampfsysteme und dann dürfen sie auch anspruchsvoll sein, die eine gewisse, simple Eleganz mitbringen. Dieses easy-to-learn, hard-to-master-Ding, das ist so meins. Und was ich nicht leiden kann, ist, wenn ein Spiel ankommt und sagt, und hier ist noch ein neues System. Jetzt da kannst du auch noch drauf Rücksicht nehmen. Und hier kannst du auch noch, und hier habe ich noch, weiß ich nicht, auch wenn diese Loot-Systeme dann anfangen. Und hier 0,5% mehr das. Und wenn du aber das mit dem Item kombinierst, kannst du es vielleicht auch bis zu plus 3% steigern. Und du denkst dir so, ich habe keine Lust, jetzt irgendwie den Rechenschieber rauszuholen für eine Veränderung, die rein mathematische Wirkung entfaltet, die ich aber überhaupt nicht spüre in den Kämpfen. Das finde ich dann immer eher lästig. Und ich habe so die Befürchtung, dass da zu viel hinterher systemisch noch passiert, was ich dann wieder eher störend finde. Einfach nur, weil es gibt Leute, glaube ich, die mögen das, wenn irgendwie so Sachen da sind, in die man sich über einen langen Zeitraum reinfuchsen kann. Und ich glaube, bei mir ist es vielleicht auch so eine Berufskrankheit. Also wenn man seit Jahrzehnten, ist es ja so, ich spiele einen Titel, ich lasse mir dafür dann auch Zeit, aber dann bespreche ich den und dann geht es weiter zum nächsten Titel. Es gibt in meinem Leben nicht diesen Zustand, der ja inzwischen auch viel häufiger geworden ist, von wegen, ich spiele ein Jahr lang nur dieses Spiel und nebenbei vielleicht noch mal hier kurz das und das. Also, weiß ich nicht, Leute, die halt jetzt, ich spiele das eine Call of Duty, bis das nächste Call of Duty rauskommt. Und zwischendrin auch ein bisschen Warzone oder so was. Oder die jetzt nur Fortnite spielen oder nur World of Warcraft spielen oder sonst irgendwas. Sondern ich liebe ja eigentlich auch deswegen, ich liebe Spiele, die in, weiß ich nicht, die haben einen Anfang und ein Ende. Ja? Die sind dann durchgespielt und das gerne auch einfach nach 10 bis 20 Stunden. Und dann, und die sind, diese, was ich hasse eigentlich eher an modernen Spielen, ist die fehlende Dichte, sondern die sind sehr häufig ja so ausgewalzt, wo man da sitzt, ach, unter 60 Stunden können wir das den modernen Spielen überhaupt zumuten? Und so, weiß ich nicht. Aber mir, mir darf man es gerne zumuten. Und ich hab halt viel lieber, dass alles dann wirklich kondensiert ist. Und das braucht auch keine megagroße Spielwelt, sondern halt lieber mehr interessante Orte und Ereignisse pro Quadratmeter, anstatt einfach eine endlose Fläche, die hübsch anzuschauen ist, aber ansonsten tot. Und genauso lieber eine gut erzählte Geschichte, die einfach wirklich von einem interessanten Punkt zum Nächsten kommt, anstatt in der Mitte gerne dann einen endlosen Durchhänger zu haben, wo ein Autor verzweifelt versucht, auf der Stelle zu treten, damit ich nicht zu schnell irgendwie dem Ende entgegengehe. Und das sind so die Merkmale, wo ich immer da sitze und denke, nee, nee, nee. Und das Rise of the Ronin ist halt, glaube ich, es wirkt so ein bisschen wie so ein Spiel, wo vielleicht hinterher ein Entwickler denkt, so guck mal, cool, dann kannst du dann hier, das kannst du ausprobieren und dann wechselst du dann auch noch immer passend den Combat-Style und dann hier das Timing für die Paraden, das lernst du jetzt am Anfang und es ist noch simpel, aber dann hinterher gibt es dann bestimmt Gegner und der macht dann auch irgendwie eine Finte oder dann verzögert den um eine halbe Sekunde, damit alle Timings, die du vorher gelernt hast, sind auf einmal wirkungslos und du musst das nochmal neu einstudieren und so weiter. Und das ist sowas, wo ich denke so, ich finde das okay. Ich kann auch verstehen, dass das etwas ist, was vielen Leuten Spaß macht. Ich sitze meistens da und denke mir dann so, das ist dann aber, ich bin dann doch, also ich bekomme einen positiveren Eindruck, trotz dieses Fazits, als ich vorher hatte, bei dem Gespräch, weil es mir dann ja doch so scheint, dass es in seiner unmittelbaren offenen Welt dann ein durchaus positiver Kompromiss aus dem Assassin's Creed und Nioh-Ding ist und dann halt eher die Frage ist, okay, aber hast du dann auch Bock, dich so doll in die Systeme reinzufuchsen, die dir hier präsentiert werden? Ich gehe sehr schwer davon aus, dass Rise of the Rolling auch wieder dir pro besiegten Gegner 47 Waffen entgegenwirft als Loot. Das war ja immer auch bei Nioh so. Ist das hier auch noch so? Also nicht so extrem, wie jetzt beschrieben. So nicht. Naja, jetzt sind es nicht wortwörtlich 47 Waffen. Was ich glaube, was stimmt, ist, dass das halt so ein Ding ist, wenn dir das Kampfsystem gefällt und wenn du da Bock drauf hast, dann wird das Spiel für dich wahrscheinlich funktionieren. Ich stelle mir vor, dass es, wenn das nicht zutrifft, dass es dann heikel wird, weil ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die das erzählerisch besonders stark finden werden, außer das verändert sich jetzt nochmal. Also es ist ja, ich habe nur den C ins Wasser gehalten, alle Angaben unter dieser Prämisse. Es hat ja sogar noch ein zusätzliches Ding, also die reinen Narrativ, du bist jetzt irgendwie Teil eines Assassinenordens, die Veiled Edge und die werden quasi immer als Paare ausgebildet. Das ist ein bisschen wie bei den Sith offensichtlich. Du hast immer einen Blade Twin und dann, das ist auch als Spielmechanik im Spiel enthalten, dass du dann hinterher mit so einem Sidekick unterwegs sein kannst und da gibt es dann auch so Team-Moves, die du ausführen kannst und auch das vermute ich mal. Du kannst sogar im Kampf dann fließend zwischen diesen beiden Figuren hin und her wechseln. Und ich stelle mir vor, dass das interessant sein kann, weil du kannst dann sowas machen, wie du gehst mit der einen Spielfigur und greifst den an und verwechselst den sozusagen in ein Schamützel und dann wechselst du fließend quasi durch einen Tastendruck auf die andere Figur und kannst dann versuchen, ihm damit in den Rücken zu fallen und solche Geschichten. Du hast mehr oder weniger Fernkampfwaffen, die da eine Rolle spielen können, also so Wurfsterne oder auch eine Schusswaffe. Es gibt so einen, es funktioniert ein bisschen wie ein Schutzschild. Ich glaube, es ist eher so ein, wieder so ein Stance, der da gebrochen wird oder sowas. Und aber auch das musst du halt so abtragen und es gibt natürlich dann wieder verschiedene Angriffe, mit denen das effektiver funktioniert und so weiter und so fort. Also es ist schon, es wirkt vielschichtig und es wirkt auch wie etwas, das durchaus interessant sein kann. Also es gibt sicher Leute, Also es wirkt wie eine mögliche Empfehlung für Leute, die nicht du sind. Ja, genau. Ich glaube, ich bin halt echt auch da nicht perfekt geeignet, weil wie gesagt, das ist ein Spiel, normalerweise hätte ich da glaube ich vorher schon eher Abstand gehalten, weil man weiß ja manchmal auch, bin ich jetzt quasi die perfekte Wahl dafür, um das zu besprechen oder nicht? Und in dem Fall ist es halt schon eher nicht. Und da ist es halt einfach so ein bisschen, da bin ich halt eher so gelandet und dachte auch irgendwann so, wie sind wir hier hingekommen eigentlich? Warum stöcke ich jetzt auf einmal stundentief in einem Team Ninja Game? Was ist los? Wir melden uns dann künftig bei jedem neuen Team Ninja Release bei dem Experten von dem André, damit er vorbeikommen kann, um über diese Spiele zu berichten. So merke ich mir das jetzt einfach mal. Ja, 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 stimmt. Deutschlands führender Team Ninja Expert. Sehr schön. Dann vielen Dank für diesen Ersteindruck, der ja dann auch gar nicht, also ordentliche Spielzeit schon hatte, fünf bis zehn Stunden, da gewinnt man ja schon einen ganz guten Eindruck von den gesamten Spielsystemen. Ich habe was Ähnliches gemacht wie du und habe, bei mir waren es ziemlich genau acht Stunden, das kann ich so genau sagen, weil das Spiel Unicorn Overlords eine achtstündige Demo bekommen hat auf der Nintendo Switch, was ich tatsächlich mal ausnutzen wollte, weil ich das als Idee super cool finde. Unicorn Overlords ist das neue Spiel von Vanilla Wear. Das sind die Leute, die als letztes das gigantische Story Epos 13 Sentinels produziert haben und vorher für Spiele in sehr unterschiedlichen Genres bekannt waren, die aber immer gemeinsam hatten, dass sie schier unglaubliche, handgezeichnete 2D-Grafiken präsentiert haben. Dragon's Crown ist da ein Beispiel. Da kam gerade ein, gerade, da kam vor einigen Jahren jetzt, glaube ich, schon ein Remaster raus von, jetzt muss ich, Live Drassier, wie heißt denn die nordische Mythologie da? Moment mal. Vanilla Wear, das hätte ich vorher nachgucken sollen. Odin Sphere meine ich natürlich. Vielen Dank. Odin Sphere, da kam gerade ein Remaster raus und die haben diverse, wirkliche Kulthits gebaut. Und 13 Sentinels ist so ein bisschen aus der Reihe gefallen, weil 13 Sentinels im Gegensatz zu den früheren Spielen dann plötzlich nicht mehr Gameplay fokussiert war, sondern stattdessen einen Story-Fokus hatte. Und mit Unicorn Overlord kehren sie wieder zurück zu ihren Ursprüngen, allerdings in einem anderen Genre, denn Unicorn Overlord ist ein Taktik-Rollenspiel. Kann man das als Rollenspiel bezeichnen? Ich würde schon sagen. Und zwar eines, was extrem hardcore ist und was so ein bisschen in die Fußstapfen tritt von so einem Tactics-Ogre oder einem Final Fantasy-Tactics und halt wirklich dir sagt, hier sind 734 Systeme. Damit kannst du dich die nächsten 70 Stunden befassen, dann hast du sie ungefähr alle durchblickt und dann kannst du das Spiel durchspielen. Und aus der Perspektive ergibt es dann sehr Sinn, dass du acht Stunden Zeit hast mit der Demo, denn es dauert auch so ungefähr acht Stunden, bis du mal genug Figuren und Charakterklassen an die Hand bekommen hast, dass du die zahlreichen Systeme so ein bisschen durchblicken kannst beziehungsweise, dass du so ein bisschen sie ausnutzen kannst vernünftig. Denn was Unicorn Overlord eigentlich sehr gut macht, ist dir zu sagen, wir haben hier 45 Systeme, du kannst das aber jetzt erstmal auch relativ simpel vor dich hin spielen. Und das machen sie vor allen Dingen wegen dem Spielsystem, das finde ich sehr einzigartig ist. Wir haben hier nämlich ein in Kampfsystem selbst komplett automatisiertes Kampfsystem. Kampfsystem. Du hast zwei Teams aus verschiedensten, aus ich glaube bis zu sechs unterschiedlichen Figuren, die sich links und rechts gegenüberstehen in so einer 2D-Perspektive und dann wird automatisch gekämpft. Und wie sie kämpfen, wie deine Figuren kämpfen, das gibst du alles vorher durch diese verschiedenen Systeme vor. Das gibst du vor, indem du sie zusammenstellst in den verschiedenen Klassenkombinationen. Und das gibst du vor mit Taktiken, die du denen mitgibst, was so sehr erinnert an Final Fantasy XII, wo du ja auch so eine KI gebaut hast, die im Grunde selbst und gesagt hast, wenn der Gegner so und so viel HP hat, dann sollst du diesen Angriff benutzen. Und so funktioniert das hier auch. Du kannst dann verschiedene Taktiken jeder einzelnen Einheit geben, läufst dann da rum, dann startet ein Kampf und dann wird das ausgeführt und du kannst dann gucken, ob es gut klappt oder nicht. Und wenn es nicht gut klappt, gehst du wieder zurück in eine der 47 unterschiedlichen Untermenüs und baust dir deine Figuren neu zusammen. André, klingt hier irgendwas für dich spannend beziehungsweise hast du vielleicht sogar Erfahrungen in diesem Genre? Also, ich habe nur eine Anekdote anzubieten und zwar Vanilla Bear und Odin Sphere und zwar auf, ich glaube, meiner allerersten Tokyo Game Show. Es muss so um 2006, 2007 rum gewesen sein. Da ist das Odin Sphere tatsächlich eines von den Dingern, an die ich mich erinnere, weil das war, man ist ja dann immer, man läuft über die Messen als Spielejournalist und ist auf der Suche nach irgendeiner Entdeckung, irgendwas, das irgendwie ungewöhnlich und cool ist und das Odin Sphere, das stach natürlich hervor, weil, also, eine hervorragende 2D-Grafik war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon eine Seltenheit geworden, weil er alles auf 3D gewechselt ist und das Odin Sphere ist einfach nur so ein Ding, da erinnere ich mich noch heute, dass ich da dran vorbeigelaufen bin und gedacht habe, oh, was bist du denn? Und das Problem war natürlich, dass das alles auf Japanisch war und es gar nicht so leicht ist immer dann rauszufinden, was bist du denn wirklich? Und dann hast du verzweifelt versucht, einen Entwickler zu finden, der dir das dann erklärt und ich glaube, das Odin Sphere, das war, das wird wieder Stand von Atlus oder sowas gewesen sein, glaube ich. Und das war gar nicht so. leicht, weil ich einfach da, ich hatte da keinen Termin oder sowas, ich kannte das vorher nicht und dann bin ich da sozusagen drüber gestolpert und dann an der Stelle jetzt erstmal jemanden zu finden, so als Ansprechpartner, das geht noch, weil die haben natürlich alle dann so eine kleine Rezeption meistens am Stand, dann gehst du hin und dann ist das dann so ein Fall von so, sind sie angemeldet? Und so, naja, also in dem Fall nicht, aber ich dachte vielleicht und es ist dann, das ist gar nicht so leicht, vor allem du kannst dann auch nicht einfach jeden Termin bekommen, weil du bist ja der Depp aus dem Westen, du brauchst ja dann immer gleich einen Termin mit entweder einem englischsprachigen Entwickler oder einem Entwickler plus Übersetzer und dann ist das für die häufig gar nicht so leicht, dich da noch irgendwie unterzubringen. Aber deswegen ist mir das Odin Sphere tatsächlich in Erinnerung geblieben. Ich habe das hinterher selber nie gespielt, ich habe das nur auf der Messe damals gesehen, ich glaube, ich habe so ein kleines, ach guck mal, das ist etwas, das lohnt sich vielleicht im Auge zu behalten, Artikelchen dazu geschrieben und das war's. Ich hatte immer vor, das dann später auch mal zu spielen, da hat sich aber nicht ergeben. So, das ist die Vorgeschichte zu Vanilla We're und das, was du erzählst, finde ich eigentlich klingt interessant, bis auf, naja, aber man braucht schon acht Stunden, um da reinzukommen. Das hört sich an wie, ja, nach der ersten Staffel wird die Serie gut, weißt du? Das ist so ein Ding, wo ich denke, ganz schöner Invest, den man da fordert. Dann muss ich das ein bisschen präzisieren, weil das ist es tatsächlich, nicht. Was ich damit meinte, mit dem Reinkommen ist, du brauchst acht Stunden, um so ein bisschen die Komplexität der Systeme wertschätzen zu können. Weil das ist tatsächlich, finde ich, ein extremer Erfolg von Unicorn Overlord in diesen ersten acht Stunden ist, dass es dir von, dass es am Anfang recht simpel ist, sodass du es gut, super gut spielen kannst. Also es ist eben nicht so, dass du nach acht Stunden dann das erste Mal quasi Spaß hast und sagst so, ach, jetzt rabbe ich mal endlich, was ich machen muss, sondern die Entwickler schrauben die Anforderungen so nach und nach immer weiter hoch und schaffen es am Anfang, sehr freundlich zu dir zu sein und sagen, die sagen dir im Grunde, so, hier sind so die Systeme, aber du kannst auch echt einfach so ein bisschen willkürlich deine Figuren erstmal zusammenstellen und durch die Map laufen und die Gegner angreifen und das passt schon irgendwie und du bist dann erstmal so damit beschäftigt, erstmal die Struktur des Spiels zu versuchen zu verstehen, weil die auch sehr einzigartig ist, dich an der Grafik zu laben, weil es ein unglaublich aussehendes Spiel ist, wie auch die vergangenen Spielen, dich ein bisschen mit der Story zu beschäftigen, dass das für mich sehr logisch erschien und mir viel Spaß bereitet hat und dann als es nach so vier, fünf, sechs Stunden wurde es dann halt langsam anspruchsvoller und dann kamen langsam die Gegner, die halt mal verschiedene Klassen kombiniert haben und dann musste ich nach und nach halt immer mehr kombinieren, sodass dann nach acht Stunden sich so ein bisschen begann halt die Komplexität der Systeme tatsächlich zu offenbaren und dann eben gesagt wurde, so, jetzt fordern wir langsam von dir, dass du dich damit mal beschäftigst. Ich habe ja diese Taktiken als Beispiel genannt. Ich habe, glaube ich, meine erste Taktik für eine Einheit wirklich nach sechseinhalb Stunden tatsächlich mal benutzt. Ansonsten habe ich die einfach auf ihrem Standard gelassen, habe sie einfach kämpfen lassen und es hat immer geklappt und irgendwann dachte ich mir dann, okay, jetzt würde es aber schon Sinn ergeben, wenn der Bogenschütze mal damit anfängt, zuerst auf die fliegenden Einheiten zu schießen, damit die erledigt werden. Vorher war das automatisiert alles klar, aber jetzt muss ich da mal ein bisschen drauf achten und dann wird das von da immer komplexer. Also es war von mir tatsächlich als, als was Positives gemeint, weil das ist, finde ich, etwas, was mich oft abstößt von dem Genre. Ich bin jetzt kein Taktik-RPG-Experte. Wenn ich halt einen Final Fantasy Tactics oder sowas anwerfe, da gab es ja einen Port beziehungsweise einen Remaster vor ein, zwei Jahren, da habe ich dann echt das Gefühl, okay, jetzt muss ich mir erstmal ein Notizheft nehmen und drei Stunden versuchen, die Menüs zu verstehen. Und das macht Unicorn Overlord wesentlich besser tatsächlich. Okay, aber das ist doch cool. Wobei, ich muss gestehen, also das Final Fantasy Tactics habe ich gar nicht so in Erinnerung. Ich habe das damals auf der PSP, glaube ich, gespielt und das fand ich eigentlich auch ein ziemlich cooles Ding. Ich fand es auch cool, aber schon, also nicht, nicht unglaublich zugänglich, fand ich. Okay. Ist vielleicht auch zu lange her oder so. Weiß ich gar nicht mehr genau, wie gut da der Einstieg war. Ja, oder du fandest es einfach zugänglicher, das kann ja auch durchaus sein. Ja, oder manchmal ist es ja auch, es ist ja ganz häufig auch einfach so, was hast du schon mal irgendwo gelernt? Und ich glaube zum Beispiel, ein Grund, warum ich zum Beispiel von Echtzeitstrategie meistens einfach Abstand halte, ist, das ist ein Genre, das habe ich zwar zu Command & Conquer Zeiten auch mal relativ viel gespielt, aber dann habe ich das links liegen lassen. Und jetzt ist es so ein Ding, ich muss bestimmte Basics immer mir erst mal wieder neu aneignen, die jemand, der im Echtzeitstrategie-Genre mehr zu Hause ist, der macht das einfach, der weiß schon, wie das funktioniert. Weißt du, so wie wenn du jetzt noch nie einen Shooter gespielt hast, für diese Menschen sind ja dann diese Einblendungen, hey, mit dem Stick kannst du die Kamera bewegen oder mit der Maus kannst du die Kamera bewegen und mit WASD bewegst du deine Spielfigur und solche Geschichten. Und das braucht man natürlich als erfahrener Spieler alles überhaupt nicht mehr. Und das gibt es natürlich auf verschiedenen Levels sozusagen. Also es gibt kein Genre, wo man mir noch beibringen muss, wie ich die Kamera bediene, aber es gibt halt Genres, wo dann halt schon im nächsten Level wahrscheinlich Schluss ist, weil ich die zu lange nicht mehr gespielt habe. Und deswegen vermeide ich das dann einfach, weil ich dann einfach, glaube ich, diese Hausaufgaben nicht mehr machen will. Und wenn ich mich mal jemals dort wieder einarbeiten würde, würde es vielleicht auch wieder Spaß machen. Weil ich einfach der Idiotenhügel sozusagen, über den muss ich dann immer noch drüber, aber wenn man den erstmal genommen hat, dann ist ja meistens nochmal eine ganz andere Basis. Ich möchte mich ganz kurz korrigieren, was vielleicht unsere unterschiedlichen Perspektiven da erklärt. Ich meinte gar nicht Final Fantasy Tactics, sondern Tactics Ogre, den inoffiziellen Vorgänger. Das haben sie ja danach gemacht, nach Tactics Ogre, haben sie ja Final Fantasy Tactics gemacht, das Team rund um Yasumi Matsuno. Und das hat einen Remaster bekommen, Anfang letzten Jahres. Da wollte ich tatsächlich auch immer mal reinspielen, aus dem Grund. Das habe ich nämlich noch nie gespielt. Die Tactics Ogre-Dinger, man hörte dann ja früher immer so Geheimtipp und die waren ja lange Zeit irgendwie nicht so leicht verfügbar. Aber das kann natürlich sein. Also es sind ja immer so Weiterentwicklungen, gerade auch was Komfortfunktionen und sonst was angeht oder eben auch, wie man den Spieleinstieg macht. Aber das fühlt mich schon, aber lange Rede, kurzer Sinn, also das Unicorn Overlord klingt interessant. Sieht natürlich auch wieder sensationell aus. Hat wieder so ein, ich habe so ein leichtes, ich prall halt, wie gesagt, ich mag diesen typischen Animes, den ich so gerne und ich sehe schon wieder Figuren, die aussehen, als wären sie irgendwo zwischen 12 und 15, die dann wahrscheinlich die Anführer irgendeiner Nation oder generell auf dem Schlachtrecht sind. Du hast es exakt beschrieben, ja. Ja, du spielst den jugendlichen Prinzen, der vertrieben wurde aus seinem Königreich und der dann halt mit 15 beginnt oder also ungefähr 15, es wirkt so, die Rebellion startet und das ist der Hauptcharakter. Also sehr genau beschrieben. Das ist halt so, weißt du, früher, so in meiner Jugend oder sowas, dann hätte ich ja noch gesagt, ja, okay, es gab mal eine Zeit, da waren Spielkonsolen insbesondere halt wirklich Kinderspielzeug und irgendwie macht es Sinn, alles dann auf dieses Kindliche runterzubrechen und jetzt, vielleicht ist das auch einfach nur so ein Effekt des Älterwerdens, finde ich das immer so befremdlich. Das ist mir auch schon bei, ich glaube, bei einem dieser Tales of Games oder sowas, da habe ich auch reingespielt und das war so, wo ich auch dachte so, es ist im Grunde der Plot von Game of Thrones, aber als Kinderaufführung, warum? Was ist hier los? Warum sind die alle so jung? Wieso siehst du aus, als wärst du acht? Warum hört überhaupt jemand auf dich? Wieso befehligst du Soldaten? Was ist hier los? Aber das ist eine persönliche Befindlichkeit, aber ansonsten sieht es toll aus. Ich spiele aber trotzdem, es ist nicht so, dass das jetzt ein komplettes hier, das ist jetzt nicht der Endpunkt, ich kann sowas wie Fire Emblem und Co. kann ich dann hinterher auch gut spielen. Es ist nur etwas, was so eine kleine Hürde ist, die ich dann immer erstmal nehmen muss und wenn man erstmal sich so ein bisschen eingewöhnt hat, geht's. Ich kann dir aber sagen, dass ich glaube, dass du da tatsächlich auch in Unicorn Overlord dich wohler fühlen würdest, als in so etwas wie Details-Reihe zum Beispiel, weil Details-Reihe ist ja wirklich extrem, dieses, ne, jeder redet wie dieses Anime-Klischee, das du im Kopf hast. Unicorn Overlord ist da nicht so. Unicorn Overlord ist ganz hervorragend lokalisiert und geht halt dann wirklich sehr eben, ja, nicht wirklich in die Game of Thrones-Richtung, sondern erinnert es mich tatsächlich an, Taktiksoga, von dem, was ich gesehen habe in dem Sinne, dass es sich wirklich mühe, also es geht durchaus weg von dem Original und traut sich seinen eigenen, seine eigene Lokalisierung damit reinzubringen, aber ich sage das besonders, weil da gab es auch ein kleines Skandälchen, weil halt wieder Leute, die das japanische Original verglichen haben mit dem englischen Lokalisierung und dann den Unterschied zwischen Übersetzung und Lokalisierung vergessen haben und halt sagten, warte mal, der sagt ja gar nicht exakt das Gleiche, der meint nur das Gleiche und sagt das auf andere Art und Weise und wollten dann daraus einen Skandal stricken, während das für mich eben die Definition einer tollen Lokalisierung ist, weil diese Charaktere hören sich wirklich alle an, als kämen sie frisch aus irgendeinem Theaterstück, das halt dir eine ganz traditionelle mittelalterliche Rebellionsgeschichte erzählen möchte. Und ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Also die Geschichte ist, würde ich sagen, so eine der am wenigsten spektakulären Parts der Geschichte, weil sie extrem simpel ist, aber wie ich finde, sehr solide erzählt. Du hast deine Anime-Stereotypen, nämlich indem, dass die Hauptcharaktere halt oft Jugendliche sind, nicht alle, aber viel davon sind Jugendliche und dann kommt halt irgendwo eine 20-jährige, so eine engelsgleiche Frau mit Flügeln angeflogen und die hat natürlich Brüste, die so groß sind wie der Rest ihres Körpers zusammengenommen. Das ist auch so ein definierendes Vanillaware-Ding, dass auch die männlichen Charaktere extrem überzeichnet sind, aber die Frau, die weiblichen Charaktere oftmals dann auch noch extrem sexualisiert sind. Das ist auf jeden Fall etwas, womit man entweder klarkommen muss oder was man vielleicht sogar gut finden muss. So ist es jetzt bei mir nicht, aber es ist etwas, was mir mein Enjoyment an dem Spiel jetzt nicht kaputt macht. Ich kann aber auf jeden Fall das, wie ich finde, wirklich solide Writing wertschätzen. Es ist da was deutlich Besseres, als man jetzt von sowas wie Tales oder ich würde auch sagen Fire Emblem kennt. Ja, wie gesagt, das ist ja halt alles so ein Ding, man hat halt einfach so seine Präferenzen. Ich finde auch, es findet es halt immer sinnvoll, wenn man Spiele bespricht, auch zu artikulieren, was für Präferenzen oder vielleicht Abneigung oder sonst irgendwas man hat. Das hilft ja den Leuten dann auch besser einzuschätzen, wie ernst sie die Besprechung hinterher für sich selber nehmen müssen. Und wie gesagt, also das sind so Sachen, die sind für mich immer erstmal etwas, wo ich mir denke, aber das heißt nicht, dass das nicht gut funktionieren kann. So beschreibst du das ja auch. Genauso auch zum Beispiel, das passt ja sogar fast schon zu unserer Diskussion vorhin. Es ist nicht schlimm, wenn sexualisierte Figuren in Spielen auftauchen. Finde ich das manchmal peinlich? Ja. Also es gibt so Titel, wo ich mir, also ich sitze nicht da und wünsche mir die Zeit zurück, wo Frauen alle aussahen, wie hier in Heavy Metal Fact 2 oder sowas. Wow. Was eine Referenz. Ja, also das ist ja so, weißt du, früher sahen ja quasi Kriegerinnen im Computerspiel fast durchgehend so aus und ich bin eigentlich ganz froh, oder Lara Croft ist ein super Beispiel, die moderne Lara Croft ist mir hundertmal lieber. Lasst sie doch bitte einfach funktionale Kleidung tragen oder sonst irgendwas und nicht rumlaufen wie so ein Sexdoll. Das ist meine Präferenz. Es ist nicht dramatisch oder schlimm, wenn jemand sagt, er möchte irgendwie in irgendeiner Form sexualisierte Charaktere haben. Das Problem entsteht ja meistens immer nur dann, wenn Leute irgendwie der Meinung sind, sie müssten hier jetzt die Palastrevolution starten, weil die Spieleentwicklung sich vielleicht davon ein bisschen distanziert inzwischen, weil sie sagen, wir wollen vielleicht einfach eine breitere Zielgruppe erreichen und wir glauben, das schreckt Teile der weiblichen Zielgruppe vielleicht ab, nur als Beispiel, keine Ahnung, aber solche, das sind ja auch die Erwägungen, die dann im Kern meistens wirklich dahinter stecken oder aber auch, bei uns arbeiten in den Studios inzwischen einfach viel mehr Frauen und die sagen, what the fuck ist das denn? Habt ihr sie noch alle? Können wir das vielleicht einfach mal anders designen? Und es ist ja nicht so, und man sieht ja jetzt auch anscheinend an dem Beispiel, es ist ja nicht so, dass das jetzt komplett aufhört, wenn es Leute gibt, die das cool finden oder sowas, wird sowas weitergemacht und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, kann ich ja überhaupt nicht spielen, wie sieht die denn aus? Zieh dir erst mal was an, so gehst du nicht vor die Tür und schon gar nicht aufs Schlachtfeld. Was sollen denn die Leute denken? Ja, das geht, so ist es ja nun auch nicht, sondern es ist halt eher so, man sieht sowas in dem Spiel, manchmal denkst du dir so, ach, Augenrollen, wer hat denn die Figur designt? Und umgekehrt gibt es Sachen, die gefallen mir, die gefallen anderen Leuten nicht. Und dann sitze ich dann da und denke mir so, jawohl, cool, weiß ich nicht, endlich wieder eine Spielfigur, die nach den Vorbildern Stallone und Van Damme designt wurde, und alle anderen sagen, was ist denn das? Oh mein Gott, die 80er sind doch zu Ende, habe ich gedacht. Ja, also da sind wir wirklich sehr, sehr ähnlicher Meinung und da haben eine sehr ähnliche Herangehensweise, würde ich behaupten. Bei 13 Sensionals, dem Vorgängerspiel, war das noch ein definierender Aspekt, würde ich auch sagen. A, weil wirklich alle Hauptcharaktere, ja Jugendliche waren, davon ausgehend, dass du halt Highschooler gespielt hast oder Highschooler, ich weiß gar nicht, jedenfalls halt Jugendliche, die in der Schule waren. So, ich möchte jetzt nicht irgendwelche amerikanische Schulsysteme reinbringen, die ich selbst nicht gut kenne. Sag genau welche Klasse. Ja, genau. Und haben sie Erdkunde als Wahlfach genommen oder Französisch? Ich weiß es doch nicht. Wie soll ich denn eine Kaufentscheidung treffen, wenn du mir nichts sagst? Das ist ein wichtiger Fakt für den Wertungskasten. Jörg verlangt, dass das da steht. Wir können dann noch eine Box machen auf Seite 2. Das lockert auch das Layout noch mal auf. Ja, das kann ich leider nicht sagen. Aber da war es halt so, da war halt die Geschichte definierend für das Spiel. Und da kannst du halt nicht dann einfach darüber hinwegsehen, sondern da musst du dann schon mögen. Und wenn du es nicht mögst, dann hast du irgendwie ein Problem, um das Spiel wirklich zu genießen. Hier ist es nicht so. Das Spiel, die Geschichte ist hier nicht definierend. Wir wissen auch aus der Entwicklung, die Geschichte kam dann eher so in den letzten Jahren, im letzten zwei Jahren der Entwicklung, die wirklich viele, viele Jahre, ich glaube irgendwie acht Jahre oder so gedauert hat, kam die dann noch dazu. Das ist wirklich ein systembasiertes Spiel, das durch seine Systeme auch getrieben wird und durch seine Spielsysteme sich definiert. Und die sind halt wirklich spitzenmäßig. Also ich bin ein wirklicher Amateur in dem Genre, das würde ich wirklich betonen. Und ich habe das Gefühl, das Spiel gibt sich extrem doll Mühe, mich an die Hand zu nehmen und mitzunehmen und jedes Menü wunderschön zu designen, sodass auch die komplexen Sachen, die ich da halt einstellen muss, mir immer freundlich präsentiert werden und wahnsinnig viele Systeme und Spielmechaniken halt wirklich hat und miteinander kombiniert, aber sie alle nach und nach, eins nach dem anderen und immer erzählerisch kontextualisiert mir präsentiert. Ich bekomme neue Charakterklassen, etwa nicht einfach über ein Menü, dass das Spiel mir sagt, hey, du hast Level 10 erreicht, hier ist jetzt der Krieger. Nein, stattdessen läufst du auf der riesigen Overworld-Map, wie so ein bisschen aussieht wie klassische Overworld-Maps in JRPG-Spielen, nur eben auch sehr, sehr, sehr schön stilisiert. Die hast du hier, da läufst du wirklich direkt rum und hast dann dort die Nebenquests, die du löst und die Schlachten, die du schlägst und dann hast du meinetwegen eine Belagerung, wo du halt eine Stadt einnehmen musst und am Ende dieser Belagerung kämpfst du gegen den Boss und das ist halt einer, der die Charakterklasse des Kriegers hat und indem du ihn besiegst, dich mit ihm dann in ein Gespräch führst, rekrutierst du ihn dann am Ende und schaltest dann so die Möglichkeit frei, auch weitere Krieger zu rekrutieren für dein Team und das passiert bei jedem einzelnen Charakter so, bei jeder einzelnen Mechanik so, dass du in irgendeiner Art und Weise eine Kontextualisierung in der Spielwelt bekommst, wieso das passiert und ich eben nicht in 7000 Menüs mich wiederfinde und die ganze Zeit die A-Taste drücke und dann die Hälfte der Information verpasse und das finde ich, ich hab das Gefühl, ohne die Erfahrung oft gemacht zu haben, ich hab das Gefühl, das geht diesem Genre ab und zu abhanden und das macht dieses Spiel ganz hervorragend, sodass ich tatsächlich jetzt auch sehr Lust bekommen habe, da weiter reinzugucken. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt unmittelbar Zeit für habe, aber wenn es alles gut geht, werde ich das Spiel mir dann tatsächlich jetzt auch mal holen und dann auch in den folgenden Stunden da noch mehr Zeit mit verbringen. Also was du sagst, klingt auf jeden Fall geil, weil meine nächste Befürchtung wäre, dass es so eins von diesen sehr schwarzhaften Dingern ist, ne, also sowas wie, also die späteren Fire Emblems, die so zwischendrin dann ja immer noch so diese Soap Opera in Textboxen erzählen. Und das finde ich dann häufig ermüdend, weil die Storys auch einfach strunt sind und dann klickst du da Textboxen nach Textbox weg und dann einfach so wegdrücken fände ich sie ja dann auch nicht. Ich will ja trotzdem noch verstehen, was in der Handlung passiert. Schlimm klingt also so, als wäre das, hätte es Selbstbeherrschung in diesem Fall. Ja, es ist ein Mittelweg daraus, würde ich schon sagen. Diese Gespräche, in denen ja dann immer zwei Charaktere in der 2D-Perspektive sich halt gegenüberstehen. Ich habe das Gefühl, sie haben so ein Ding gehabt, wo sie gesagt haben, ein Gespräch darf nie länger als eine Minute gehen. So, also wenn wir hier eine Szene haben und die sind doch alle eingesprochen, nicht alle eingesprochen, aber viele davon, zumindest die Hauptquest-Sachen sind alle eingesprochen, dann geben sie sich schon Mühe, dass die kurz und bündig bleiben. Natürlich am Anfang hast du ein Intro und so, da dauert es ein bisschen länger, aber danach habe ich das Gefühl, sie geben sich Mühe, dass es nie zu sehr ausartet und dass du nie den Eindruck bekommst, jetzt bist du zu, dass du zu lange vom Gameplay weg bist, sondern sie schieben dich dann schon immer dann fix wieder dahin, aber nehmen trotzdem ernst, was sie erzählen und verbringen da Zeit mit, sodass es, finde ich, ein ganz netter Kompromiss aus beiden Sachen ist. Okay, nice. Und jetzt noch die wichtigste Service-Frage von allen. Kann man den Spielstand der Demo nach acht Stunden mitnehmen, wenn man das Hauptspiel kauft? Das ist sehr gut, dass du das fragst. Ja, das kann man. Du kannst das Spiel dir dann kaufen, behältst dann direkt den Download, behält man den Download? Das behaupte ich gerade, ohne es zu wissen, weil das war bei anderen Spielen schon mal nicht so. Das will ich jetzt nicht behaupten, aber genau den Spielstand kannst du dann direkt weiterspielen. Das war jetzt auch die Prämisse, mit der ich das dann gemacht habe, weil ich finde, das ist eine ganz hervorragende Idee für so ein Spiel. Ich hätte jetzt erst mal nicht bei Unicorn Overlord selbst zugegriffen, aber diese Demo, die mir so viel Zeit gegeben hat, tatsächlich eine gewisse Faszination dafür aufzubauen, die hat mich tatsächlich dazu motiviert, in dieses Spiel dann in den folgenden Wochen und Monaten noch mal näher reingucken zu wollen. Cool. Gibt es... Das Wort Einhorn ist irgendwie überhaupt nicht gefallen. Ist das wieder einer von diesen japanischen Titeln, wo man hinterher denkt, so, keine Ahnung, sie haben wahrscheinlich einfach Wörter aus dem Hut gezogen, oder? Also, nee, tatsächlich, du trägst hier den Einhornring, den Ring of the Unicorn, und der ist so ein bisschen storydefinierend auch. Also, der ist wichtig für die Geschichte und natürlich habe ich da nur die ursprüngliche Prämisse, ich weiß noch nicht, wo das hinführt, aber ja, das Unicorn ist hier tatsächlich im Plot relevant und das ist auch das Zeichen dieses Königshauses, das du vertrittst. Das ergibt tatsächlich mal Sinn. Es ist kein Oktopath-Traveller-Situation. Ja, genau. Triangle Strategy. Ja, das hätte ich sagen sollen. Das ist der Gewinner. Triangle Strategy und Bravely Default. Das sind die beiden Spiele, die diesen Wettbewerb in meinen Augen immer gewinnen. Das sind die Gewinner des, wir sind auf dem Arbeitstitel hängen geblieben. Oh, Various Daylife gibt es noch, alle Square Enix-Titel, das können sie gut. Ja, das ist in der Tat richtig. Kostet Vollpreis gibt es für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Leider keine PC-Version, was bei so einem sehr menübasierten Spiel ziemlich schade ist. Ist allerdings auch sehr, sehr gut natürlich dann für Controller gebaut worden, ist ja alternativlos. Ich habe die Nintendo Switch-Version gespielt und die ist klasse, da habe ich keinerlei Probleme mit festgestellt. Die kann ich sehr empfehlen. So, dann sind wir doch beim letzten Spiel für heute angekommen und damit sind wir wieder bei Dragons Dogma 2 angelangt. Das ist ein Spiel, über das Tom und ich in der letzten Woche bereits ausführlich gesprochen haben. Das basierte dann noch auf den Eindrucken halt bei mir von, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt hatte, ich glaube, ich war etwas über 10 Stunden da drin. Tom war schon ein bisschen weiter. Das hast du, nämlich wie du mir hast mitgeteilt, auch schon ausführlich gespielt. Ich bin jetzt so 35 Stunden drin. Weißt du, wie viel Zeit du damit verbracht hast? Also ich kann es nicht genau beziffern. Ich schätze mal so 20 Stunden oder so was. Ja, okay. Ich bin wohl noch länger. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, du hast ordentlich Zeit damit verbracht. Die erste Hälfte sah ich jetzt einfach mal. Die erste Hälfte. Ja, da sind wir glaube ich an einem ziemlich ähnlichen Punkt. Ich komme jetzt in diesen zweiten Bereich nach Battaglia oder wie der Laden da heißt. Da habe ich 10 Stunden länger gebraucht, aber wir sind tatsächlich dann so ziemlich an genau dem gleichen Punkt. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade wieder die völlig falsche Uhrzeit sozusagen hier im Kopf gehabt. Das könnte auch schon länger sein. Also ich habe auf jeden Fall da schon ordentlich Zeit auf der Uhr, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da können wir uns jetzt die Erklärung der Prämisse dann glücklicherweise sparen. Das haben wir in der letzten Woche schon ausführlich gemacht. Dann kommen wir doch direkt zum Wesentlichen. Wie gefällt es dir denn? Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, wo ich dann gleich unbedingt mal darauf zu sprechen kommen möchte, als ich über die Reibung in Rise of the Ronin gesprochen habe. Aber erst mal unabhängig davon, wie ist denn dein grundsätzlicher Eindruck von Dragon's Dogma 2? Teils, teils. Also ich bin da noch, ich bin doch immer noch, obwohl ich jetzt schon relativ viel gespielt habe, noch relativ ambivalent. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie es jetzt dann über die gesamte Spielzeit sich so trägt. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding, finde ich. Es hat sehr viele so interessante Ideen. Also angefangen, ihr habt bestimmt schon über diesen Charakter-Editor gesprochen. Was ja alleine schon so. Über den haben wir nicht viel gesprochen. Also kannst du gerne was so sagen. Das ist ja so ein bisschen so ein Kuriosum. Das ist ja nicht so, also er bietet zumindest eine Funktion an, die ich ungewöhnlich finde, indem es dir sagt, so komm, hier, du kannst jetzt mal, erst mal grundsätzlich, hier ist eine Auswahl, gefällt dir davon irgendwas? Dann sagst du, ja, das hier. Und dann so, hier, guck mal, jetzt sind noch mal zehn Varianten von dem, was du dir gerade ausgesucht hast. Was gefällt dir davon am besten? Dann sagst du, weiß nicht, der da vielleicht? Und dann sagt er, okay, und jetzt sind noch mal zehn Varianten, in denen nur noch Details verändert wurden von dem. Der hat jetzt noch mal eine andere Frisur oder so, aber ansonsten ist das grob das Gleiche. Welchen du davon willst du haben? Dann sagst du, ja, den da, und dann hast du auf einmal eine Spielfigur. Und das finde ich, ist eine echt clevere Idee, muss ich sagen. Das ist relativ komfortabel, wenn man nicht hier, Entschuldigung, hier 50 Stellschrauben und hier Wangenknochen leider noch ein bisschen weiter nach links einstellen will. und man kommt trotzdem zu einer ganz guten Varianz in den Endergebnissen. Also das fand ich zum Beispiel, war echt eine ganz clevere Idee. Und das ist so direkt beim Spieleinstieg, was wo einem auffällt, so ach guck mal, da sind ja Ideen drin, die hab ich zumindest so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal irgendwo anders gegeben hat. Mir war das bislang neu. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Ähm, denn ich bin jemand, der nicht gerne sich in Charaktereditoren verliert. Ich kenn viele Leute, die wirklich dann auch gerne vier Stunden damit verbringen und wo das im Grunde das Highlight des Spieles ist. Aber ich persönlich denk mir dann immer, sobald ich mehr als vier Slider habe, denk mir so, nee, da will ich schon nicht mit interagieren. Das ist mir zu viel Aufwand für zu wenig Gain. Und da mochte ich dann sehr gerne. Das ist ja im Grunde, was es einfach macht, ist, dir einen Random-Button zu geben, den du aber kleinteiliger kontrollieren kannst, wo du nicht einfach einmal auf Y, also auf den Randomize-Button drückst und dann guckst du, was passiert, sondern du wählst erst eine Sache aus und dann davon ausgehend hast du dann irgendwie, was ist es, sieben oder acht unterschiedliche Random-Faces, wo du da nochmal draufgehen kannst und du wirst so immer detaillierter. Und das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Das war so ein schöner Mittelweg. Und man kann dann ja mit den 54.000 Slidern noch genauso abgehen, stundenlang, wie man will. Aber für Leute wie mich und dann ja scheinbar auch wie Leute für dich, da hat man auch dann eine Alternative gehabt. Das fand ich sehr nett. Es ist halt einfach clever, ne? Also erstens ist es so ein bisschen iteratives Design. Das ist ja sogar, wie tatsächlich Charaktere dann in Spielestudios teilweise entstehen, ne? Erstmal sitzt einer da und sagt so, hey, mach mir 20 Möglichkeiten, wie diese Hauptfigur aussehen kann. Und dann sitzen alle davor und sagen, okay, die und die, ne? Weiß ich nicht, die sitzen nicht da und müssen sich dann für eine entscheiden oder sowas. Aber dann sagt man, okay, das ist jetzt hier unsere Shortlist und jetzt mach mal Variationen davon. Und dann legt man sich quasi Stückchen für Stückchen, verengt sich dieser Fokus und irgendwann legt man sich fest und sagt, okay, das ist jetzt die Figur und jetzt machen wir nochmal Varianten von der, ne? Die andere Klamotten, andere Frisur, anderes dies, anderes das und am Schluss ist das Ding irgendwann fertig. Und das ist jetzt ganz stark simplifiziert, so ein bisschen der Prozess, den man hier durchlaufen kann. Das fand ich eigentlich ziemlich smart. Ich bin per se, ich mag es sogar ganz gerne, in Charaktereditoren rumzuspielen. Das Problem ist nur, für dieses High-Level-Fine-Tuning bin ich zu blöd. Ich hab vielleicht eine Vorstellung davon, wie meine Figur aussehen soll. Ich weiß aber nicht, wie ich sie erreiche. Das heißt also, ich zieh an irgendwelchen Snydern rum und dann wird das Gesicht ovaler und die Stirn wird höher und die, weiß ich nicht, die, die Wangenknochen werden breiter oder sonst sowas. Und am Schluss denke ich mir so, fuck, Quasimodo 2.0. Aber das war nicht das, was ich wollte. Er sollte doch, keine Ahnung, aussehen wie ich oder aussehen wie Schauspieler XY oder was auch immer. Und ich bin einfach, also weiß ich nicht, da muss man vielleicht zeichnen können oder sowas. Einfach eine gewisse Vorstellung davon haben, was muss ich denn an dieser Gesichtsgeometrie verändern, damit es dem gewünschten Ergebnis näher kommt. Und dafür bin ich zu doof. Und umgekehrt auch, war ich immer zu faul, mich hinzusetzen, um das tatsächlich zu lernen. Und dementsprechend lasse ich es dann meistens bleiben und ergehe mich in Details. Ich liebe es, wenn ich meiner Figur irgendwelche Narben geben kann. Ich mag es auch, wenn ich Figuren älter machen kann oder wenn ich ein bisschen so von diesen Idealkörperbildern abweichen kann. Also in Dragons Dogma kann man ja auch zum Beispiel Körpertypen aussuchen, wo ich dann auch gedacht habe, so jawohl, genau, so ein bisschen stämmigerer Bursche, ne? Und der darf auch mal ein bisschen breiter in der Hüfte sein, aber dafür muss er auch ein bisschen kräftig aussehen, soll ja hinterher irgendwie Sinn ergeben, wenn er jetzt da irgendwie so einen Wolf durch die Gegend schießt, als wäre das ein Fußball. Und das war cool. Das war echt, also es hatte, finde ich, einen Level von Komfort, der genau richtig war. War sehr, sehr geil. Ja. Da kann ich dir nur in allen Belangen zustimmen. Dann hast du dir deinen Charakter ausgewählt und dann das Gleiche nochmal mit deinem Vasallen, mit deinem Porn gemacht und bist dann raus in die weite Welt. Konntest du oder auch frühere Erfahrungen eigentlich fußen konnten? Hat da tatsächlich hast du Dragon's Dogma gespielt? Hast du da irgendeine Verbindung mit? Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich. Ich kenne den ersten Teil nur dem Namen nach. Ich habe das auch völlig falsch eingeschätzt, außer der zweite Teil unterscheidet sich stark vom ersten. Ich habe immer gedacht, Dragon's Dogma ist so ein Monster Hunter irgendwas gewesen. Ah, interessant. Nee, tatsächlich. Das war offensichtlich völlig falsch. Das ist tatsächlich falsch, ja. Es war immer der Versuch von Itsuno, dem Macher der Devil May Cry-Reihe, seit dem zweiten Teil, beziehungsweise eigentlich seit dem dritten Teil, den zweiten Teil hat er so am Ende übernommen, um es irgendwie rauszubringen. Das war immer sein Versuch, halt ein westliches Rollenspiel zu machen, das sehr systemisch funktioniert. Also ein bisschen den von uns erwähnten Open-World-Trends, denen halt sehr, sehr viele Spiele im Triple-A-Bereich folgen, entgegenzutreten. Und aus der Perspektive fand ich so spannend, dass du das ja dann anders erlebt zu haben scheinst. Weil du ja scheinbar dann doch für dich erlebt hast, Dragon's Dogma 2 eben diese Reibung, von der ich so viel gesprochen habe, also Hindernisse, die es dir in den Weg legt, dass du das nicht groß gespürt zu haben scheinst und dann eine relativ eingängige Zeit gehabt zusammen scheinst. So formulier es einfach mal. Kommt das hin? Hab ich das so richtig interpretiert? Ja, schon. Also natürlich, also am Anfang musste ich mich da vielleicht ein bisschen mehr einleben, als wenn das jetzt komplett so Ubisoft-Zeug wäre, wo du denkst, also es ist nicht das Spiel, wo du reinstartest und nach fünf Minuten sagst, alles klar, das habe ich schon dreimal gespielt, ich weiß, was geht. Aber das war ja der Punkt, wo wir so ein bisschen über auch Friktion gesprochen haben im Sinne davon, wie anspruchsvoll ist es, das Ganze zu beherrschen. Und ich fand, nach anfänglichen Irrungen und Wirrungen hat es sehr schnell den Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, so, ja, alles klar, ich laufe hier durch, als ob mir der Laden gehört. Also ich fand es sogar ein bisschen ernüchternd, dass es gibt ja in dem Spiel immer wieder diese Encounter mit relativ großen Monstern. Vielleicht kam daher auch die Idee, dass es so Monsterhunter-artig sei. Und ich habe am Anfang noch gedacht, oh, 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 da ist jetzt aber einer, der hat drei Energieleisten, da traue ich mich gar nicht ran. Und inzwischen ist es so, dass ich gelernt habe, eigentlich ist die einzige Herausforderung, wenn man so will, dass es vielleicht zu lange dauert, den Gegner zu besiegen. Also, weil mir hauen die Monster teilweise ab. Ich bin, dann bin ich einmal um die Ecke gelaufen, um irgendjemanden wiederzubeleben. und auf einmal habe ich die Figur wiederbelebt und laufe zurück und will dem Monster den Rest geben und das Monster ist weg, die dumme Sau. Solche Sachen sind mir passiert oder es hat ja so ein System, wo du quasi so eine Art, ja, wie schreibe ich das? Also deine Energieleiste wird ja dann nach und nach immer nicht, also du verlierst nicht nur Lebensenergie, sondern auch die maximal verfügbare Lebensenergie wird dann nach und nach reduziert. Und das kann zu einem Punkt kommen, wo es dann so niedrig wird, dass es dann tatsächlich schwierig ist. Aber ansonsten da ist es immer so eine Geduldsfrage und dann kloppe ich halt die Monster mit meinen Porns nach und nach runter. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es in der Hinsicht irgendwie anspruchsvoller ist. Und viele von den normalen Encountern spielen sich halt von alleine. Teilweise kannst du, wenn du willst, können sie sich wirklich von alleine spielen. Es gibt Sachen, da kannst du auch einfach dich hinstellen und deine Porns alles erledigen lassen. Ja, genau. Davon bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen überrascht bei Dragon's Dogma 2, weil ich finde, das Spiel ist, zu einfach ist nicht das Problem. Ich habe gar kein Problem, wenn es einfach ist. Ich glaube, das ist das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass du dich ab und zu einfach so ein bisschen hinstellen kannst und deine Vasallen die Arbeit machen lassen kannst, ist aber auf der anderen Seite, dir dann doch so viele Gegner entgegenwirft, dass es halt eine Routine dort aufbaut. Und ich finde, das steht in Konflikt mit dem Rest des Spiels. Denn der Rest des Spiels ist halt, wie ich finde, ziemlich anspruchsvoll auf einer positiven Art. Nämlich in dem Sinne, dass es dir halt eine Quest gibt und die regelmäßig ein bisschen unklar ist in dem Sinne, dass du dir halt durch die Hinweise im Spiel selbst erschließen musst, wann ein Charakter wo ist. Das Problem daran ist, dass es ab und zu dir trotzdem Questmarker gibt, die dann einfach nicht stimmen. Das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, das verstehe ich nicht, weil ich zum Beispiel mal zu einem Charakter musste, der einfach nachts an einem bestimmten Ort in einem Zelt gecampt hat und tagsüber in einer Basis unterwegs war. Aber der Questmarker, der war immer an dem Zelt, wo er aber nur nachts manchmal war. Das heißt, das Spiel hat mir durch seine UI hat mich so ein bisschen auf die falsche Pferde gelockt, weil ich mir selbst eigentlich schon erschlossen habe, dass er nicht da sein kann, aber das UI hat das gesagt, dass er da ist, also dachte ich mir, ja gut, dann renne ich jetzt halt dahin, dann war er nicht da. Das heißt, das UI hat er einfach gelogen und an dem Punkt hätten sie einfach das machen sollen, was sie an anderen Stellen regelmäßig machen, nämlich mir einfach gar keinen Checkpoint geben und es mir selbst mich erschließen lassen. Diese grundsätzliche Prämisse, dass ich mir aber selber Sachen erschließe, das alles in der Spielwelt begründet liegt, dass es kein Meta-Fast-Travel-System gibt, sondern nicht über die Oxcarts-Fast-Traveler oder ganz selten über die Teleportationsstände, die aber ordentlich Geld kosten. Dass das alles wirklich einen Sinn in der Spielwelt ergibt, das mag ich sehr gern und dass es dadurch so ein bewusstes Spielerlebnis wird, aber, und da ist etwas, wo ich, glaube ich, dir auch recht nahe komme, es gewinnt diese extreme Routine, weil du ja diese Wege entlanglaufen musst, du kannst nicht einfach immer sagen, ich teleportiere mich jetzt von A nach Z, nach K nach B, sondern meistens laufe ich von A nach B, aber auf diesen Wegen, wenn ich denn auf den Wegen bleibe und nicht erkunde, treffe ich dann die immer gleichen drei oder vier unterschiedlichen Gegner mit einem Oger oder einem Troll zwischendurch, der dann zehn Minuten braucht, um erledigt zu werden, zumindest am Anfang, wodurch das dann zu einer Routine wird, dadurch, dass es so anspruchslos ist, dank der ganzen Vasallen. Ja, genau. Also, ich sehe das auch, ich sehe die Pluspunkte, die du genannt hast, sehe ich auch. Also, ich finde das, also alleine zum Beispiel die Landschaftsgestaltung finde ich ziemlich geil. Das sieht schon cool aus, das ganze Ding. Ich finde, durch die Welt läuft man eigentlich auch ganz gerne und zum Beispiel der, es ist ja nicht direkt ein Verzicht auf Fast Travel, das gibt es ja, aber zu sagen, ich bin, das ist jetzt nicht so ein Standardfeature, das ist kein Skyrim, wo du, wenn du hinterher, wenn du willst, einfach nur noch von A nach B dich hin und her beamst sozusagen, sondern, dass man dich versucht, so ein bisschen dich stärker in dieser Welt zu verankern, indem man sagt so, hey, wenn du mal schnell von einer Stadt zur anderen willst, dann musst du dir halt, musst du zu diesem Ochsenkarren, zu dieser Bushaltestelle gehen und dann drückst du da und dann ist der auch nicht einfach automatisch immer da und wartet auf dich, sondern dann musst du halt wenigstens mal so eine Wartesequenz auslösen und dann musst du in den Reihen gehen und dann musst du losfahren und dann kannst du halt da auf die Ich-Ich-Schlafe während der Fahrt-Taste drücken und das ist dann eigentlich das Fast Travel, was dann da passiert, ne? Mhm. Das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Es muss man, man muss so ein bisschen in Stimmung sein dafür, das ist natürlich dann auch wieder so ein relativ entschleunigtes Spiel, wo man sich auch manchmal, finde ich, fragt so, wie viel so Handcrafted-Content ist da eigentlich drin und wie viel von der Spielzeit entsteht einfach dadurch, dass es dich ständig zu diesen Gebietsüberwindungsphasen zwingt, wo du mal so denkst, so, ich hab jetzt mal, es gibt ja in der Mainquest dann so Aufgabenstellungen, wo du sagst, ja, also, ich weiß nicht, wie viel wir hier jetzt aus der Story spoilern wollen, ich versuch's mal vage, wo dann dir jemand sagt, so, hey, es wäre für, für das Erreichen unseres Ziels total gut, wenn du das und das und das und das machst und dann machst du das und das und das und das hintereinander mal so ein bisschen weg, weil ich dann an der Stelle einfach mal so ein paar Hauptstory-Points abhaken wollte und dann hab ich hier hinterher so gedacht, so, krass, also ich bin eigentlich da hingelaufen, fünf Minuten war das erledigt und dann bin ich da hingelaufen, fünf Minuten war das erledigt und dann denkst du dir so und trotzdem hab ich ja irgendwie 20 Stunden Spielzeit und davon ist es aber irgendwie 18,5 laufen durch die Botanik und von A nach B kommen, überhaupt so was wie den Zugang zu einer weiteren Stadt erstmal aufschließen und so weiter und so fort oder und dann halt zwischendrin abgelenkt werden und das ist natürlich schon cool, also dieses etwas mehr Offene, das ist ja eigentlich so eine Tendenz, hab ich das Gefühl, die sich Gottlob in den letzten Jahren immer stärker eingeschlichen hat und insbesondere stark ausgehend aus dem japanischen Raum und da kann man wirklich nur sagen, danke japanische Entwickler-Community, die mit Zelda und mit Elden Ring garantiert dort Duftmarken gesetzt haben, die sich hoffentlich jetzt auch dann in den westlichen Bereich stärker durchsetzen. Also eben genau das, was Du beschrieben hast, dass da nicht wirklich auf den GPS-Meter genau markiert ist, da musst Du hingehen und jetzt musst Du exakt das machen und jetzt gehst Du damit dahin und dann gibst Du das da ab und dann herzlichen Glückwunsch, Du hast eine Quest abgeschlossen, hier sind, weiß ich nicht, die typischen Sound-Effekte, die Endorphine ausschütten sollen und Dir kommt Gold auf Dein Konto oder sonst irgendwas und zwischendrin darfst Du jetzt nochmal mit irgendwelcher Ausrüstung rumfrickeln, um 0,2% mehr Schaden rauszukitzeln. Also das finde ich auch extrem positiv. Und hier ist ja auch so ein Mittelweg, es ist ja nicht so vage. Du hast schon meistens eine halbwegs konkrete Ortsangabe und dann ist es so dieses, das typische Modell, ich weiß gar nicht, wo das auch so gewesen ist, aber das ist auch inzwischen bekannt, dass dann halt einfach ein Bereich markiert ist und in dem Bereich irgendwo, da spielt sich diese Quest ab, da ist dann der Zugang zu der Höhle oder da ist dann das Quest-Item und Du musst aber trotzdem halt in diesem Gebiet nochmal schauen oder eine Quest sagt Dir halt einfach nur so, ja, da ist irgendwie ein Kind verloren gegangen, aber keiner weiß erstmal, wo ist denn das Kind und dann musst Du mal im Dorf rumlaufen und Leute fragen, ob die vielleicht gesehen haben, wo das Kind hingelaufen ist und dann konkretisiert sich so ein bisschen der nächste Zwischenschritt deiner Quest und das ist schon cool, finde ich. Das empfinde ich aber gar nicht so sehr als Friktion, auch wenn das schon korrekt ist, also Du hast das schon korrekt kategorisiert, das ist nur nicht die Assoziation, die ich hatte, sondern im Gegenteil. Ich finde halt das andere Game Design, das ich da zwischenzeitlich eingeschlichen hatte, das halt, das hatte da ja so komplett paternalistische Züge das ist dann halt so wie damals bei Medal of Honor oder sowas, wo Du nur einer Figur hinterherläufst, die sagt, komm hier hin, jetzt geh da in Deckung, schieß auf den, jetzt lauf weiter, hinter dem Baum da, nicht den, den anderen Baum. Ah, ich fühle mich an meine Kindheit erinnern, so hat mein Vater auch immer mit mir gesprochen. So war es früher beim Fußball, das war ein Mitspieler. Ja, genau. Mein Papa war damals schon Vogue, der hat mich immer erzogen früher, superkacke. War ja klar, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich bin, ich finde, ein ebenfalls sehr positiver Aspekt davon ist, dass es auch diesem, also ich bin jemand, das ist was Persönliches, ich bin jemand, der, wenn ich so ein Completionist-Sache vor mir habe, dann fühle ich mich immer sehr dazu berufen, das auch zu machen. Jetzt nicht gezwungenermaßen und ich habe auch einen Trick gefunden, wie ich da rauskomme, aber wenn ich so eine Liste von Tätigkeiten sehe und die alle, wie das bei sehr vielen Open-World-Spielen dieser Tage ist, Rebirth ist gerade auch so ein Beispiel, Final Fantasy 7, wenn die mir sehr easy, abschließbare Tätigkeiten präsentieren, mit einer Liste, wo ich sehe, wie viel es insgesamt gibt und jetzt muss ich die nur abarbeiten, indem ich auf dieser Map entlang renne, dann fühle ich mich sehr dazu berufen, das auch zu machen und dann fühle ich mich gut am Ende, dann sagen meine Endorphine, hast du gut gemacht und dann kriege ich noch eine Trophy, ein Achievement und ich bin ein glücklicher, glücklicher Junge. Ich habe einen Trick gefunden, wie ich dem entgehen kann, indem ich ein Spiel einfach durchspiele, weil ich gemerkt habe, sobald ich ein Spiel durchgespielt habe, wird ein Schalter in meinem Kopf umgelegt und es ist mir völlig scheißegal, was ich bisher nicht gemacht habe, ich kann das Spiel dann weglegen und bin happy. Aber bis zum Weg dahin muss ich mich aktiv wegreißen von dem ganzen Busywork. Und ich finde, das ist ein ganz positiver Aspekt von Dragon's Dogma 2, weil Dragon's Dogma 2 mir von Anfang an klar macht, du kannst hier nicht alles machen. Du wirst Dinge verpassen. Wenn du das Spiel nicht sklavisch mit einem Guide in der Hand oder neben einem Bildschirm spielst, dann wirst du Quests verpassen, dann wirst du wie vielleicht sogar einzelne Vocations, also die Charakterklassen, verpassen, dann kann es sein, dass du Main-Quests verkackst. Das ist dann halt so. Und ich finde, das Gefühl zu bekommen, dass ein Spiel mit dieser Intention designt ist, dass ich nicht alles abarbeiten kann, sondern, dass ich hier existiere in der Welt und die Welt wiederum existiert unabhängig von mir und es können Dinge geschehen unabhängig von mir, die dann einfach Charaktere sterben lassen, weil diese Figuren halt existieren. Und mir ist es schon passiert, dass ein questrelevanter Charakter von einem großen Trollwesen umgebracht wurde, ohne dass ich da viel zu tun hatte mit. Also es war jetzt keine Quest, wo ich ihn beschützen musste, sondern das ist einfach passiert. Er war zur falschen Stelle am falschen Ort, aber das Spiel ist dann halt nicht kaputt oder jetzt irgendwie schlechter, sondern das ist halt eine von 300 Sachen, die passieren können. Das Spiel geht weiter. Dadurch, dass der Weg das Ziel ist und nicht das Ziel das Ziel, macht mir das nicht so viel aus. Das genieße ich ehrlich gesagt sehr. Ja, das ist tatsächlich ganz geil. Kann auch manchmal frustrierend sein, insbesondere, also das Spiel ist, ich sag mal, da hat das letzte Quäntchen Polish vielleicht gefehlt vor dem Release. Definitiv. Also es ist ein bisschen stotterig in seiner Performance und es hat halt manchmal seltsame Reaktionen. Also bei mir sind meine Gefährten irgendwann mal in so einer Art, es gibt dieses Kloster, dieses Heilkloster in den Slums und irgendwie sind die da auf einmal komplett ausgerastet. keine Ahnung warum, auf einmal fingen sie an um sich zu schießen, haben irgendein kleines Kind getötet, das auch vorher in einem vorigen Schritt für irgendeine Quest relevant war und dann habe ich, dann lag es da und dann gab es ja, es gibt ja diese Wiederbelebungssteine und die kann man auch benutzen, um solche NPCs wieder zu beleben und weil, das hatte ich bis dahin nicht und dann dachte ich so, ja der muss wichtig sein und dann habe ich diesen blöden Wiederbelebungsstein an das scheiß Kind verschwendet, nur um festzustellen, dass ich es gar nicht mehr brauche. Seine Funktion in dem Spiel war schon abgehakt und da habe ich auch gedacht so, kann ich das zurücknehmen? Ich brauche diesen Stein dringend als das Kind. Hallo? Das Kind, ja. Das Kind war schon aufgebraucht. Das hätte ich gar nicht mehr benutzen können. Das Kind ist schon nutzlos geworden, das wusste ich nicht, das ist so ein Missverständnis. Heute den Stein gar nicht für das Kind benutzen, also zumindest nicht wenn, ach. Also das war zum Beispiel dann sehr ärgerlich. Es gibt auch der Nachteil natürlich, deswegen hat man ja eine Zeit lang eben den Spieler wirklich immer brav an die Hand genommen und ihn wirklich dann an die Tür geführt, an die er klopfen soll und noch seine Hand gehoben. Es gibt halt Momente in dem Spiel, wo du halt auch wirklich frustriert durch die Gegend läufst. Also bei der so eine Nebenquellen diesem verschwundenen Kind und dann heißt es, ja das Kind, das war der Blumenpflück. Da bin ich da hingegangen, wo das Kind Blumen gepflückt hat, kein Kind. Ja, ja. Ich hab schon geschnallt, weil ich war da schon vorher, dass das diese Blumen sind, die nachts leuchten und dann hab ich mir gedacht, okay, das Kind hatte diese blöden Blumen bestimmt gepflückt und dann hab ich geguckt, vielleicht findet sich da ja quasi so eine Art Spur und aber ich hab das Scheißkind nicht gefunden. Bis heute weiß ich nicht, wo das blöde Balk steckt und das hat dann so viel Zeit Wahrscheinlich im Bauch eines Wolfes mittlerweile. Ja, das ist sehr wahrscheinlich richtig. Man hat auch die Quests, das sieht man dann auch, die hat so eine kleine Sanduhr, wenn dann so die Uhr tickt und dann gibt's quasi so eine Art Zeitlimit, das dann in so einem Fail State endet, was dann halt, also das ist auch cool, wenn du das Kind nicht schnell genug findest, wird's wahrscheinlich gefressen und jetzt kann ich die Quest vielleicht nur noch abschließen, indem ich seine Leiche irgendwo entdecke oder sowas. Aber ich hab's halt gar nicht gefunden und dann so viel Zeit investiert zu haben in die Suche nach dem blöden Balk und ich hatte das Gefühl, ich mach alles richtig, ich zieh die richtigen Schlüsse, ich bin grob am richtigen Ort und hab's trotzdem nicht gefunden. Das war dann schon so was, wo ich dann gedacht hab, so, ja, vielleicht hat Ui Soft doch recht. Yves Guimaud, hallo, ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid, ich hätte doch gerne den konkreten Questmarker zurück. Nimm mich an die Hand, sag mir welcher Baum. Und welche Tür muss ich klopfen, wo ist es denn? Ich will nicht, dass das alles jetzt komplett umsonst gewesen ist. Ja, da hast du völlig recht. Also, es erkauft sich halt diese besonderen Momente und dieses Gefühl der Erkundung mit Frustration, die du am anderen Ende der Skala dann ebenso fühlen musst. Weil, wenn du nie Frustration fühlst, dann kannst du dich ja auch nie so fühlen, als ob du versagen kannst. Was aber super relevant ist für dieses Spiel. Und das ist, finde ich, etwas, was man auch deutlich sagen muss. Und ich glaube, gerade für Menschen, also wir spielen ja viel und wir können auch viel spielen. Das ist auch Teil unseres Berufes. Nicht, dass wir nichts anderes zu tun haben, aber das ist schon eine gute Situation, eine privilegierte Situation, in der wir uns hier befinden. Und ich sehe sehr, wenn du halt jemand bist, der vielleicht in der Woche fünf Stunden Zeit hat zum Videospiele spielen, wenn du dann Dragonstock mal zwei ausgerechnet kaufst und dann vielleicht an einem Abend mal endlich diese zwei Stunden Zeit hast, auf die du dich seit zwei Tagen schon gefreut hast und dann in diesen zwei Stunden halt nichts machst, außer einen Weg entlang zu rennen, auf dem Weg zu einer Quest, die du dann nicht schaffst zu lösen, dass das dann eine rein frustrierende Spielerfahrung für dich ist, die dir wenig Positives gibt. Das verstehe ich auch und das muss man dann auch nur so klar kommunizieren. Ja, halt so in dem Happen wahrscheinlich. Also, der Deal ist ein guter für mich. Also, ich finde das tatsächlich so angenehmer und ich nehme in Kauf, dass es manchmal vorkommen kann, dass ich dann halt einfach irgendwo wie die Kuh vom Berg stehe. Aber genau, also, wenn jetzt jemand tatsächlich eher immer so kleine Portionen hat und dann auch so im Vergleich zu den Alternativen, der redet am nächsten Tag mit seinen Kollegen und dann haben die, keine Ahnung, haben dann Call of Duty gespielt und dann erzählen die ihm, dass sie da dreimal von einem brennenden Zug gesprungen sind und der andere hat irgendwie einen explodierenden Hubschrauber ins Gesicht gekriegt oder sonst irgendwas und was hast du gemacht? Und sie so, ja, ich bin eineinhalb Stunden lang im Kreis gelaufen über eine Blumenwiese, um ein Kind zu finden und dann habe ich die Konsole irgendwann ausgemacht und habe das Kind nicht gefunden. Ja, das, so, das ist perfekt definiert. Klingt das für euch spaßiger als die Helikopter-Alternative? Ja, dann ist Dragon's Dog War 2 perfekt für euch geeignet. Es passiert ja auch mehr, es ist nicht alles Dragon's Dog war so. Ich glaube, man muss nicht schon diesen Moment leben. Man muss nur mit ihm leben können. Das ist so. Ja, das stimmt, das stimmt. Es hat auch sehr große Hauptquest-Momente. Viel davon habe ich jetzt selbst noch nicht in meinem Spiel erlebt, aber weiß ich ja auch von Trailern, die da noch kommen. Ich finde, die Hauptquests in der ersten Spielhälfe sind ziemlich schwach. Man wird da viermal zu oft in dieses Schloss gebracht, für das du immer wieder aus anderem Grunde reinrennen musst. Also diese Stealth-Geschichte in dem Spiel. Quatsch. Weiß ich nicht mal genau. Ich weiß nicht mal genau, was ist, also ich bin da, man soll da ins Schloss und schleicht da rein, um Dinge zu tun. Genau. Ich bin das erste Mal da halt einfach reingelaufen. Ich bin da durchgelaufen, es hat einfach geklappt. Und dann kam die zweite Mission und dann bin ich da genauso reingelaufen und auf einmal kam jemand und hat mir so ein Schwert in den Rücken gestochen und dann haben sie mich verprügelt und dann bin ich irgendwo im Knast wieder zu mir gekommen. Ja. Da bin ich einfach aus dem Knast rausgelaufen, weil man in dem Fall den Schlüssel zum Knast sozusagen dabei hat und das war aber ein Fehler, weil irgendwie danach waren auf einmal alle Wachen aggro und haben mich sofort immer angegriffen. Dann habe ich dann nix, irgendwann habe ich einen Einsinn gehabt und habe halt die Wachen im Knast bestochen und damit war dann auf einmal dieser Agro-Level verschwunden und dann hat das mit dem Schleichen dann auf einmal wieder irgendwie geklappt, aber ich habe, man hat kein Gefühl dafür, sind da existierende Sichtlinien, muss ich nicht im Schatten halten, muss ich langsamer laufen, mache ich dann weniger Krach oder sonst irgendwas, ich habe das, vielleicht habe ich es verpasst, aber ich habe das Gefühl, das Spiel erklärt auch in dieser Hinsicht nie was, ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man nicht direkt vor einer Wache entlangläuft, ich bin nämlich zum Beispiel auch einem Dude, halt irgendeinem, keine Ahnung, der arbeitet da vielleicht beim Majestätischen Rechnungshof oder so, dem bin ich auch auf der Treppe begegnet, das war kein Problem, der so, was machst du denn hier und ich so, ja, ich bin hier nur, um Gemächer zu durchsuchen, mach dir keine Sorgen, wir sehen uns später in der Kantine, das war kein Problem, ja, aber man darf offensichtlich nicht vor den bewaffneten, uniformierten, gepanzerten Rittern irgendwie vorbeilaufen, das ist dann schlecht und sowas und das ist alles, es ist also sehr unterentwickelt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, man kann sich sogar als die verkleiden, wenn man deren Rüstung anzieht, was ich gemacht habe, dann kann man da, glaube ich, tatsächlich frei rumrennen, was eine sehr coole Idee ist, aber mein, ich glaube, zeigt ja schon die Umsetzung vielleicht nicht so wie gewünscht, weil mir ging's exakt so wie dir, manchmal haben die mich angegriffen, manchmal nicht, ich war mir nie klar, gibt es Stealth? Können die mich hören? Können die mich sehen? Wissen die, gibt's einfach einen Schalter, der umgelegt wird, wenn ich in diesem Areal bin und nicht diese Verkleidung an habe, dann wissen sie's automatisch, das hat sich für mich auch absolut nie erschlossen und auch das ist eine negative Seite dieser Spielsysteme, die eben einfach versuchen, einfach, ne, leb halt einfach in dieser Welt, mach die Dinge und dann siehst du ja, was passiert und hier kommuniziert es sich dann ziemlich furchtbar. Ich verstehe aber auch, abgesehen von dem Stealth-Mechaniken nicht, warum sie das, da so einen Fokus drauf legen, weil ich hab das Gefühl, das Spiel schreit doch von den Dächern, mich spielst du wegen des Kampfsystems und wegen der Erkundung. Das ist das, was so definierend ist für mein Spiel, für mein Spielgefühl, das Erkunden der Spielwelt, das Kämpfen gegen diese Lebewesen, das Erklettern von großen Gegnern. Warum das, die Hauptquest sich dann in der ersten Hälfte wesentlich darauf konzentriert, dich immer wieder in das gleiche Schloss gehen zu lassen, wo du dann rumstealthen sollst oder nicht, man weiß es ja nicht genau, ähm, das hab ich nicht verstanden. Das hab ich wirklich nicht verstanden. Ja, Abwechslung, nehm ich an, ab und zu ist es ja auch einfach so, dass es dann, äh, von der Erzählung her Sinn ergibt, ne, das ist ja so eine Ermittlung im Verborgenen und da passt das natürlich dazu, aber es ist halt einfach, also es, es wirkt halt eher so ein bisschen halbherzig da rein. So ist es dann aber auch zum Glück, ja, das ist ja das, was ich vorhin schon erzählt habe, erstens schnell gemacht, äh, und zweitens ist es auch eigentlich relativ gnädig und verzeihend. Also wenn man dann, als die mich da erwischt haben, da stand wahrscheinlich irgendwo hinten auf der Treppe oder kam einer angelaufen, den ich halt nicht bemerkt habe und dann wurde ich da halt so entdeckt und dann hatte ich, glaube ich, das Problem, dass ich eben aus dem Knast da geflohen bin, statt die Wachen zu bestechen und entweder war es ein Bug, dass der diesen Agro-Status nicht mehr gelöscht hat oder dass das so vorgesehen, das weiß ich nicht, da rätselte ich ein wenig, ob das tatsächlich der Plan war, dass dann mich auf einmal auch hier im Palast auf einmal alle wiedererkennen oder sowas und da sensibler reagieren, ich weiß es nicht. Das war alles ein bisschen komisch und das Spiel ist halt in Teilen auch so ein bisschen janky. Es ist mir auch ein paar Mal komplett eingefroren, wo ich es dann im Menü PS5, wo ich es dann beenden und neu starten musste und solche Geschichten. Also dem, dem hätten noch ein paar Monate hinter so Feintuning durchaus gut getan. Definitiv. Es hat sich jetzt bereits einen Patch bekommen in der Woche seit unserem letzten Cast, wo du auf der Konsole, was glaube ich sehr ein gutes Ding ist, einerseits den Motion Blur ausmachen kannst, aber vor allen Dingen ein 30 FPS, ein Limit anmachen kannst, weil dieses Spiel komplett eine unfixed Frame Rate hatte, sodass es halt einfach von 30 auf 50 wieder auf 30 runter geht und grundsätzlich ist da eine Frame Rate, die du einfach auf 30 festmachen kannst, deutlich besser, weil sie halt deutlich flüssiger dadurch wirkt, einfach, weil sie nicht ständig schwankt. Und auch auf den Konsolen geht sie dann gelegentlich halt auch noch unter die 30, dem ist immer noch so, aber ich glaube, das ist etwas, was ich jedem raten würde, der auf Konsolen spielt, dieses 30 FPS Limit tatsächlich auch anzumachen, weil das einfach das Spielgefühl, glaube ich, deutlich verbessert. Was ist eure Meinung zu den Porns, dass wir noch wissen? Ich finde die Porns immer crazy, weil ich habe das erste Spiel schon sehr gerne gespielt und die Porns wirken auf mich immer wie so ein Ding, wenn du sie aus der Entfernung siehst und auch auf mich wirken sie so, weil ich es immer wieder vergesse, wie dieses Ding von ah, ihr wart zu faul, um Koop zu bauen. Ihr wolltet keinen Koop bauen, deswegen habt ihr stattdessen Porns gemacht. Haha, ja toll, ist ja eigentlich ziemlich lame. Aber dann spiele ich das Spiel und dann fällt mir immer ein, was für ein wahnsinnig definierendes Spielsystem das eigentlich ist. Weil es a, in die Geschichte ganz intensiv eingewoben wird, aber weil es ja b, auch so viele kleine Ideen hat, die mir so gut gefallen. Allen voran ja, dass die Porns, die du von anderen Leuten dann zu dir beschwörst, ihr Wissen mitnehmen in deine Welt und umgekehrt. Und André, das finde ich richtig geil. Ich finde es richtig toll, dass du hier so ein Spiel hast, was dir sagt, ich sage dir jetzt nicht, wo der Questgeber ist, dann sage ich halt, ja, dann fick dich halt. Und dann suche ich mir irgendwo so einen Porn, der diese Quest schon mal gespielt hat und dann sagt er mir, wie ich da hinkomme, aber in der Spielwelt erklärt, dass ich halt diesem Charakter wirklich in der Spielwelt folge, bis ich bei dem Typen bin, zu dem ich hin will. Das finde ich ganz hervorragend. Das mag ich total gerne. Also das Letztgenannte finde ich auch super. Das ist eigentlich eine sehr smarte Idee, auch wenn es ein bisschen gimmicky ist, aber das ist auf jeden Fall sehr geil. Also auch, dass so ein Porn dann sagt so, ey, hier war ich mit meinem anderen, meinem Meister war ich hier auch schon mal. Ich weiß, hier ist eine Kiste irgendwo. Das ist ziemlich cool. Andererseits, teilweise gehen sie mir tierisch auf den Keks, weil dann, sie labern halt immer die gleichen Sprüche. Also meine Porns, die kriegen sich ja gar nicht ein vor Verwunderung, dass die Truppe nur aus Frauen besteht. Es ist in einer Tour nur so. Ja, absolut. Also ich hatte, das ist ja, ist euch schon aufgefallen, dass wir hier alles Frauen sind? Oh Gott. Ja! Leute, was ist denn los? Also, ich hatte ja auch mal einen Meister, der hat nur Frauen angestellt. Ich so, okay, will ich wissen, wie die Geschichte weitergeht? Und dann geht die Geschichte auch gar nicht weiter. Das ist alles, alles, was hier dazu gesagt wird. Und ich denke mir so, da. Aber sie würde es denen noch ein paar Mal sagen, danach noch, damit du es nicht vergisst. Ja, ja, ja. In einer Tour. Und dann sind sie ja die ganze Zeit irgendwie ansonsten nur mit Stiefelnecken beschäftigt. Oh Meister, das ist super gemacht. Oh Meister, es gibt nichts Schöneres für mich, als mit dir hier irgendwie auf Abenteuer zu ziehen. Oh, das ist schon sehr anstrengend. Also diese, diese, diese Truppe von, jetzt in meinem Falle, aktuell Fangirls mit dir durch die Lande zu schleifen, wo du dir auch denkst, so, hätte man da nicht Sweet Baby Inc. engagieren können, noch ein paar mehr von diesen Bugs, von diesen Dialogzeilen zu schreiben? Willst du, willst du wirklich, dass Strang's Dog War 2 noch mehr Shitstorm bekommt? Die sind, haben es doch schon schwer genug getroffen. Sweet Baby Inc. oder vergleichbares, aber jemanden, der halt das Spektrum an, an Dialogen oder, oder sind ja keine Dialoge, es sind ja wirklich so diese einzelnen Shouts, die einfach nur so, da melden die sich zu Worte und die tauschen mal zwei Sätze miteinander aus und das war's. Das Einzige, das Lustige daran ist ja, das ist ja so ein Baukastensystem und ich hab einen Porn, die dann, ein Standardsätzchen von ihr ist halt so, sowas wie, ja, das ist dann wohl so und das sagt sie dann halt manchmal als Antwort auf irgendeine andere, dieser zufällig erscheinenden Dialogzeilen von den anderen und es klingt so geil desinteressiert, als ob das so ein, einfach nur so ein freundliches Halt die Fresse ist. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Die sitzt dann da, die andere erzählt schon wieder, ach, das sind ja, wir sind ja eine reine Frauengruppe und dann kommt so dieses, das ist dann wohl so, oder das Gefühl hast so, ja, mir geht's auch auf den Sack, ich weiß, ich fühle dich sehr gerade. Ich, ich hab, also, ich weiß nicht, ich glaub, das ist für mich der Beweis, dass es das Stockholm-Syndrom doch gibt, dass ich da so ein positives Gefühl zu habe, weil du bist ja wirklich die Geisel dieser, dieser Porns, die niemals die Fresse halten und das war halt exakt genauso im ersten Teil auch schon und es ist nicht nur so, dass es im ersten Teil schon so war, sie haben jetzt im zweiten Teil, äh, ein Charakteristikum eingebaut, du kannst ja, äh, jedes dieser, dieser Vasallen, dieser Porns, hat so eine eigene Spezialcharakteristika, dass die irgendwie Mediziner sind und dann können sie dir, ähm, Heil-Items bauen oder sie können ganz besonders gut, ähm, Sachen einsammeln in der Welt oder sie markieren dir Crafting-Sachen und eines dieser Spezialfähigkeiten-Dinger ist halt legit einfach, er hält die Fresse. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, aber eines dieser Dinge ist einfach nur, dieser Vasall ist, ist, ist still, redet nicht und da hab ich halt wirklich laut aufgelacht, weil, okay, offensichtlich wisst ihr ja genau, was ihr tut, wenn ihr das hier einbaut und ich weiß es nicht, ich kann nicht anders, als das irgendwie gut zu finden, weil es für mich, auf mich wirkt wie ein Shitpost. Ich kann es nicht als, als gut verteidigen und ich kann auch nicht mal so richtig verstehen, warum sie es machen, aber ich hab das Gefühl, hier, hier lacht sich jemand ins Fäustchen, als sie das gemacht haben. Das hätten sie als Microtransaction machen sollen, ne, so die 5 Euro hätten sie vorbezahlt. Porns reden nicht. Alle Porns halten die Schnauze sofort. Also, das wäre tatsächlich sehr, eine sehr, sehr schöne Idee. Übrigens dazu noch, schön, dass du ein konkretes Beispiel gegeben hast mit deiner, mit deiner Gefängnisgeschichte, denn ich weiß nicht, wo du da bei dem Diskurs landest, aber wir haben letztes Mal, sind sehr zu dem Schluss gekommen, dass die ganze Outrage um den DLC so ein bisschen fehlgeleitet ist und grundsätzlich eine Skepsis bei DLCs, bei Singleplayer-Spielen sehr angebracht ist und auch durchaus eine Wut angebracht ist, die aber hier in einer sehr seltsam geführten Diskussion endete, die nämlich vorgibt, als wären diese DLCs in irgendeiner Art und Weise spieldefinierend, entscheidend oder überhaupt hilfreich, denn eines dieser Items, dass man sich, ich glaube, auch nur ein einziges Mal kaufen kann, ist tatsächlich einer der Schlüssel für das Gefängnis und du hast es gerade völlig nebensächlich erwähnt, ja, das hatte ich dann halt in meinem Inventar als Selbstverständlichkeit, weil man tatsächlich diese Schlüssel überall bekommt und ich glaube sogar eins im Gefängnis selbst findet, in der Zelle, wenn du keinen hast und man kann sich diesen Gefängnisschlüssel dann für, ich weiß gar nicht, es sind hier ein Euro für 99 Cent kaufen, aber es ist halt völlig nutzlos im Spiel selbst. Wo landest du denn da eigentlich? Also den Gefängnisschlüssel hatte ich ja sogar über die Quest bekommen. Es gibt eine Quest und da kriegst du einen Gefängnisschlüssel und der ist sogar unendlich benutzbar und den musst du deswegen am Ende der Quest wieder abgeben. Ach wirklich? Der ist unendlich? Das kriege ich gar nicht. Genau. Und deswegen war das überhaupt kein Problem. Bei der DLC-Diskussion bin ich noch nicht, weiß ich nicht, müsste ich mir noch mal genauer anschauen, was das jetzt alles war. Also es gibt ja da, glaube ich, der Stein des Anstoßes ist ja vielleicht unter anderem, dass man auch diese Schnellreisesteine kaufen kann. Und das wäre ja insofern schon spieldefinierend, dass wenn ich eine große Menge von diesen Schnellreisesteinen hätte, die ja schon einiges an Ingame-Ressourcen kosten, dass das die Spielerfahrung verändert, weil ich die ja jetzt sehr selektiv einsetze und dann theoretisch, ich weiß nicht, ob die auch limitiert sind? Genau, nee, es ist sogar noch ein bisschen anders dabei. Du kannst dir nämlich gar nicht die Steine kaufen, die du dann benutzt, um zu reisen, sondern du kannst dir einen einzelnen Marker kaufen, also die Support Crystals, die kannst du ja in der Spielwelt setzen, um ein zusätzliches Schnellreiseziel zu bekommen. Genau, die Punkte, wo man hinreisen kann. Ganz genau. Und dann braucht man zusätzlich einen. Davon kannst du dir einen einzelnen zusätzlich kaufen, die Steine, die du brauchst zum Reisen selbst, kannst du tatsächlich nicht kaufen. Ach, okay, siehst du das, ich hatte das anders verstanden, ich dachte, es sind die Fairystones, die man da tatsächlich kaufen kann. Dachte ich auch, also ich habe gerade mir auch den Store nochmal aufgemacht, weil ich das auch so im Kopf hatte, aber zur Sicherheit nochmal nachgucken wollte, aber nein, die Fairystones sind tatsächlich nicht kaufbar, nur ein einzelner Portcrystal. Okay. Ja, das ist schon, ehrlich gesagt, also das wiegt alles nicht irrsinnig schwer. Nein, es ist halt Verarsche, es ist halt Verarsche, aber nicht an die Leute, die sie nicht kaufen, weil DLC wird ja oft so gesehen, ah, guck mal, hier werden Sachen aus dem Spiel, hier werden Sachen aus dem Spiel rausgeschnitten und ich muss das kaufen, damit ich die vollständige Spielerfahrung habe. Es ist halt das Gegenteil, du wirst verarscht, wenn du es kaufst, weil es, das alles im Spiel selbst drin ist und es völlig nutzlos ist, es zusätzlich zu kaufen. Beim Portcrystal kann ich noch am ehesten sehen, dass das einen zusätzlichen Nutzen hat, weil die limitiert sind. Allerdings habe ich bisher, ich glaube, ich habe zwei gefunden und da konnte ich das an die Stellen gesetzen, wo ich es brauche und jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es mir irgendwo fehlt. Ansonsten sind eigentlich die einzigen Leute, die hier verarscht werden, sind die Leute, die sich dieses Zeug kaufen, weil die dann bemerken, nach fünf Stunden Spielzeit, oh, jetzt habe ich mir eins gekauft und ich habe außerdem noch drei zusätzliche dieser Items, die ich einfach gefunden habe. So sehe ich das. Ja. Also unter, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, ich müsste mir das alles nochmal genauer anschauen, aber das wirkt dann tatsächlich eher so, als wäre, also das, was da jetzt angeboten wird zum Kauf, jetzt nicht wahnsinnig relevant, sogar vielleicht eher kontraproduktiv, denn das Spiel ist ja erkennbar darauf angelegt, dass es möchte, dass du eben dich wie in einer Fantasy-Welt verhältst und dass du dann halt eben entweder quasi sogar mehrere Tagesreisen in Kauf nimmst auf dem Weg von einem Ort zum anderen, wenn du das zu Fuß machst oder dass du dich auf so einen Ochsenkarren setzt und den als quasi ja auch Schnellreise benutzt, aber eben nur zu festen Orten und das unterwandert man ja theoretisch, je mehr man sich dann da irgendwelche Hilfsmittel dazu kauft, die das, mit denen sich das anders gestalten lässt, ich würde sagen, es ist vielleicht auch wieder so ein Ding, wo vielleicht so eine eher eine prinzipielle Ablehnung gegen diese Art von Geschäftspraktik sich daran entlädt. Das ist ja auch so ein bisschen wieder wie bei dem Sweet Baby-Ding. Also da sind Leute, die flippen aus und die denken, denen geht es vielleicht auch wie uns. Die hören, oh mein Gott, man kann sich die Schnellreise kaufen, das ist ja eine Unverschämtheit, eine Komfortfunktion, die eigentlich in so ein Spiel, wenn schon integriert, gehört oder umgekehrt, wenn sie das Spiel kaputt macht, dann darf man das erst recht nicht verkaufen und wo ist die künstlerische Integrität und solche Geschichten und haben das Spiel selber nie gespielt, haben kein Konzept davon, wie gewichtig das ist, was da tatsächlich irgendwo angeboten wird, sondern sind halt einfach aus Prinzip dagegen, was ich verstehen kann, zu einem gewissen Grad. Auf jeden Fall. Weil das sind ja auch so, also wir haben ja vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, es gibt halt einfach Leute, in deren Leben ist so ein Spiel einfach schwieriger integrierbar und die haben halt andere Bedürfnisse und Ansprüche für eine Zugänglichkeit im weitesten Sinne, jetzt eine Zugänglichkeit in dem Sinne, dass es überhaupt für sie möglich ist, so ein Spiel dann vernünftig unter Spaß bringen zu spielen und wenn man dann sagt, so ja toll, bist halt angeschissen, wenn das deine Lebenssituation ist, dann bezahlst du das mir extra, damit ich dir die Tools dafür gebe und ich kann verstehen, wenn man auf der Ebene vielleicht irgendwo sagt, ich bin da so in so einer Art Fundamentalopposition, aber wie immer, also auch wie vorhin, ich finde es halt immer bescheuert, wenn dann solche Diskussionen so uninformiert ablaufen und undifferenziert ablaufen, wo man dann einfach sich nur hinstellt und sagt so, ja, aber ich bin gegen, keine Ahnung, Microtransactions insgesamt und die sind alle scheiße und es ist mir egal, wie es gemacht ist und ich muss mich auch gar nicht informieren oder ich muss auch gar nicht überlegen, wie relevant oder sonst irgendwas ist, das ist halt einfach immer doof und deswegen gehören die an den Pranger gestellt oder sonst irgendwas, das ist mir dann halt zu platt, sondern da würde ich mir dann schon wünschen, dass man sich das halt jeweils genauer anschaut, weil ich bin auch kein Fan von Microtransactions, ich bin da auch im Zweifelsfalle immer eher kritisch, meine erste Reaktion auf das Ding war auch erstmal so, das klingt erstmal, als hätten sie das schon ziemlich blöde gemacht, aber wie du schon sagst, wenn man sich das dann, wenn man das Spiel mal gespielt hat und verstanden hat, was das für ein Ding ist und wenn man sich anschaut, was dann da tatsächlich anscheinend verkauft wird und wenn das dann teilweise sogar auch noch limitiert ist, also wenn man da jetzt nicht unendlich quasi mit Geld irgendwie diese neuen Elemente in das Spiel reinspülen kann, naja, man kann dann immer noch darüber reden, aber man sollte es dann eben eingedenkt des tatsächlichen Rahmens tun und nicht anhand von einem Eingebildeten, der so gar nicht existiert. Ganz genau, weil ich finde, wie du auch, die grundsätzliche Opposition gegen diese Geschäftspraktiken ist ja völlig valide und ich finde, sie ist auch schon aus der Perspektive valide, dass sie, wie du das ja auch gerade gesagt hast, das Spiel bis zu einer gewissen Art und Weise untergräbt, mal ganz unabhängig davon, wie ich die Existenz von Mikrotransaktionen finde, ich finde das ziemlich bitter halt zu sehen, dass hier ein großes, großes Team sehr bewusst bestimmte Spielentscheidungen trifft und ein Spiel auf eine bestimmte Art und Weise baut, nur um dann halt vom Publisher gesagt zu bekommen, ja und dann packen wir, kann man die übrigens auch noch im Store so kaufen. Ja, das ist hier nicht, wie gesagt, nicht besonders relevant, weil es einfach limitierte Sachen sind oft in diesen Belangen und sie dann nicht so viel bringen, aber ich glaube, das ist alles schon sehr, sehr bewusst so implementiert, wie das implementiert ist und ich finde das einfach frustrierend zu sehen, dass dann versucht wird, gewisse, erfolgreich oder nicht, aber es wird versucht, den Eindruck zumindest zu erwecken, dass man gewisse spielmechanische Entwicklungsentscheidungen aushebeln kann, egal ob es ist oder nicht, das finde ich ganz schön frustrierend zu sehen und das ist einfach so, ach, weißt du, das ist so durch, so unglaublich kapitalistisch, ich verstehe, dass es alles kapitalistisch ist, aber das ist so kunstlos, dass es mich ein bisschen, dass es mich dann natürlich auch frustriert und ich finde, das ist halt ein total spannendes Gespräch und eine valide Diskussion, die zu haben, aber diese Diskussion wird ja an keinem Punkt geführt. Ja, also irgendwo bestimmt, aber es ist halt in dieser Outrage jetzt nicht. Ja, genau, in Summe ist es dann halt wieder so, dass ich, wie gesagt, ich habe ja auch einen relativ falschen Eindruck von der ganzen Gemengelage bekommen, einfach durch das, was ich von der, von diesem öffentlichen Empörung mitgenommen habe und dann, wenn man dann sieht, was ist denn tatsächlich die Faktenlage, dann entspannt sich das, finde ich, schon mal ganz erheblich. Es ist auch immer schwierig, ne, also auch, ich würde auch immer grundsätzlich sagen, erst mal so, ja, Microtransactions, aber man muss natürlich immer überlegen, was ist denn tatsächlich sonst die Alternative, ne, wenn wir jetzt sagen, also erstens, ich würde immer sagen, immerhin sind das ja anscheinend einfach nur Items, die haben den festen Preis und dann sagt das Spiel, wenn du das willst, wenn du jetzt noch so einen zusätzlichen Teleportierungsstein haben willst, dann kostet dir der halt so und so viel Geld. Das ist mir schon mal hundertmal lieber, auch wenn wir jetzt so eine, eine lieber Heuschnupfen als Cholera-Diskussion führen, aber, ne, ist mir auf jeden Fall hundertmal lieber als diese ganzen suchtbildenden Maßnahmen mit Lootboxen und sonst irgendwas. Oder auch einfach nur diese Spielzeit dominierenden Geschichten wie Battle Passes und sonst irgendwas, die dich dann an das Spiel binden sollen. Also das finde ich erst mal, man muss halt einmal überlegen, zu einem gewissen Grad muss man den Leuten halt auch gestatten, Geld zu verdienen. Und das gibt's ja, und Spielproduktion ist nun mal teurer geworden und viele Leute sitzen dann da und sagen, ja, aber die Firmen würden doch immer noch Gewinn machen, selbst wenn sie jetzt irgendwie zehn Millionen weniger einnehmen oder sowas. Und das ist richtig, aber so funktioniert die Welt nicht. Die sitzen nicht da und sagen, ja, jetzt kostet die Spieleproduktion halt irgendwie nicht mehr nur 20 Millionen, sondern 50 oder noch mehr. Aber es ist okay, wenn ich trotzdem weiter nur 60 verdiene. Also ich hatte vorher eine Marge von 100 Prozent und jetzt habe ich noch 20 Prozent oder sowas, aber es ist auch okay. Das wird einfach nicht passieren. Also irgendwo sozusagen muss dann mehr Geld reinkommen. Der Markt für Core Games wächst nicht mehr, gewaltig. Also es kommt nicht dadurch, dass einfach immer neue und da immer mehr Leute diese Spiele kaufen. Das heißt also, entweder das ganze Ding kann insgesamt teurer werden, ist ja auch schon zum Teil passiert, wir sind ja inzwischen bei ungefähr 80 Euro schon angekommen. Soll das noch teurer werden? Weiß ich nicht. Das macht natürlich dann den Zugang zu einem Kulturmedium noch schwieriger, als es ohnehin schon ist. Also für Leute, die in irgendeiner Form Armuts betroffen sind, sind ja Spiele, wenn sie neu erscheinen, schon absolut prohibitiv teuer. Also kann sich keiner mehr leisten, der aus so einer Gruppe stimmt. stammt. Und ist dann die Microtransaction, solange sie in einem verantwortungsbewussten Umfeld passiert, also eher jetzt im Idealfall der Microtransaction eben sowas wie, hier ist nochmal ein anderes Kostümchen oder hier ist nochmal ein anderes Reittier und es hat einen festen Preis und es ist keine Lootbox und du musst nicht zehn kaufen in der Hoffnung, dass das Würfelglück der Gold ist oder so. Es ist einfach nur, hier ist nochmal ein zusätzlicher Store, so wie bei WoW früher oder was auch immer, kaufst du dir das Ding, wenn du das willst. Ist das nicht ein, äh, wo man hinterher sagen muss, ich muss es nicht gut finden, aber ist es nicht noch das Akzeptabelste unter den realistischen Varianten? Das ist auch eine Diskussion, die vielleicht dazugehört. Also, das ist, was ist denn mit der alternativen realistischen Variante, dass wir aber einfach eine Arbeiterrevolution starten wir zwei und einfach davon mal, also dann weiter gucken. Kriege ich dich da irgendwie zu motiviert? Vielleicht? Ich und die Genossen hatten die Hoffnung, dass wir das jetzt erstmal noch ein bisschen unter Verschluss halten, bis alles soweit ist. Ach, Maria, sorry, ich bin da immer so, ich bin da übermütig, weil mein Kollege da immer so gegen ist, der ist ja durchkapitalisiert, der Thomas, du kennst ihn ja, ähm, durch und durch FDP-Wähler. Ja, ja, deswegen macht er auch Animal Crossing, der Waschbär als sein Vorbild. Ja, genau. Deswegen ist es aus mir rausgebrochen, dann reden wir nach im Podcast nochmal drüber. wenn ich mich recht entsinne, der Waschbär, der Kapitalistie Waschbär. Oh mein Gott, holy shit. Ich meine, ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Okay, bevor wir unsere Revolution starten, muss ich da ein bisschen drüber nachdenken, weil das hat mir gerade ein bisschen aus den Fugen, oh mein Gott. Welche Natter du da an deinem eigenen Busen gelehrt hast, ne? Seit zehn Jahren, oh mein Gott. Krass. Ähm, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, da habe ich gleich ein bisschen Zeit für, denn, äh, wir kommen nun tatsächlich zum Ende, lieber André. Ich möchte mich ganz, 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 ganz doll bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast, äh, für, wir haben als, als Spaß gesagt, was für ein langer Cast es war, jetzt haben wir wirklich über drei, also das ist einer der längsten, Nocte-FM-Folgen, die wir je gemacht haben, von daher, vielen, vielen Dank dafür, Tom wird wieder diese Länge sehen und mit den Augen, glaube ich, rollen. Weil das ist immer so, wenn ich mit einem Gast bin, dann eskaliert es immer ein bisschen. Er wird sagen, darauf können wir einen Zweiteiler machen, das ist, äh, viel effizienter, sehr gut. Das zweite ist dann auch Paid-Content, der erste Teil ist kostenlos. wieder mit dabei, ja, ja, natürlich, das ist dann, das gefällt dann wie ins Brot, genau, dass wir wieder 500.000 Euro mit dieser exklusiven Folge machen können. Ähm, ich muss mich unbedingt noch vorher, wie das bei uns sich gehört, mich bei unseren, äh, Patreon und Steady UnterstützerInnen bedanken und, äh, das mache ich einmal kurz, nämlich, nachdem ich, äh, die, äh, Seite aufgemacht habe, wo ich mir die notiert habe. Man sieht, normalerweise, ich moderiere nur alle zwei Wochen, deswegen kann ich das nicht so gut. Das ist auch großer Abstand, da vergisst man ja alles wieder. Hast, hast, hast du nicht eine, du hast, du hast, du hast am Anfang dich nicht dazu hinreißen lassen, jetzt hast du ein bisschen Zeit gehabt. Willst du nicht mal einen geilen Podcast von dir konkret empfehlen? Oder, also irgendwas, wo du sagst, vielleicht nicht mal von dir, vielleicht hat ja, Jochen oder Dom irgendwas gemacht, wo du gesagt hast, wo du sagen würdest, das war schon ganz geil. Gibt's da nicht irgendwas? Also, in meinem Herzen sind die ja eigentlich alle ziemlich geil, ne? Jetzt lass ich mal ganz kurz nachdenken, ich möchte dann ja was, also ich vielleicht, also wenn, wenn es interessiert, ich glaube, unser Podcast zu Perlworld war interessant, also ich fand den gut, ähm, weil es interessant war, das Spiel auch zu analysieren, was so seine, äh, seine Botschaften sind, äh, die da unter der niedlichen Oberfläche verborgen sind, gab auch Leute, die dann sich beschwert haben, dass, dass es nicht, dass sie gar nicht wissen wollen, welche, dass das, dass das, äh, schon teilweise sehr an Sklaverei erinnert, was in dem Spiel da mit den Perns gemacht wird, und dass sie, äh, sich diese zuckersüße Fassade nicht einreißen lassen wollten, aber ich fand das interessant, ich finde auch mal, sowas verdirbt einem das Spiel jetzt nicht unbedingt, also, wobei es ein bisschen blöd ist, weil ich in dem Podcast selber gesagt habe, nachdem das für mich so ein bisschen, das Bild des Spiels ersetzt hatte, dass ich die ganze Zeit niedliche Kreaturen verprügele, um sie gefügig zu machen, um sie dann als Arbeitssklaven einzusetzen, dass mir das Spiel natürlich ein bisschen verlitten hat, ähm, aber wie gesagt, man, man muss, kann ja auch einfach da sich hinsetzen und sagen, es ist auch am Ende nur ein Computer-Spiel. man kann differenzieren. Genau, also das ist schon, das, also ich fand das interessant, alle anderen sind sonst vorgewarnt, ähm, was fällt mir noch ein? Ich muss jetzt, also es ist, es ist eigentlich, ich sollte jetzt auch mal einen Podcast von Kollegen empfehlen, mache ich aber nicht, weil ich die nicht so gut im Kopf habe. Mein, unser Podcast zu Robocop ist schön, weil ich sehr viel über Robocop reden konnte, ein Film, den ich sehr mag. Manche würden ja behaupten, das achtbeste Spiel, das letztes Jahr erschienen ist. Äh, vielleicht, ja, vielleicht sogar das Sippbeste, wer weiß das schon. Ne, so weit würde ich nicht gehen. Jetzt ist es über zu viel, ich weiß. Genau. Da haben wir doch sogar noch ein paar Empfehlungen rausquetschen können, sehr, sehr schön, Palworld immer interessant. Dann habe ich jetzt auch tatsächlich geschafft, das Dokument zu öffnen, indem ich mir in unglaublicher Vorbereitungsarbeit tatsächlich alle Namen notiert habe, die ich nun zu nennen habe, denn wir haben eine Reihe von Podcast-ProduzentInnen, das sind die wunderbaren Menschen, die uns mit 25 Euro bei Patreon oder bei Steady jeden Monat unterstützen. Äh, da bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei folgenden wunderbaren Menschen. Bored Penguin sticht mit der Cursed Crew in See, ohne großes Mimimi, aber mit einer Träne im Auge. Chipsa, Crisco fragt sich, ob The Wind Robin pusht, ja, tut er noch immer, Crush Head 82, Daniel, der Pfiffige, Dobsy, Dönis, Dustin, Ejenias, Firo, First Barto, Fl-Rimpen, wie, fühlt sich mit Elden Ring, Baldur's Gate 3 und Dragons Dogma 2 wie Robin mit Nier und Alan Wake, wir haben es euch doch gesagt. Fure 96, Gunnar Hildebrandt, Gurkenforelle, Gastian, Hyperion, Jan Lippert, Jan Fideheld, Jean Marcel, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Kumi, Love Ambassador Miki, Mark Lammers, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz-Wolf, Mordema, Madadin von der Mosel, Matt Kipp, Maides Pair, Nathalie Bro, Oldsport, Oliver Zierfass, Parren 85 oder 85, Pasta Palace Seenudel, Pokespidee, Ralle, Ricko, Sachsenmilch, dieser Name macht immer noch was mit mir, immer wenn ich den lese, Sachsenmilch, Selenaya, Simon Dopichai, StewTM, Tommy 88088, Why I'm Trying, Sawex und Lasker und Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Das ist ein Danke, das auch an dich gerichtet ist, lieber André, denn du hast diesen Podcast zu einer ganz, ganz wunderbaren Episode von Hooked FM werden lassen. Noch einmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeigucken. Ja, danke für die Einladung. What the fuck, ey? Was waren jetzt alles die 25 Euro? Ja, von dir will ich jetzt, Du bist ja die eine Person, von der ich hören will, dass wir viele Supporter haben. Ich weiß nicht, ob wir insgesamt so viele Leute auf dem 25 Euro Tier haben. also Tom, wirklich, der fährt mit seinem Ferrari hier vor, um mit mir die Podcast Episode aufzunehmen und ist dann überrascht über unsere Supporter hin. Ja, aber auf dem Level, also ich meine, da wird ja tief in die Tasche gegriffen, da sind ja hier so die richtigen Großspender unterwegs. Da muss ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nochmal hübsch gemacht für die Leute. Hallo, liebe 25 Euro. Wer so viel Geld hier ausgibt, kann das ja auch gerne woanders, nicht wahr? Wenn ihr den wirklich schwer dastehenden André auch supporten wollt, bei seiner Kampagne, die verglichen mit uns wirklich schwach dastehen, das muss man mal ehrlich gestehen, da könnt ihr gerne auch mal bei den, seid ihr auch bei Steady oder seid ihr nur bei Patreon? Wir sind Steady, Patreon, Apple, ja. Privatüberweisung. Wir halten quasi an jeder Straßendecke die Hand auf, wo man uns noch nicht vertrieben hat. Wir kommen immer vorbei und sagen gerade, wir brauchen dringend Geld für ein Ticket nach Hause. Die Mutter ist krank. Ja, der Dom, also wir können es ja sagen, hört ja jetzt da keiner dazu, der Dom kostet ja auch einfach, ne? Also der Dom-Shot, der hat schon Anforderungen, da muss man dann ein bisschen betteln, um die erfüllen zu können. Das haben wir auch so erlebt. Alles. Kann man ruhig mal sagen. Eine Tankfüllung beim Ferrari kostet auch nicht mehr das gleiche, 2019, also, ne? Und ich fahr den da nicht mal. Eine Tankfüllung für ein Ferrari oder ein Honorar für Dom-Shot? Das sind Fragen, die wir uns ja als Firmenbesitzer regelmäßig stellen müssen. Und mal gucken, wo wir nächste Woche landen. Für heute möchte ich mich aber ganz, ganz toll nochmal bei dir bedanken fürs Vorbeigucken und mich verabschieden bei allen lieben Zuhörerinnen da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Donnerstag gibt's wahrscheinlich den Livestream, da muss ich nochmal gucken. Tom ist ja gerade im Urlaub, wann ich das mache. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr als SupporterInnen die Umfrage beantworten werdet. Da werde ich dann den André nochmal fragen, wie wir die vernünftig auswerten können. Der hat ja die Erfahrung gemacht oder ob wir sie einfach eine Tonne kloppen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss André. Tschüss. Tschüss.